Hallo. Guten Tag. Es geht noch nicht los, aber wir wollten schon darauf hinweisen, dass die Aufzeichnung für den Stream gleich angeschaltet wird, beziehungsweise der Stream auch schon läuft. Also wer da jetzt hier in dem Blickfang dieser Hunder von Kamera stehen möchte, der darf gerne seine Eltern und das Establishment grüßen und ihr seid willkommen. Vielen Dank. 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 Hallo. Wunderschönen guten Morgen. Von ihr Lieben. So langsam füllt sich ja der Sahel. Wie immer fangen wir ein kleines Stückchen später an. Es ist jetzt 10.15 Uhr. Ich begrüße euch als euer Landesvorsitzender zu unserer Landesmitgliederversammlung 15.1. Ich denke, es sind immer noch einige am Eintudeln und ich würde ganz gerne zu diesem Anfang und ruhigen Teil des Tages dazu nutzen, um an drei Menschen zu denken, die in dieser Partei und für diese Partei unglaublich viel getan haben, aber auch unglaublich wundervolle und nette Menschen waren, die leider gestorben sind dieses Jahr. Da möchte ich zuerst an den Mario Krüger von der Piratec, von unserer IT, der viel, viel Arbeit im Hintergrund gemacht hat, auch ein begeisterter Freifunker erinnern, der gestorben ist und von uns gegangen ist. Ich möchte an den Florian Bischof erinnern, den Mitbegründer der Piratenpartei Deutschland, auch der erste Berliner Spitzenkandidat zur Bundestagswahl 2009. Und dann zuletzt noch, jetzt vor wenigen Wochen, der Ingo Tische, der sicher jedem bekannt ist aus unserer Landesgeschäftsstelle, der politisch aktiv war als Beauftragter für den Pflegebereich, letzten Endes einigen dieser ständigen guten Feen in der Landesgeschäftsstelle war, der TTIP-CETA und TISA-Aktivist war und der leider nach langer, schwerer Krankheit von uns gegangen ist. Und ich würde euch bitten, jetzt alle mal in euch zu kehren und für eine Minute an diese Menschen zu denken und ihre Angehörungen. Und Laptops mal zuklappen. Danke. 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 Vielen Dank. 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 Und ich sage auch, danke, ganz herzlich zu meinen zwei Kollegen, die immer ehrlich und offen zu mir waren. Es ist Harri Möckung. Danke euch. So, jetzt kommen wir, glaube ich, ein bisschen zu Formalien. Wir müssen laut Satzung natürlich jetzt Versammlungsämter wählen, als da wären Versammlungsleiter und Stellvertretender sowie ein Wahlleiter und Protokollanten. Soviel ich weiß, haben sich jetzt gestellt, bisher im Ring frei, als Wahlleiter der Jochen Bokorn. Dann haben sich als Versammlungsleiter der Pim Reidel und der Dennis Deutschkämmer gemeldet. Und als Protokollant, das ist immer dieselbe Frage. Hallo, gibt es hier jemanden, der sich als Protokollant meldet? Ohne Protokollanten geht es nicht. Ich kann noch viel erzählen. Ich habe noch eigentlich eine Schwenkeauflage. Aber wer würde gerne, oder wer würde sich opfern, ja gutes Wort dafür, hier das Protokoll zu führen? Ja, ich hätte gerne Hände gesehen. Genau. Ich werde nachher auch noch ein Bier ausgeben. Ich steige das Ganze jetzt so langsam. Hallo, wer würde bitte Protokoll machen? Bitte, bitte. Wunderbar, hier meldet sich Protokoll. Du bist der? Adioscha. Adioscha. Ich bitte mich jetzt, darüber abzustimmen. Wer ist dafür, wer ist dagegen? Ich sehe ein überwältigendes Vertrauen euch gegenüber. Ihr habt den Top. Ich danke euch wunderbar. Und übergebe somit an die neue Weltversammlungsland. Ja, vielen Dank von unserer Seite nochmal aus. Vorgestellte Brünner auch schon. Vielen Dank Bruno für die wirklich sehr, sehr schöne Rede. Vielen Dank dafür. So, dann geht es jetzt mal weiter. Oder wir wollen ja hier ein bisschen umstrengend vorkommen. Ich gucke jetzt mal einfach in die Tagesordnung, was wir hier haben. Genau, wir haben das Abstimmen. Jetzt müssen wir das diskutieren über die Wahl- und Geschäftsordnung. Erstmal die ganzen Formalien. Die Geo gilt, wenn wir keine anderen Dinge beschließen. Ich suche hier mal. Wir gucken hier nochmal, wie wir das mit dem Beamer-Bild hinkriegen. Ansonsten sollte das alles im Klick vorhanden sein. Ich gucke mal rein. Ich gucke mal rein. Ich gucke mal rein. Ich gucke mal rein. So, wir haben hier eine Frage zur Geschäftsordnung. Gibt es da irgendwelche Gegenvorschläge oder Diskussionsbedarf? Ich sehe, das ist nicht der Fall, dann benutzen wir die einfach weiter. Zur Tagesordnung im Wiki steht noch eine Tagesordnung, wo der Schwerpunkt SMV-Diskussion als erstes drin ist. Nachdem Wahlen, die auch in Masse stattfinden werden, Zeit brauchen, würden wir ganz gerne den Block Rechenschaftsbericht in Aussprache und Anträgen über Zusammensetzung des neuen Vorstandes nach vorne ziehen, vor die SMV-Diskussion und den ersten Wahlgang auch noch vor der SMV machen. Also die Tagesordnung leicht abgeändert, von der die Wiki ist. Das gibt es. Ah, ich höre gerade eben, dass die Tagesordnung im Wiki schon korrigiert ist. Also, man kann das ja nicht darauf vorstellen. Ich habe mich unter meinem Laptop versteckt. Es gibt den sonstigen Antragsthemen X002, da ist auch noch mal drin, den aktuellen Standzug ist jetzt zur Zeit gerade, das Betonung auf zur Zeit. Wir sind ja an diesem Wochenende diejenigen, die das schaffen, viele Anträge möglichst innerhalb der letzten 24 Stunden zu stellen. Ja, die Ansatzkommission findet das immer voll großartig. Sie hat ja ihren Spaß. Folgende Antragsreinfolgen sind zu der ursprünglichen, also diejenige, die ihr als Mail erhalten hattet, geändert worden. Satzung und Programm wurde getauscht, weil bei der Satzung sehr wenige Punkte nur drin sind. Der Themenschwerpunkt ist das, was gerade erfascht. Die Reihenfolge mit Rechenschaftsberichte und Aussprache und Anträge zur Zusammensetzung und Ausrichtung ist das, was gerade Jochen schon erwähnt hat. Die sind getauscht. Dann sind Programmanträge, Satzansänderungsanträge, die nichts mit der SMV zu tun haben und nichts mit den Wahlen, die dieses Jahr zu tun haben, sind entsprechende Satzansänderungsanträge und Programmanträge zusammengefasst. Ich würde im Laufe der Versammlung, wenn neue Anträge kommen, entsprechen Sie hinten einfach hinzufügen. Daher mit der jetzigen Form, so wie sie ist, Antrag X002 würde ich zur Abstimmung stellen. Das ist unsere Tagesordnung für das kommende Wochenende zum Start des GV 10. Reine Format, ja halber, wollt ihr so verfahren? Also ihr könnt jetzt nicht mit Ja stimmen, nein. Gut, ich sehe keine Gegenstimme da. Ah, ich sehe keine Gegenstimme. Das ist ein bisschen später. Aber wir haben das hier angenommen und wir können mit der Tagesordnung weiterfahren. Der nächste Tagesordnungspunkt ist dann die Rechenschaftsberichte des alten Vorstands. Ja, schon haben wir wieder das Mikro zurück. Wunderbar. Zu meinem Rechenschaftsbericht, mein Geschäftsbereich war klar definiert Öffentlichkeitsarbeit Presse. Ich habe Interviews gegeben der Tats der Berliner Morgenpost, der Berliner Zeitung, dem RBB. Ich habe auch Interviews gegeben bei dem Online-Sender Russia Today, nachdem wir darüber sehr lange auch im Vorstand diskutiert haben, ob wir das machen wollen, sind wir zu einer Lösung gekommen, dass wir das eben partiell tun bei Themen, die uns auch in Berlin betreffen. Ich habe es in der letzten Zeit etwas weniger getan, nachdem ich wieder aus der Basisrückmeldung bekam, ja bitte mehr andere Presse. Dem wäre ich natürlich gerne gerecht gewesen, aber es ist nicht so leicht mit dem mehr andere Presse. Wir können uns das leider heute nicht mehr ganz so einfach aussuchen. Ich habe viele PMs geschrieben, ich habe Blogs geschrieben, ich habe den Versand koordiniert und auch entsprechend das Account dafür betreut. Ich mache jetzt mal einen kurzen Auszug von Pressemeldungen, die ich gemacht habe, um mal zu sehen, welche Bangenbreite dabei ist. Zum Karneval der Kulturen, zu den Stolpersteinen, zur Grünwoche Tierschutz. Gemeinsame PMs mit anderen im AGH vertretenen Parteien gegen Rassismus. Und zur Griechenlandkrise, für eine grenzenlose EU, zum Weltfriedenstag, zum Breitbandausbau, zu Heidenau, viele PMs, zum Thema Refugees und besserer Versorgung in Berlin. Netzpolitik zur jüdischen Olympiade, den Maccabi Games, zur Funkzellenüberwachung, Grundeinkommen, Kunst- und Kulturpolitik zum mittelalterlichen CDU-Familienbild natürlich auch immer wieder gerne. Sowohl berliner Themen als auch netzpolitische Themen und progressives, gerade zu den Themen, wo leider aus dem Bund zu wenig zu hören war, haben wir uns nicht nehmen lassen. Haben wir auch darüber gesprochen im Vorstand, dass wir ein Stückchen weiter hin erklärt, Netzpolitik hin und wieder machen. Ich habe sehr viele Türklinken geputzt. Ich war bei NGOs zu Besuch, von ihr Lana bis zum Forum Umwelt und Entwicklung. Ich habe zusammen mit Dennis ein Pressefrühstück zur SMV gemacht, persönliche Einladungen, Journalisten abtelefoniert, Terminabsprachen, Themensammlungen, Vertreffen gemacht im Deutschen Kulturrat Olaf Zimmermann, wo ich dann mit unseren Beauftragtinnen Kulturen sowie dem Simon Kowalewski aus dem Abgeordnetenhaus zu Besuch war. Es war ein ganz wichtiger Besuch, weil ich glaube, dass auch im kommenden Wahlkampf gerade die Kreativen und Kulturschaften in Berlin schon ein ganz wichtiger Aspekt ist, den wir für uns gewinnen müssen. Und deswegen ist dieser Kontakt wesentlich. Herr Zimmermann hat übrigens neuerdings einen Twitter-Account und ich war einer der ersten zehn, denen er gefolgt ist. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Dann habe ich sehr viele Videos produziert. Ich habe dieses über 5000 Mal geklickte NoPegida-Video produziert, was auf der von uns gekaperten Negida-Seite drauf ist. Ich habe TTIP-Videos produziert. Ich habe Videos gemacht zu den Drohnenmorden von Rammstein, der digitalen Friedensbewegung. Ich habe ein Video gemacht zu 70 Jahre Ende des Nazi-Terrors und dann mit Puppe noch zu SMV-Spenden. Es geht weiter. Ich habe mich darum bemüht, dass wir am 10.10. mit dabei sind von der Partie bei der großen TTIP-Demo oder gegen TTIP-Demo. Ich habe eine Petition gegen das Freihandelsabkommen TTIP vor dem Europäischen Parlament in Brüssel vorgetragen, wo wir doch auch relativ in Presse dann hatten. Ich hatte natürlich diverse Treffen mit Beauftragten, sei es Rolf, der für das Bündnis zuständig war und vielen anderen. Ich habe an den regelmäßigen POLGF-Mumbles teilgenommen, die jede Woche stattfinden, montags. Ich bin gleich durch. Ich weiß, das ist langweilig. Es ist in der Tat, dass es nur eine Listung von Sachen ist, die ich gemacht habe. POLGF-Mumbles, das ist etwas, was in Berlin nicht so oft besucht wurde. Das ist quasi so ein deutschlandweites Mammeltreffen, wo eben die politischen Geschäftsführer informiert werden oder sich gegenseitig informieren, was in ihren Landesverbänden jeweils los ist und natürlich auch die Beauftragten dort erzählen. Ich habe das eigentlich immer besucht aus Grunde, weil ich halt Urheberrechtsbeauftragter und TTIP-Beauftragter war im Grunde, habe dann aber auch angefangen immer dann, wenn im Slot die Frage nach Berlin kam, wo selten Leute von uns zugegen waren, dann eben auch dort immer für Berlin vorzutragen. Ich habe Demonstrationen angemeldet, wie zum Beispiel die Demolaststühle wackeln vom Kanzleramt, mich dann auch um Banner, Druck und all den Kram gekümmert, Mobilisierung. Dann habe ich bei der Rammstein-Demo mitgeholfen. Ich habe bei der Aktion zu die Toten kommen vom Bundestag auch mit einer Aktion beigesteuert, habe mich auch der liebe Simon Kowalewski unterstützt. Dann habe ich bei der Demo des Bundes vom Bundestag zur DNA-Affäre noch einen Redebeitrag gehabt. Ich habe geredet bei der TTIP-Demo, die vom Deutschen Kulturrat organisiert wurde und mich auch darum gekümmert hat, dass da ein bisschen künstlerisches Programm da ist. Dann hatte ich die Basistreffen mit zukünftigen Aktionspartnern. Gemeinsame Aufrufe mit den AG vertretenen Parteien hatte ich schon gebracht. Ich war auf der letzten WACE auf unserer Wahlkampfstrategiekonferenz, habe mich damals grob informiert. Dann hatten wir eine TTIP-Diskussionsrunde im Büro von Alex Spies, Simon Kowalewski, auch mit unserer beauftragten Kultur. Zu ihnen habe ich auch vor allem meine informelle Kommunikation hinsichtlich Fraktion gehalten, weil dadurch immer eine sehr freundschaftliche Beziehung da war. Was ich leider nicht geschafft habe und was ich hoffe, mit einem größeren Vorstand schaffe, weil es wurde wirklich extrem hart, dieser Arbeit gerecht zu werden, zu einem kleinen neuen Vorstand wirklich endlich die ganzen Squats und Bezirke und Stände zu besuchen. Ich hatte zum Beispiel zuletzt Faxe versprochen, in Steglitz auf den Stand vorbeizukommen. Ich habe es einfach nicht geschafft, weil zu viel zu tun war. Genauso Jess habe ich immer wieder mal versprochen, vorbeizukommen. Es hat nicht geklappt. Ich hoffe, wenn der Vorstand neu gesetzt ist, wie auch immer ihr entscheidet jetzt gleich darüber, wie dieser Vorstand aussehen wird, dass ich dann auch endlich viel mehr in den Bezirken tun kann, wenn es meiner Meinung nach auch wesentlich ist, um dann sehr erfolgreich in der AGH-Wahl zu agieren. So viel dazu. Ja, vielen Dank Bruno. Jetzt kommt, ich sehe Mirko schon irgendwie aufs... Achso, gibt es Fragen? Ja, gibt es Fragen zum Rechenschutzbericht? Ähm, es schrittet keiner aus dem Saal hier in die Pizzerdecke, also denke ich nicht. Und, ähm, Mirko steht jetzt hier auch schon in die Gewährbeifung. Ja. Ja. Hallo liebe Pirate. Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ähm, es freut mich sehr, denn wir haben sehr, sehr viel zu tun. Nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Monaten. Und davon hängt ganz viel ab, wie ihr sicherlich wisst. Ähm, wir leben in einem Zeitalter von Militär, Waffen und Überwachung. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil der soll ja eigentlich einen Rechenschaftsbericht halten. Okay, werde ich jetzt tun. Ich wollte euch nur daran erinnern, warum wir eigentlich diese Piratenpartei betreiben, beziehungsweise warum wir hier zusammengekommen sind. Äh, es gibt ganz viele Dinge zu tun. Die Flüchtlingsproblematik, die uns jetzt richtig extrem beschäftigen wird in nächster Zeit, da ist noch gar nicht absehbar, äh, was wir alles tun müssen, tun können und wie wir das stemmen wollen. Wir brauchen auf jeden Fall ganz viele Leute, die mitmachen. Und ich fordere euch jeden auf, der auch nur angehend darüber nachdenkt, sich irgendwie politisch zu engagieren, kommt zu den Piraten und macht mit. Ich werde dafür sorgen, dass jeder, der, ich sag mal, Langeweile hat, oder irgendwie nicht immer weiß, was er tun kann, auf jeden Fall eine Idee bekommt von mir. Diese Gesellschaft braucht unbedingt ein Update. Aber nicht nur unsere Gesellschaft, sondern eigentlich die Gesellschaften dieser Welt. wenn man sich anguckt, was zurzeit abgeht, dann gibt es so unglaublich viel zu tun. Und die Piraten sind, vielleicht ist das nicht jedem bewusst, ganz vorne dabei, weil wir sind weltweit organisiert. Wir sind weltweit vertreten. Überall gibt es Piraten, auch wenn es nur zurzeit kleine Gruppen sind. Das macht aber nichts, das kann sich ganz schnell ändern. Und ich fordere wieder alle auf, da mitzumachen. Was habe ich so gemacht? Ja, ich war auf diversen Demos, habe organisiert. Wir haben gebastelt, zum Beispiel ein Tischfeld. Wir haben Räume aufgeräumt. Wir haben umgebaut. Wir haben Ideen entwickelt. Ich werde das natürlich alles zusammenschreiben. Das ist wahrscheinlich auch angenehmer zu nachlesen, denke ich mal. Ein paar interessante Sachen will ich dann vielleicht doch erwähnen, die eben auch für die Zukunft unheimlich wichtig sind. Klar haben wir da auch Geld in die Hand genommen, wie zum Beispiel den Nima. Der war leider defekt. Der musste einfach mal erneuert werden. In dem Sinne haben wir dann natürlich auch gleich eine vernünftige Leinwand installiert. Also eine Landesgeschäftsstelle. Und haben auch gleich eine Leinwand angeschaft, die Greenscreen fähig ist. Weil wir eigentlich vorhatten, viele Videos zu machen. Man hat viele Videos gemacht, aber wir wollten eigentlich auch eine Landesgeschäftsstelle mit Leuten zusammen ja fast so eine Art Nachrichtensendung aufbauen. Daraus ist dann leider nichts geworden. Das Zeitpunkt könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Das ist alles nicht so einfach. Wir haben viele Kleinigkeiten, die ich jetzt gar nicht alle erzählen will. Weil ich glaube, das wäre auch nicht unbedingt so interessant. Wir haben uns ganz besonders mit der SMV beschäftigt. Die haben wir ja nachher als Thema. Da können wir uns ja dann ganz ausführlich darüber unterhalten. Und wir werden dieses Thema auch ganz offensiv angehen. Wir werden auf jeden Fall, also so ist meine Vorstellung und die der, also vieler weiterer Piraten, spätestens zum Anfang des Jahres wieder eine SMV haben, die so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Und mein Traum, oder ja, das scheint sich jetzt langsam abzuzeichnen, dass es tatsächlich so kommt, wir werden diese SMV bundesweit bekommen. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Ja, ich würde sagen, ich lasse jetzt mal hier diese lange Auflistung von diversen Dingen, die ich so wie getan habe, einfach weg. Und ihr könnt mich jederzeit fragen, ich laufe hier überall rum. Ich habe immer ein Mikrofon in der Hand, falls ich irgendwas sagen muss und gerade unterwegs bin, dann kann ich das jederzeit tun. Also, wer hat Fragen? Da trauen sich einige, die Fragen nicht zu stellen. Ich bitte, das ins Protokoll zu vermerken. Ja, traut euch. Auf Wiedersehen schon. Ich bin nicht hier, um mich schon zu werden. Also, vielen Dank, Herr Flo. Fragen gibt es ja nicht. Ich sehe ein Handzeichen von wem? Achso, doch. Habe ich eine Hand nicht gesehen, die beleuchtet hat. Mirko, noch mal auf den Bühlen mit dir. Zack, zack. Ich komme gerne zu Sebastian und erkläre ihm alles, was er gerne wissen möchte. Er kann probieren. Moment, Leute, pssst. Mirko, das ist zwar wundervoll, dass wir hier ein Laufmikro haben, aber ich würde mir trotzdem wünschen, wenn die Leute den Stream möchten oder könnten, dass wir auf uns im Saalmikro gehen und wundervoll zu der Versammlung sprechen können. Ja, ich habe noch so ein paar Fragen zur IT, was die SMV angeht dieses Jahr. Ich weiß jetzt nicht, ob das sinnvoll ist, das bei den Berechenschaftsberichten zu machen und danach in dem Eingetragsraum. Die Fragen werden später beantwortet. Habe ich jetzt richtig verstanden? Wir können die Fragen, wie das der Versammlung Recht ist, entweder da im Block machen, als eine generelle Aussprache. Da würde ich vorschlagen, dass ihr sagen, wie ihr das gerne hättet. Wer jetzt der Meinung ist, wir sollten erstmal alle Rechenschaftsberichte abwarten und dann generell abzustimmen, der möge ich jetzt mal bitte zustimmen oder ablehnen. Okay, das ist eine ganz deutliche Zustimmung, also machen jetzt die Vorstände erstmal ihre ganzen Rechenschaftsberichte und dann werden wir dabei gemacht. Dankeschön. So, und jetzt kommt der nächste, das ist der Harry, der steht da auch schon an der Bühne und willkommen. Ja, hallo. Guten Morgen erstmal, doch zahlreich erschienen, wunderbar. Ja, mein Rechenschaftsbericht, ich muss mich erstmal mit dieser Technik wieder auseinandersetzen. Ist das hier angeklebt? Ja. Meine Augen sind... Okay. Ja. Ihr wisst aber noch, wie ich auf der Wettelung VB für zum Zoo gewählt wurde. Das hat sich ja dann ein bisschen verschoben auf den nächsten Sonntag. Wir haben in diesen 11 Monaten, also ich habe in diesen 11 Monaten unheimlich viel verlegt. Das war für mich unheimlich interessant. Ihr wisst, dass ich eine sehr konträre Person bin. Ich bin auch manchmal etwas waffig. Und es tut mir auch leid, wenn ich den ein oder anderen mal verträgt habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Aufgabe, die mir gestellt wurde, war nicht einfach. Ich habe es mit einem Team versucht zu lösen. Wir haben es auch geschafft. Es war aber ein sehr schwerer und sehr steiniger Weg. Aber wie gesagt, man hat mir gesagt, ich soll das aber weglassen und ich lasse das jetzt auch mal weg. Also es tut mir leid, wenn ich den ein oder anderen irgendwie mal zur Barsch angefahren habe. Und ich werde das auch in Zukunft bestimmt besser machen. So, ja. Wir sind gebeten worden, nachgebeten worden. Und das Interessante war, wir hatten am dritten, vierten, ich gehe mal in den Januar rein, eine Klausur, wo wir ein Mission Statement mit unterstützt haben. Wo wir im Prinzip als Vorstand uns committet haben, Dinge zu tun. Und das Mission Statement ist ja schon von unserem alten DAFO eingeführt worden. Und wir haben es eigentlich nur auch für uns dann ergänzt und in uns aufgenommen und auch versucht, wirklich nach außen zu tragen. Ich möchte das nochmal hier kundtun, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Der Landesvorstand stellt sicher, dass die Piratenpartei Berlin eine feste politische Größe in Berlin ist und krass performt. Wir schaffen effiziente und schlagkräftige Strukturen für die politische Arbeit der Mitglieder im Landesverband. Daher wollen wir eine positive Anerkennung von Kommunikationskultur vorlegen und unterstützen die Mitglieder bei einer Umsetzung derselben. Wir, Bruno, Mika und ich, sind noch hier, denn wir lieben dieses Mission Statement als Geraden. So, ich komme jetzt mal zu meinem sogenannten Bericht. Ich wurde am 16.10. gewählt als Schatzmeister des Landesverbandes Berlin. Der Vorstand hat sich konstituiert am 28.11. Wir haben kurze Zeit danach eine Deckungslücke in Höhe von 25.000 Euro entdeckt im Haushalt 2014. Haben kurze Zeit später festgestellt, dass die Deckungslücke auf 27.000 Euro gestiegen ist und hatten ungefähr dreieinhalb Wochen Zeit, das zu ändern. Die Auswirkungen waren dramatisch, wären dramatisch gewesen, wenn wir es nicht geschafft hätten. Die Auswirkungen gehen dahin, dass die Parteienfinanzierung und der innerparteiliche Finanzausgleich, den wir im nächsten Jahr zu erwarten hätten, uns um 80.000 Euro gerafft hätten. Das heißt, wir wären kein Nehmerland geworden, wir wären ein Gehmerland geworden. Es ist ganz einfach so, es war etwas, was wir nicht akzeptieren wollten. Man musste auch ganz besonders den Gordon hervorheben, der auch wirklich sich dort richtig eingebracht hat. Weil es war unheimlich wichtig. Wir haben wirklich Dinge verändert. Wir haben wirklich besucht, in uralt Beschlüssen des LAFOs, wo wir noch irgendwo auch nur ein Euro finden. Wir haben über Jan Zimmermann eine Kampagne aufgelegt, dass wir eine Platsch bekommen. Das hat leider nicht so richtig funktioniert. Ich glaube, Gabriele weiß auch noch, was da los war. Es war alles ein bisschen chaotisch mit dem Einzahlen. Wir haben nachher gar nicht richtig gewusst, was wir hatten, aber wir haben es dann irgendwann herausgefunden. Der Punkt ist ganz einfach der, wir haben dieses Loch gestopft. Wir sind mit einem gesunden Haushalt 2015 gestartet, haben den auch vorgestellt. Das war ungefähr am 28.02. Der Punkt war der, es gab sehr viele Diskussionen wegen dem neuen Haushalt, was auch verständlich ist. Weil wir müssen einfach lernen, mit diesen Dingen auch verantwortungsvoller umzugehen. Es ist nur im Grunde genommen recht schwierig, etwas zu übernehmen, was im Prinzip so tief reingefahren wurde, dass wir im Prinzip nur noch agieren und nicht reagieren. Wir haben reagiert und nicht agiert. Und dieses Agieren ist etwas, was wir vielleicht seit zwei Monaten einfach effektiver gestalten können, weil wir endlich aus diesen ganzen Dingen raus sind. Wir haben einen Haushalt vorgestellt. Der Haushalt wurde stark diskutiert. Nicht nur im Vorstand, auch in der Chassisquot, in der Basis als solches. Wir haben im Mai alle Fragen im Grunde genommen beantwortet. Wir haben Piraten mit reingenommen in den Prozess, um sie teilhaben zu lassen und auch zu verstehen, was wir denken und dass wir auch verstehen, was sie denken. Ich möchte aber ganz einfach sagen, Leute, wir sind eine politische Partei. Wir sind einfach kein Kremaler. Wenn wir nicht unser Geld in unsere Wahlkämpfe und in unsere Öffentlichkeitsarbeit stecken, dann haben wir da draußen keine Chance, weil wir verkaufen Öffentlichkeit. Wir verkaufen Politik. Und das ist das, was wir auch machen sollten. Wir sollten einfach davon weggehen, dass wir uns hinstellen und sagen, ja, wir müssen das aber machen wie ein Verwaltungsbetrieb. Das ist ja alles wirklich schön. Man verwaltet ja auch eine Partei. Aber wie gesagt, wir sind eine Partei. Und wir sind die Piraten. Und wir haben gesagt, wir wollen anerster Sache. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir es halt nicht sind. Und daran arbeite ich auch. Der Punkt war, wir haben wie gesagt das Loch gestopft. Wir haben gerade den Haushalt 2015 im... Oh, warte. Muss weitergehen. Könntet ihr eure Diskussion irgendwie so fühlen, dass ich nicht gestört werde? Danke. Wir haben wie gesagt die Spendenkampagne vorbereitet. Wir haben das Geld eingesammelt. Wir haben im Prinzip diesen Haushalt verabschiedet im Juli. Und... Jetzt geht es weiter. Ich sehe hier so viele Sachen. Ich habe mir das so schön hier ausgebaut. Ich hoffe, ich habe es gesperrt. Ja doch, okay, alles klar. So. Eine Sekunde. Ja, wir haben dann den Haushalt... Ja, wie gesagt, der wurde bei uns diskutiert. Wir haben beantwortet. Das war alles wunderbar. Und auf einmal bekamen wir etwas vom Bund, wo wir uns fünktlich erschrocken haben. In den Jahren davor hat dieser Landesverband an den Bund überhaupt kein Geld besagt. Die 40 Prozent, die dem Bund zustehen, wurden jetzt halt. Wir reden hier von einer Summe von 35.000 Euro, die hier im Mai, auf einmal uns im Mai vor die Füße fielen. Und da haben wir uns gedacht, was ist denn hier los? Wir mussten diesen ganzen Haushalt, den wir eigentlich schon fast fertig hatten, wieder umstricken. Weil uns irgendwo 48.000 Euro, also 38.000 Euro fehlten. Die waren einfach nicht mehr da, weil der Bund uns das Geld nicht überwiesen hat. Der Bund hat das Geld verrechnet. Man hat auch nicht großartig mit uns kommuniziert. Ich habe eine ganz interessante E-Mail vom stellvertretenden Schatzmeister des Bundes bekommen, wo drin steht, ja, der Norden hat Gehör, hat Harry, und ich schicke dir mal hier ein paar Zahlen. Das waren Zahlen von 5.000 Euro. Als wir dann die Überweisungsbelegung von 2.600 Euro sahen, da haben wir gedacht, was ist denn hier passiert? Und bis heute haben wir keine Aufstellung, inwiefern das zusammenhängt. Und wir machen Druck, Druck, aber wie gesagt, das ist irgendwie, ja, vielleicht interessiert es mich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, jedenfalls ist der Punkt jetzt einfach so, wir mussten halt den Haushalt umstricken. Wieder. Dann haben wir ihn wieder umstricken. Wir haben den Haushalt dann im Prinzip beschlossen, im Vorstand, in unserem sogenannten Kleinvorstand. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte auch noch mal bedanken bei Melker und bei Bruno, dass wir diese Sachen so gemacht haben. Weil, natürlich ist es nicht einfach, wenn wir als so kleiner Vorstand uns hinstellen und sagen, ja, wir haben das jetzt noch beschlossen. Das ist ja nicht so, dass wir Leute ärgern wollen. Aber es geht ganz einfach auch so ein bisschen um die Zukunft dieser ganzen Geschichte. Und auch wir haben das Recht, eine Zukunft zu gestalten und auch für uns selber zu gestalten. Und ich glaube halt an diese Bewegung, das ist einfach so. Und ich bin immer noch, und ich werde auch, solange ich im Prinzip hier stehen kann, für diese Zukunft kämpfen. So einfach ist das. Ich, wie gesagt, wir haben dann diesen 35.000 Euro vom Bund, die dann nachher 38.000 Euro waren. Wir sind aber noch dran, wir werden auch die Zahlen kriegen, definitiv. Da werden wir definitiv besorgen. Es ist ganz einfach so, die Arbeit war nachher auch unheimlich viel. Weil wir haben im Prinzip mit drei Leuten diesen Landesvorstand organisiert. Wir hatten Hilfe von der Schatzis dort, wir hatten Hilfe von der Presses dort, wir hatten Hilfe von einigen anderen Piraten. Aber im Grunde genommen müssen wir viel mehr im Prinzip uns einbringen. Mithelfen, Dinge tun, einfach mitorganisieren. Und das ist das, was Melko sagte, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen es gemeinsam schaffen, wir dürfen nicht konträr arbeiten. Diese Geschichte mit der SMV, ich sage euch das ganz ehrlich, das tut mir im Herzen weh. Ich habe 2014 gesessen in den Crews und habe die Leute gesehen, die rumgegangen sind und die SMV verkauft haben. Ich habe 2013 in Neumarkt gesehen, wie wir mit der Idee gescheitert sind. Und ich habe eine ganze Pressegruppe dort hinten gehabt, von ARD bis ZDF, die enttäuscht gegangen sind in Neumarkt. Und da haben wir einfach verkackt, weil wir nicht in der Lage waren, gemeinsam etwas wie eine SMV oder eine Mitglieder einfach zu erarbeiten. Einfach mal hinzugehen und zu sagen, okay, wo liegt das Problem? Lass uns eine Gruppe bilden, lass uns das machen. Aber einfach hingehen und Dinge machen ist gut, aber wir müssen sie halt richtig machen. Weil wir tun das nicht nur für uns, wir tun das für alle Piraten in Deutschland und vielleicht auch noch viel weitgehender. Ich hatte vier Geschäftsbereiche. Entschuldigung, ich habe vier Geschäftsbereiche. Ich habe den Bereich Personal, ich habe den Bereich EGS, ich habe den Bereich Schatzmeisterei, Finanzen. Und ich war da, glaube ich, noch die Wendplanung, jetzt habe ich auch noch die Gebietsversammlung. Und also, ich habe alles Mögliche. Ich bin aber kein kraftgebiger Mensch. Ich gebe gerne etwas davon ab. Wirklich. Der Punkt ist, dass man sagt, es muss so gemacht werden und wir haben es getan. Das ist das Commitment. Das ist das, was wir uns committed haben. Als wir uns aufgestellt haben hier und uns wählen lassen haben von euch. Das höchste Gut für mich ist diese Versammlung. Nichts anderes. Ihr seid diejenigen, die uns machen lassen oder nicht machen lassen. Aber das ist euer Recht. Und ich, deswegen auch diese ganzen Fragen, Rücktritt und alles, das gibt es für mich nicht. Ihr könnt das machen. Ich mache es nicht. Weil ich bin Demokrat und Pirat. Ich stehe hier, solange dieses Segel Wind hat. Und wenn es nur ein bisschen Wind hat, dann nehmen wir das Boot, setzen wir uns auf dieses scheiß Wasser und hudern. Bis es wieder wintert. Aber diese Gesachen kaputt zu machen, ist falsch. Weil, wir sind hier. Okay, ich sollte wahrscheinlich sehr viel mehr euch an Zahlen liefern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben alles vorbereitet in der P9-League. Wir haben die Möglichkeit, euch etwas zu liefern. Und das ist auch ein WTM, unsere Kassenprüfer. Wir werden uns hinsetzen. Wir haben für euch die Dinge vorbereitet. Sowas gab es bisher noch nie in dieser Form, in diesem Landesverkunft. Wir sind in der Lage, richtige Rechenschaftsberichte vorzulegen. Die aber so vorzulegen, dass die Kassenprüfer das auch im Prinzip in Ruhe verstehen können. Deswegen hatte ich auch diesen Vorschlag gemacht, diese Rechnungsprüfer wieder einzuführen auf einer LNVB. Weil ich glaube, wir haben nebenan einen Raum. Man könnte sich dort hinsetzen und könnte innerhalb von einer Stunde das genau sehen, was passiert ist. Und was passiert. Und das ist eigentlich der Vorteil bei der ganzen Geschichte. Wir haben uns wirklich bemüht und wir haben das auch umgesetzt. Das war nicht einfach mit uns, das weiß ich und ich möchte mich auch wirklich dafür entschuldigen. Aber es ging irgendwie alles nicht anders. Weil uns vielen ständig Sachen vor die Füße sind. Zur SMV möchte ich ganz einfach nochmal eins sagen. Ich wurde von unserem alten Vorstand aufgefordert, die Kosten für die SMV in 2014 zu bezahlen. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe das am 2. Januar 2015 getan. Weil wir von unserer Geschäftsbereich Finanzen haben die Kosten im Haushalt drin. Unser voriger Vorstand hatte die Kosten nicht im Haushalt drin. Das ist der Punkt. Man hätte ein NATO-Vorschlag machen müssen, es wurde nicht getan. Wir haben dafür gesorgt, dass das bereinigt wurde. Und wir sind definitiv nicht die Bösen. Es gibt nämlich gar keine Bösen dabei. Es gibt nämlich nur Menschen, die die Dinge nicht verstehen. Und da müssen wir uns hinsetzen und gemeinsam einen Weg finden, aus diesen Ländern auszufahren. So, ich danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Frage ist eigentlich nur, gibt es eine ungefähre Vorstellung, wie der Landesverband Berlin derzeit aufgestellt ist? Das ist finanziell. Gut. Das tut mir leid. Das ist einfach so. Wir sind gut aufgestellt. Wir haben Rüttel angebildet für den Wahlkampf 2016. Wir haben halt diese Dinge so getan. Und wie gesagt, wir sind gut aufgestellt. Und wir werden auch dieses Jahr wieder unser G-Mann anschaffen, unser G-Mann anschaffen. Das heißt, wir bekommen dann auch nächstes Jahr zum Wahlkampf wirklich dieses Geld vom Bund. Weil wir haben ja jetzt dieses Jahr dafür geblutet. Hallo liebe Versammlung. Ich war auch mal in diesem Vorstand. Ich bin nicht mehr in diesem Vorstand. Der Grund dafür ist der maximale Realitätsabstand, der gerade präsentiert wurde. Ich denke, für die Piraten mit Transparenzrechenschaft und so, Rechenschaft und so weiter, soll das wichtig sein, den Haushaltsplan früh zu haben und nicht im Juli. Dass gesagt wird, jawohl, wir haben Haushaltsplan im Juli und das noch als besondere Rungenschaft angepriesen wird, verwundert. Dass gesagt wird, die Leute wären eingezogen worden, verwundert auch. Im wesentlichen Grund wurden die Fragen abgewimmelt und der Haushalt wurde an einem Mittwochnachmittag beschlossen, wo er an einem Mittwochabend, auf einer Landesvorstandssitzung hätte beschlossen werden können. Interessant ist auch, dass gerade eben am Schluss gesagt wurde, die Kosten für die SV... Da siehst du ein Commitment zur SMVB. Es war im Haushalt 2015 auch schon in dem Zeitraum drin. Die Einarbeitung in den Haushalt hat schon stattgefunden. Und der Punkt ist ganz einfach, wer die Vorstellung des Hauses hat, hat erst im März stattgefunden. Aufgrund von vorrängenden Diskussionen. So, ja. Ich glaube, ich hatte vorhin auch einen Fehler gemacht. Die Fragegeschichte sollte tatsächlich noch locker am Ende erfolgen. Du willst ja auch noch was sagen, wie du mich gerade anguckst. Ich habe vorhin ein kurzes Meinungsbild abgefragt, wann wir die Aussprache machen. Da hattet ihr ja gesagt, ihr möchtet gerne die Rechenschaftsberichte des einzelnen Vorstandsmitglieds erstmal anhören. Und dann gibt es die Aussprache. Wir haben jetzt von drei LAFOS die Rechenschaftsberichte gehört. Viktor haben wir nicht gesehen. Deswegen sind wir davon ausgegangen, dass wir die Aussprache jetzt dann schon machen können. Auch wo Fragen gestellt werden können. Aber jetzt der guten Ordnung halber ist der Viktor da, wenn er noch was sagen möchte. Gut. Wenn es nicht der Fall ist, dann machen wir jetzt weiter. Ganz normal mit den Fragen. Nicht, dass da eine Verwirrung aufkommt. Bitteschön. Bist du der Ansicht, dass ein Haushalt beschlossen werden muss? Oder reicht das, wenn der Staatsmeister das einfach so deklariert und geplant? Der muss beschlossen werden. War der Haushalt im Januar geschlossen? Nein. War deshalb deine Aussage vorhin gerade neben, dass du das im Januar gezogen hast, damit es ordentlich gemacht wird, richtig? Oder war die Unwähling nicht richtig? Die war richtig. Es hat ganz einfach damit zu tun. Es gibt einen Forschungsbeschluss, dass diese Unpopika-Rechnung bezahlt wird. Und dem bin ich nachgekommen. Ich habe natürlich das Recht gehabt, hätte das Veto einzulegen. Ich habe es nicht getan aufgrund dessen, dass wir eine SMVB haben wollen. Und das war auch ein Beschluss innerhalb dieses Forschungsbeschlusses. Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen der Frage. Noch dazu. Es lag in meinem Verantwortungsbereich. Und ich glaube, das habe ich dann doch ganz gut gemacht, weil sonst hätten wir gar keine SMV gemacht. Und du hast das Wort. Vielen Dank. Vielleicht zur Information. Ich habe da als einer der Kassenprüfer gewählt zum Rechenschaftsbericht. Harry, der Rechenschaftsbericht soll Ende Mai an den Bundesvorstand vorgelegt werden. Warum wurde er nicht rechtzeitig vorgelegt? Weil wir das Jahr 2014 komplett nachbuchen mussten. Ich habe im Exzember 2014 den ehemaligen Staatsmeister mit einem Finanzbudget beauftragt, bis 31.12 Uhr zu buchen. Es wurde irgendwie nicht gemacht. Es waren Fehlbuchungen. Und unsere Zink, unsere Dame, die die Buchhandlung für die Piratbüter dort in Berlin macht, musste das ganze Jahr 2014 nachbuchen. Und der Rechenschaftsbericht liegt beim Bund und ist auch im Grunde genommen fertig. Wir haben den Rechenschaftsbericht noch nie gesehen. Wir konnten auch nicht nachvollziehen, warum nachgebucht werden musste. Die letzte Information, die wir hatten, war von Michael Karasik. Wer ist hier? Die Kasse. Entschuldigung, deshalb habe ich mich vorgestellt. Also, die letzte Information war, dass die Kasse Ende November vollkommen in Ordnung war. Wir konnten nie nachvollziehen, ob wirklich falsch gebucht war. Warum hast du nicht uns stärker eingeweiht? Der Bundesministerium fragt ja, ich weiß nicht, welche Kasse du jetzt meinst. Meinst du die Barkasse? Moment, Moment, Moment. Also, ich weiß, in den Formulatjahren, wir sind ja quasi in der Neuwahl, Nachwahl eines Vorstandes. Und ich weiß, dass einer die Berichte der Kassenprüfer dann auch kommt. Nein, wir wissen ja nichts. Wir haben keine Unterlagen. Okay, wie wir es noch mal sagen. Dann frag, also frag den Harry und danach kann dein Bericht, beziehungsweise haben wir aufgestrichen, beziehungsweise frag den Harry einfach mal. Also bitte alles in einer Frage. Tja, Harry, warum wurde keine Zusammenarbeit vereinbart? Du hast alle Termine abgesagt. Warum hast du die Termine mit uns immer abgesagt? Wir haben Termine gefunden, mussten die Termine absagen aufgrund von Veränderungen und Sachlagen, wie zum Beispiel im Mai. Wir wollten das schon sehr viel früher tun. Nur diese 35.000 Euro, die nachher 35.000 Euro waren, die uns der Bund gekürzt hat, das ist auch etwas gewesen, was uns dann sehr überraschte. Der andere Punkt ist ganz einfach der. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das zu tun. Wir hatten Thomas Gaulein geladen, als Bundeskassenprüfer diese Kassen bitte einmal zu prüfen. Wir haben auch, wenn ihr wollt, kein Problem, können wir nachher noch die ganzen Unterlagen hierher holen. Wir haben alles fix und fertig für eine Buchprüfung. Die Kassenprüfung, die du gerade angesprochen hast, im November war die, nicht im Dezember. Wenn du diese Kassenprüfung als das Nonplusultra der Kassenprüfung nimmst, dann ist das okay. Der Punkt ist ganz einfach der. Das Kassenbuch haben, glaube ich, einige von euch schon gesehen, was da drin war. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, Leute, ich möchte darüber nicht reden. Ich möchte da einfach nicht drüber reden, weil das ist eine Katastrophe. Und das wisst ihr auch. Das ist der Punkt. Wir haben uns darüber unterhalten. Und wenn wir aufarbeiten müssen, dann müssen wir auch vielleicht mal Termine verschieben. Das tut uns leid. Das ist halt so gewesen. Aber das war keine böswillige Absicht. Warte, 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 warte. Ich war hier gerade ein bisschen laut. Ihr dürft euch hier gerne anstellen. Also das ist nicht ersichtlich für mich. Vielleicht ich jetzt gerade noch eine Frage. Gibt's noch? Wer fühlt die Schlange von hinten an jetzt eigentlich? Ich gehe da hinten. Stellt euch den hier vorne. Oder wollt ihr hier? Ja. Gut. Dann sagt das nicht. Gut, ich habe jetzt doch zu diesen etwas merkwürdigen Punkten ein, zwei Nachfragen. Zum einen, ich sehe nicht, warum die Berliner Kasse vom Bundeskassenprüfer zu prüfen ist. Dafür haben wir hier die Berliner Kassenprüfer gewählt. Da sehe ich ein Feld. Jetzt sage ich ganz deutlich. Und ob die Kasse katastrophisch übergeben soll, ist es nicht. Ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt als Kassenprüfer. Das ist egal. Erstmal mit den Kassenprüfern alles durchgehen. Also da muss ich dich gerade fragen, warum das nicht so geschehen ist. Die zweite Frage geht jetzt nochmal zurück an diese jetzt doch so umstrittene Buchung. mit dem SMV. Gab es zu diesem SMV zum Zeitpunkt, wo du das bezahlt hast? Einen Vertrag? Ja oder nein? Wenn ja, dann ist sowieso keine Frage. Verträge müssen erfüllt werden. Ja gut, ich mache das mal ganz schnell. Der zweite Punkt. Ja, wir haben einen Vertrag. Darüber werden wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen unterhalten über den Vertrag. Das erste Frage ist logisch, wäre klar. Wir hätten, also ich hätte das früher machen können, müssen. Aber es war halt irgendwie durch die Zeit. Ich weiß gerade einfach, es war also wirklich keine böse Absicht. Der Punkt ist ganz einfach der, wir hatten nochmal eingeladen kurz vorher. Und wir hatten gebeten, den Thomas Gau dazu zu kommen, weil wir etwas gemacht haben, was einer Rechnungsprüfung gleich braucht. Das wurde jetzt nicht gemacht, aber weil unsere Kassenprüfer aus verständlichen Gründen, die waren im Urlaub, die hatten mit anderen Sachen zu tun. Das war vielleicht auch ein bisschen kurzfristig, wie wir eingeladen hatten. Aber dafür entschuldige ich mich nur, es ist ganz einfach so, es ist keine Absicht gewesen, das so zu kommen. Ich habe drei Fragen, aber ich würde noch jemanden dazwischen lassen. Die erste Frage ist, du sagst, dass in der P9a alles fertig ist und du könntest das jetzt herholen. Das klingt ja nach einer Super-Ankündigung, habe ich auch schon mehrmals gehört, warum hast du das nicht einfach mitgebracht, wenn alles fertig ist? Heute wäre das Supergelegenheit, das zu machen. Ja, ich habe es gestern Abend, als wir auf 11 Uhr dann in der P9a waren, ab dem wir ja fertig mal mit aufbauen und noch die Urnen geholt haben, um diverse andere Sachen einfach vergessen, auf den Stein zu nehmen. Aber ihr werdet mir sicher nicht vergeben. Es ist nicht so, dass es nicht da ist, wir haben es vor Ort. Warte, warte, warte. Vielleicht als Zeichen des guten Willens, morgen ist ja auch noch ein Tag, ob ihr das dann mitbringen wollt, möchtet vielleicht? Ja. Moment, Moment, Moment. Stehst du noch an? Gut. Ja, es wurde ja finden, mitgeteilt, dass wir gut aufgestellt sind. Ich würde dann gerne wissen, wie das sich in Euro ausdrückt und am besten in Euros, die gerade auf dem Konto sind. Und wenn man die Unterlagen holen muss, die kann man auch in den Taxi holen, hier ist das Geld dafür hinterlegt, da vorne am Tisch. Also dein Geld brauchen wir nicht angesagt, so. Jetzt kannst du aber trotzdem Spendenbücher noch nicht. Aber ich würde dich nicht bitten, das hier hinzulegen, sonst jammerst du nachher wieder, dass du keine Spendenbücher noch bekommen hast. Also, der Punkt ist ganz einfach der, wir sind hier in Berlin, also es ist kein Problem, die Sachen zu holen und wir werden das auch dann tun. Und dann können wir auch gerne mit den Kassenprüfern das durchziehen, wenn ihr das wollt, es ist wirklich kein Tipp. Ähm, war noch eine Frage, fangst du? Nee, hab nicht. Glaub nicht. Doch, doch. Moment, es gab die Frage nach den Zahlen, nach den konkreten Zahlen. Achso, die Zahlen, ja, die Zahlen. Ich könnte jetzt hier, ich mache das gleich mal so fertig, dass ich dir gleich den Stand gebe, ich müsste dafür jetzt in das Programm rein und das kann ich nicht mit dem Finger machen, weil ich dafür mal eine Maus brauche. Okay, jetzt, wolltest du noch eine Frage? Ja, vielleicht, äh, gibt es noch irgendwelche größeren Verbindlichkeiten des, äh, Landesverbandes anderen Leuten gegenüber, die noch nicht beglichen sind? Irgendwas über 1000 Euro oder so? Ja. Wie viel ist das so? Ich höre mit allen Leuten, ich sage mal, da kommen jetzt noch Reisekosten dazu vom Wochenende. Äh, also machen es nur Beträge über 1000 Euro? Gute Frage. Äh, ich warte immer noch auf die Zahlen von WIG geworben, wenn ich die dann mal habe, dann weiß ich noch, wir haben einen genauen Überblick. Es gibt einen Umsetzungsverantwortlichen für einen Beschluss, mit dem ich mich getroffen habe und der mir bis heute nichts geliefert hat. Also noch mal zur Nachfrage, du klämst die ganzheitliche Kassenlage, ich kann es dir aber besorgen, du hast die Unterleidung, ich kann es dir aber besorgen und es fehlt noch Vermittlichkeit und dann kannst du dich aber darum kümmern, dass das besorgen wird. Habe ich zu verstanden? Das hast du wirklich verstanden, genau. Absolut. Ich habe da jetzt doch noch mal eine Nachfrage. Ich finde das ein bisschen komisch, dass der oberste Dienstherr sozusagen über die Finanzen nicht einen genauen Überblick hat, welche Ausgaben sozusagen da noch so auf einen zukommen. Und da wüsste ich ganz gerne, wie ihr das denn jetzt halt habt. Also für dieses Jahr, da sind irgendwie so andere mitverantwortlich, die was zuliefern müssen, kann ich ehrlich gesagt so nicht akzeptieren. Ich hätte da schon ganz gerne gewusst, wie das Verfahren dann wirklich ist, wer da was, wie, wem entsprechend Auskunft geben muss. Es gibt einen Beschluss des Vorstandes und der darf ich leider lahmlich nicht nennen, ausgrund dessen, dass wir hier Persönlichkeitsdaten im Grunde genommen haben. Das Punkt ist, es gibt einen, nein, das darf ich nicht. Ich mache das einfach nicht. Ich brauche auch nicht eine Anweisung von... Wie ist das denn mein Beziehlichkeitsrecht? Ja. Wir haben einen Umsetzungsbeauftragten für diesen Bereich, das ist der Viktor. Und der Viktor wurde eingeladen, er soll bitte diese Sachen so uns übergeben, damit ich sie im Prinzip auch abschließen kann. Bei dem Gespräch war Melko dabei, hat das mitbekommen und ich habe bis heute überhaupt keine Angabe von Viktor, wie dieser Auflösungsvertrag aussehen sollte. Aus diesen Runden warte ich einfach mal, bis der Viktor das dem mir oder vielleicht mal eine Nachfolge bringt. So, jetzt setze ich Sebastian. Ja, Sebastian in meinem Blau-Kindau nochmal. Ja, du wolltest eine Frage stellen. Ja, zwei Fragen. Erste Frage. Wurden eigentlich alle Gehälter und Rechnungen immer möglich bezahlt? Zweite Frage. Du bist als Staatsmeister für das finanzielle Wohlergehen des Landesverbandes verantwortlich. Wenn du siehst, dass irgendwas nicht kommt und das dann ein Mahnverfahren vor Gericht ist, denkst du nicht, dass du eingreifen solltest? Ja, ich sollte dann eingreifen, wenn ich das mit dem Justizjahr besprochen habe. Ich weiß jetzt nicht, ob was du in Ausspieß oder im Mahnverfahren, ist da was gekommen? Ah, ist was gekommen? Also ja, dann kann ich das bestätigen, jetzt ist das gekommen, vor ein paar Tagen. Aber wir sind halt in den Vorbereitungen und wie gesagt, es gibt Fristen. Ich sehe der Sache eigentlich ganz nicht da noch ein vernünftiges Auge. Es wird ganz einfach dann bearbeitet, wenn es dann anliegt. Ganz einfach. Ja, mein Schockzustand hält an. Also wenn der Verantwortliche über die Finanzen keinen wirklichen Überblick darüber hat, ob Mahnverfahren anhänglich sind, rechts und rechts. Ja, das kann ich gerade zugeben. Also, tut mir leid. Ich habe da nicht mehr so ein großes Vertrauen, wenn der Oberste keinen wirklichen Überblick über die Finanzen hat und irgendwelche anderen Leute beschuldigt. Ich frage mich, ob du überhaupt in der Lage bist, das jetzt hier noch zu überblicken, die Finanzlage und einen wirklichen Überblick hast. Also, ich habe einen richtigen Überblick. Das zweite ist, ich bin der Schatzmeister des Landesverbandes und in gleicher Funktion sogar im Bereich Recht noch angesiedelt. Aber wir haben einen Justiziarum, mit dem werden wir ganz normal diese Geschichte Mahnverfahren besprechen. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Ich bin nicht als Schatzmeister dafür da, jetzt zu sehen, ob dieser Mahnverfahren, vielleicht ist der Mahnbescheid auch nicht richtig. Da kann ja auch ein Fehler drin sein. Also, wie gesagt, es gibt also mehrere Gründe. Das kam vor ein paar Tagen rein. Ich weiß über diesen Antrag und ich weiß über diesen Mahnbescheid. Also, ist es nicht so, dass ich das verleugnet habe. Es ist einfach so, es ist ein Bearbeitungsprozess und wenn der da angeschlossen ist, wird das auch im Prinzip verkündet und fertig. Ja, ich würde dann ganz gerne, also ich will jetzt hier keine Diskussion abbrechen, aber den Antrag auf schließende Rednerliste, also sprich, muss soviel wie möglich einreichen. Ich will den Antrag auf den Moment. Moment, Moment, Moment. Die guten Menschen, bitte dort hinten an der Schlange einreihen. Also, jetzt strömen hier ganz viele aus allen Richtungen. Sobald ich gesehen habe, gibt es hier, da ist so eine komische Säule und die stellen sich aus irgendwelchen Gründen immer dort alle an. Genau, eigentlich bitte hier vorne an der Banner anstellen oder dahinter einreihen und so weiter, und der dir die Schlange anfühlt von hinten und darf sich freuen. So, ich hoffe mal, also ich warte, bevor wir mit der Frage anfangen, Möchte noch jemand, dann haben wir gleich die ganzen Aufruhe und so weiter, also Bewegung, Bewegung, Bewegung. Faxe, läufst du? Okay, das sei dir nicht. Okay, dann geht's groß. Ja, jetzt machen wir natürlich eine GO-Antrag auf schließende Rednerliste. So, jetzt alle auf die Liste setzen, zack, 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 bumm, bumm. Und danach stimmen wir dann überhaupt. Den stimmen wir dann überhaupt. Dann machen wir es so. So, ihr seht die Rednerliste unerfolgt. Das ist ja hier noch unglaublich. Redeliste! Zack, zack, karte, bumm, wer ist dafür, dass wir Redelist im Schluss treffen? Nein! So, das sieht auch unerfolgt aus. Okay, dann ist die Rednerliste schon jetzt geschlossen. Und, ähm... So, und es geht weiter. Hallo, Hadi. Es gab im Rahmen der Veranstaltungsplanung einige Nachfragen bezüglich der Abrechnung 2014. Also, es ist richtig, dass die gesamten Buchung 2014, als es im November genommen wurde, dass alles nochmal wiederholt werden musste. Dass das ganze Jahr 2014 nochmal neu abgearbeitet werden musste. Und dass da die Verzögerungen dann bei der Veranstaltung 2015 sind. Ja, also ich komme jetzt nochmal zu diesem Mahnverfahren, da sollte im Rahmen einer Kündigung was bezahlt werden. Der Betrag ist auch bekannt, aber der Schatzmeister hat das bisher nicht überwiesen, weil Victor irgendwas noch nicht gemacht hat. Ja, ich meine, ich habe ja lange Zeit in der Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet und kenne mich dann doch ein bisschen mit so fristenden Mahnverfahren raus. Also im zivilrechtlichen Prozess auch nach zwei Wochen dagegen Widerspruch einzulegen. Im arbeitsgerichtlichen Mahnverfahren ist es eine Woche. Insofern frage ich mich jetzt natürlich, ob die Frist bisher schon sozusagen verpufft ist oder ob da jetzt sozusagen das noch geprüft wird und man sich innerhalb dieser Frist befindet. Und ja, also ich muss meine Verwunderung darüber nochmal zum Ausdruck bleiben. Okay, und eine Verwunderung jetzt zur Schließung. Die Frist ist noch bewahrt und damit ist deine Frage noch nicht beantwortet. Ich möchte gerne wissen, was für eine Mahnung es sich hat und was wird angemahnt bzw. wie viel, wie hoch ist dieser Betrag? Wir reden jetzt seit fünf Minuten über dieses Mahnverfahren. Ist das, was als existenziell den Landesverband Berlin betrifft? Definitiv nicht. Unser derzeitiger Kontostand ist 112.000 Euro und 925,56. Und das Mahnverfahren bezieht sich glaube ich auf irgendwie 2.400 Euro oder so. Ich weiß es nicht genau, weil wie gesagt, es gibt einen Umsetzungsbeauftragten laut UB-Antrag. Und der Umsetzungsbeauftragte ist Victor und der Victor sollte jetzt seine Sachen machen, weil ich habe genug zu tun und brauche mich nicht nochmal um diese Geschichten zu kümmern, wenn es eine Umsetzungsbeauftragte geht. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird Harry seinen Bericht dann morgen noch nachholen mit den Zahlen. Und dann ist die Frage, es gibt ja glaube ich noch einen Vorstandsmitglied, was noch nicht berichtet hat. Es wird glaube ich auch noch nachgeholt oder gibt es jemand anders, der für diesen Vorstandsmitglied berichtet? Denn ich möchte eigentlich schon über Plättenrechenschaftsbericht und nicht irgendwie Teile haben. Also meine Frage, wo, was gibt es noch als Forschungsmitglied und wann berichtet das oder wer berichtet dessen Arbeit? Und die dritte Frage ist, gibt es ein offizielles Statement zu den verschiedenen Rücktritten? Denn ich habe versucht nachzuforschen, da wurde mir nicht deutlich, warum Leute zurückgetreten sind. Das müsste doch eigentlich auch berichtet werden. Ich fahre mal hinten an. Das müsstest du dann nicht zurückgetreten anfragen, die kann ich leider nicht beantworten. Ja gut, ich habe nur Rücktritte bekommen und irgendwelche Pressdinge, die ich persönlich nicht so richtig gelesen habe, weil, wie gesagt, der Vorstand hat funktionierend gearbeitet. Es gab dann wohl Probleme bei einigen Leuten und die sind dann halt gegangen, das ist halt so in einem demokratischen Land. Die Gründe als solches kann ich persönlich nicht nachvollziehen, weil wir haben uns im Januar committet für diese Sache noch nicht. Die andere Frage war mit dem Bericht, es ist morgen so, wir bringen die ganzen Unterlagen her, werden sie nebenan in dem Raum platzieren. Die Klassenprüfer können sich das angucken, aber auch jeder andere kann sich das angucken. Damit er mal eine Vorstellung bekommt, wie sowas auszusehen hat, weil das gab es so in dem Fall noch nie in dem Leben. Und wir machen das morgen, oder wir können das auch versuchen, heute Nachmittag noch zu regeln. Wie gesagt, das ist jetzt nicht irgendwie Verschleppung, das ist einfach, weil ich es vergessen habe und das passiert. Die erste Frage muss ich, ich habe mich da nicht so richtig erst mehr auf den Schirm. Das waren drei Fragen, ne? Ja, das ist eine gute Frage. Bruno, möchtest du das berichten? Das ist jetzt auch nicht tatsächlich, diese ganzen Neumalen und so weiter. Also, soweit ich das jetzt so stehen mache. Genau, und ich habe jetzt nicht zum Urteil, was hier als Rechenschaftspflicht gilt. Also, ich bin, ähm, aber das haben jetzt gerade die Vorstandsmitglieder geliefert. Okay, da hast du natürlich recht. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht wollen ja die ehemaligen Vorstände hier oben kommen und hier einen Bericht bringen. Ich habe da nichts gegen, aber ich weiß nicht. Also, ich persönlich mache jetzt nicht die Vorstellung für andere Leute. Also, es gibt keinen weiteren Vorstandsmitglied. Es gibt noch einen Vorstandsmitglied, aber er ist nicht da. Also, wir müssen jetzt mal hier ein bisschen Struktur wieder reinbekommen. Das wird alles etwas unruhig. Damit wir mal schauen, wo wir sind. Wir sind im Moment bei den Rechenschaftsberichten, in denen nicht ausdrücklich drinsteht, dass es darüber eine Aussprache gibt. Aber wir befinden uns jetzt gerade schon. Haben wir auch gesagt, es muss laufen, der Vorstand, der hat sich zurechtfertigt. Jetzt, im Übrigen sieht die GO auch nicht vor, dass ein Vorstandsmitglied automatisch auf jeden einen Band etwas zu sagen hat, sondern die Versammlungsleitung erteilt dann bei Bedarf das Wort, um hier mal diese Struktur zu sehen. Jetzt kam hier gerade auch noch die Anregung, dass die zurückgetretenen Vorstandsmitglieder auch noch etwas sagen sollten und man gegebenenfalls diesen Punkt auch so lange vertagt, bis die dann etwas gesagt haben. Das sehen wir etwas kritisch. Der Vorstand hat unter dem Tagesordnungspunkt Rechenschaftsbericht oder Rechenschaft zu überlegen. Wenn ein Vorstandsmitglied, und sei es auch ein zurückgetretenes, nicht da ist, dann ist es halt nicht da. So, wenn die Versammlungsleitung anders sieht, dann werden wir das selbstverständlich so machen. Aber dann würde ich sehr gerne mit eurem Einverständnis von euch ausdrücklich die Ansage bekommen, dass wir diesen Punkt dann nach hinten verschieben. Ansonsten verbleibt es dabei, wer bei diesem Tagesordnungspunkt vom Landesvorstand, sei es zurückgetreten ist oder nicht, da ist. Und was sagt, sagt was. Und wer nicht da ist, der sagt nichts. Gut. Also, die Frage an euch jetzt. Möchtet ihr, dass der Vorstand, soweit er hier anwesend ist, die Rechenschaftsberichte abschließend abliefert und dann im Übrigen der Tagesordnungspunkt auch abgeschlossen ist? Wenn es nichts mehr zu sagen gibt, vom Rednern ist er geschlossen oder so weiter und so fort. Bitte stimmt jetzt mit Ja oder mit Nein an. Gut. Das ist also ganz überliegt Ja. Das bedeutet, jedes Vorstandsmitglied, ob zurückgetreten oder nicht, hat die Möglichkeit, jetzt noch, solange dieser Tagesordnungspunkt abgehandelt wird, etwas zu sagen, also seinen Rechenschaftsbericht abzulegen und dann auch noch etwas zu sagen, wenn es Beiträge gibt oder wenn Fragen gestellt werden. Gut, jetzt hat der Bruno in diesem Rahmen darum, die Medien auch etwas zu sagen. Ich bin ja schon eingangs bei meiner Eröffnungsrede ein bisschen darauf eingegangen, wie schwierig die Situation war, als ich so Spaß es habe und meinte Last Man Standing. Wie gesagt, es gibt keinerlei Rollen gegenüber Leuten, die zurückgetreten sind, auch ganz simpel aus dem Grunde, da Rücktritte doch immer sehr fair abgelaufen sind, das heißt, ich wurde immer unmittelbar informiert und dann haben die entsprechenden Vorstandsmitglieder immer auch Blogbeiträge geschrieben, wo man sich natürlich auch informieren kann, aus welchen Gründen sie gegangen sind. Was ein bisschen unschade ist, ich will hier niemanden schwarzen Peter zuschieben, es ist trotzdem unschön, dass wir einen Vorstandsmitglied haben, das auch jetzt noch ein Mitglied in diesem Vorstand ist, wo natürlich die Versammlung hier ein Recht hätte, von dem auch einen Tätigkeitsbericht zu hören, der aber weder per Telefon, noch per E-Mail, per Twitter, was auch immer, erreichbar war. Ich habe ihn auch mehrfach versucht zu erreichen, auch wegen vielen anderen Sachen, die die Arbeit betroffen hatten, Geschäftsbereiche, um die er sich hätte kümmern sollen, der sich aber einfach nicht gemeldet hat, aber auch leider nicht zurückgetreten ist, was in dem Fall ja sinnvoll gewesen wäre, wenn jemand keinerlei Aktivität mehr zahlt. Das betrifft leider den Vierten, insofern können wir hier, was diesen Vierten betrifft, keinen Tätigkeitsbericht vorlegen, weder als Proxy ich, weil ich nicht weiß, was er wirklich getan hat, noch weil er irgendjemandem von uns ein Votum dafür gegeben hatte, schlicht und ergreifend, er ist einfach aus dieser Welt momentan. Danke euch. Dankeschön. So, wir hatten vorhin die Rednerliste geschlossen, zu diesem Tagesordnungspunkt. Du bist Ex-Vorstand, ja gut, dann würde ich dich bitten, einen Rechenschaftsgericht abzugeben. Ich komme hier ein bisschen zu wie die Umfrau Zinkinder, soll ich das erzählen oder nicht? Ja, also ich habe den Bereich... Ja, ich hatte den Bereich Recht, habe mich da um diverse Parteiausstoßverfahren und so weiter gekümmert, habe dann probiert, die Arbeit im Vorstand so zu strukturieren, dass die gewissen Prinzipien der Transparenz und der Rechenschaft folgt, dass man dann sagen kann, ja, wir leben exemplarisch vor, wie das so geht mit der Beteiligung, mit dem Protokoll, mit der Kontrolle der Organe und bin dann im März zurückgetreten, weil ich gesehen habe, dass das nicht geht. Also, dass die Leute das mit der Rechenschaft und der Transparenz nicht umsetzen, uns im Vorstand. Der Haushaltsplan war da was Wesentliches dabei, dass einfach, also im Januar es gibt einen Haushaltsplan, im Februar wird gesagt, es gibt einen Haushaltsplan, im Endeffekt gab es im Juli, da war ich schon längstens mehr da, ja, aber im Moment wurde das nochmal abgeschrieben. Zu, ja, das ist eigentlich das Wesentliche von mir, dass, was ich mir unter Piratiker-Vorstandsarbeit vorstelle, im Vorstand nicht umgesetzt wurde, ich habe dazu einen Logpost verfasst, das kann man nachlesen. Dennis hat dazu auch einen Logpost verfasst, das hat was mit der SMV-Beauftragung zu tun, wo komplett an ihm vorbei irgendwelche SMV-Anträge eingestellt wurden und er dann auch nicht gesagt hat, es ist Unsinn, und sie wurden dann trotzdem beschlossen. Aber alles, was den Rechenschaftspricht angeht, würde ich jetzt an Marcel vorgeben, dann kann das nämlich viel besser sagen als ich, warum er denn da zurückgelegt ist, und was er sonst noch vorher alles gemacht hatte. Vielen Dank, Moment, 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 Moment bitte in der Nähe, natürlich hat die anderen Vorstandsmitglieder jetzt die Gelegenheit, sich den Fragen der Versammlung zu stellen. Jetzt haben wir zu einem natürlich schon die Rednerlässe geschlossen. Möchtet ihr den, ich sehe jetzt die zwei Leute, zwei zwei betretende Vorstandsmitglieder, möchtet ihr auch diesen die Frage stellen? Ich kann gerne das bestellen. Hä? Das ist eine andere Frage gestellt. Ob ihr die Möglichkeit haben wollt, auf diesen Leuten die Frage zu stellen? Genau, G.O. Ich stelle den Antrag, dass man auch hier so verführt wie vorhin, nämlich nach beiden Berichten gemeinsam zu befragen. Genau, halte ich einen guten Weg, bis hier keiner, wer hier hoch springt, okay. So, genau, jetzt kommt der zweite, jetzt haben wir Marcel und danach können wir auf dem Block Fragen stellen. Ja, moin. Ich werde natürlich nicht kurz das vorbereiten, weil es ein bisschen Überraschung kommt, was ich gerade noch zu sagen kann, kann ich trotzdem. Ich war vom Ende Februar letztes Jahr bis Ende Mai dieses Jahres Generalsekretär des Landesverbandes, wir haben damals, als wir gewählt wurden, einen ziemlich großen Haufen Arbeit übernommen. Damit war sehr, sehr viel aufzuräumen und das kriegte, glaube ich, auch so das erste halbe oder dreifel Jahr unserer Vorstandsarbeit, damit Dinge aufzuräumen, die gerade zu rücken und wir hatten uns das anders vorgestellt. Also eigentlich sind wir alle damals, wir, sieben, glaube ich waren, acht, ich weiß gar nicht genau, acht, okay, das war es dann nicht. Eingetreten, um wieder mehr politische Arbeit zu machen im Landesvorstand, das ging überhaupt nicht. Ich für meinen Teil war verantwortlich für die Mitgliederverwaltung, die der Betreuung und für den IT-Bereich. Ich habe damals in meiner Rede sehr viel erzählt, was ich als Vorhaber und das wenigste davon geklappt. Was ich persönlich sehr bedauere, aber unter den Umständen, glaube ich, nicht alles möglich war, gerade wenn man das Ganze als Ehrenamt macht. Um mal der IT anzufangen, das, glaube ich, der überschaubare Bereich, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, hier ein bisschen stärker Struktur reinzubringen, Ordnung reinzubringen, aufzuräumen. Auch bei den System-Servern, die wir so haben, da ist, glaube ich, immer noch sehr, sehr viel Wildhooks. Das ist aber nur möglich zusammen mit den Freiwilligen, mit dem Piratex-Quots und ich muss mir auch schauen, dass die Spaß bei der Arbeit haben und das ist irgendwie alles nichts. Und damit den Weg zu finden, ist mir, glaube ich, nicht so gut gelungen, auch aus zeitlichen Gründen, weil ich ja nicht jeden Freitag beim Spot war und Ihnen zuhören könnte, wo gerade die Probleme liegen. Dann zur Mitgliederbetreuung. Wie gesagt, es gab sehr viel zu tun. Mein größtes Projekt in meiner Abendszeit war eigentlich die Streichung von Mitgliedern, beziehungsweise das Mahnlesen endlich mal durchzuziehen, einzuführen. Das war mir dann auch zum Ende hin noch sehr wichtig, Straf zu schließen, bevor ich zurücktrete. Es waren dann am Ende 1753 Mitglieder, die wir gestrichen haben. Es ist noch Potenzial da. Also, wenn jetzt irgendwie der amtierende Vorstand oder der jetzt neu zugehende Vorstand daran weiterarbeiten will, wie immer Gäste. Also, es sind immer noch, glaube ich, drei Fehler an Mitglieder, die jetzt für 2013 nicht gezahlt haben und damit quasi potenziell streichungsfähig sind, wenn man sie denn magt. Nur mal so wieder das bezahlen zu geben von dem, was ja das Verband noch an Mitgliedern hat. Neben dessen gab es im Dezember letzten Jahr, Timber Oktober, eine große Austrittswelle. Ich habe es damals auf der Forschungssitzung auch gesagt, die der große Unterschied war, vielleicht den Austritten vorher, wo irgendwie Leute ausgetreten sind, die wir mal eingeschrieben haben, die bezahlt werden und wieder. So alles ist alles nicht stimmberechtigt. Aber Timber Oktober war es wirklich eine sehr, sehr große Welle der Mitglieder, die auch stimmberechtigt waren von aktiven Mitgliedern. Was man, glaube ich, dann auch in der Zeit danach, in den Monaten danach, in dem Jahr mittlerweile schon danach merkt, dass da wirklich ein richtig krasser Brain passiert ist. Dass uns Leute weggegangen sind, die vorher sehr, sehr viel gewuppt haben, sehr, sehr viel gemacht haben. Und dass man so nicht mehr aufwachen konnte. Bei mir persönlich im Mitgliederbereich, ich hatte auch einige Helfer zu anfangen, die mich sehr gut unterstützt haben, die dann aber immer wieder weg waren. So, dass ich dann letzten Endes, gerade im letzten halben Jahr, die meisten Sachen alleine gemacht habe. Weil ich dann leider keine Zeit hatte, was aufzubauen, wie die Mitgliederbetreuung. Eigentlich nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Mit aktiv Mitglieder informieren, aktiv Mitglieder werben, aktiv Mitglieder betreuen. Das war letzten Endes wirklich nur das, was wir vorher auch schon gemacht haben, rein zu weit. Das ist, was ich sehr, sehr schade finde, wie es dann nicht anders geht. Ganze Forschungsarbeit allgemein. Das war ja auch einer der Gründe, warum ich so betreten bin, weil die Arbeit innerhalb des Vorstandes so überhaupt nicht funktioniert hat. Also sie funktionierte sehr gut mit Sebastian, sehr gut mit Dennis und mit Gregor. Auch mit Krupe. Also der Kernvorstand, nenne ich es jetzt mal, die letztes Jahr im Februar gewählt wurden. Das war ein sehr, sehr eingespieltes Team und die Leute, die dann im November dazugekommen sind, konnten da nicht so richtig aufschließen, nenne ich es jetzt mal. Ja, klingt jetzt ein bisschen gemein, aber trifft es doch ganz gut. Also, was du sagst schon, gerade beim Thema Ausratspartner, Rechtschaftsbericht, hat man sehr, sehr stark gemerkt, ich habe immer mal in einer Vorstellung, ich glaube, in April war es gefragt, zu wem ist die Finanzen eigentlich wichtig, wie ist es denn wichtig, dass wir ein Ausratspartner haben. Alle anwesenden Vorstände, das waren glaube ich 8 von 10 oder so, haben sich gemeldet, ja, ist uns wichtig. Nur hat man dann dem irgendwie keine Taten folgen lassen. Ich habe im März eine Frage gestellt, einen Schatzmeister mit 18 Fragen, die sind nicht jetzt unbeantwortet. Trotz anderen Leuten dazusagen, aber früh, das ist noch am Rande. Und das, was jetzt passiert ist mit dem Vorstandsplan, Sebastian sagt es ja schon, dass man das irgendwie so hoppla hopp in einem Umlaufbeschluss beschließt vor der Vorstandssitzung, halte ich für so ein wichtiges Ding, den Ausratsplan, völlig unangemessen. Ich habe da im Januar, Februar, März, April, Mai, jede Vorstandssitzung auch dazwischen per E-Mail innerhalb des Vorstands, weil ich nicht wollte, dass das irgendwie groß und auseskaliert, darauf hingewiesen, haben gefragt, wie ist der Stand, was muss noch gemacht werden, wann können wir das beschließen. Jedes Mal habe ich einfach bekommen, ja, wir sind bald soweit, ja, das ist fast fertig, ja, wir müssen noch ein bisschen machen, wir kümmern uns so weiter. Nichts ist passiert. Und das war, was ich sehr prägnant fand in der Arbeit des Vorstandes, gerade vom Staatsmeister, große Ankündigung, was wir alles machen müssen, das ist eine Nichts. Das hat mich sehr, sehr frustriert und war auch einer der Gründe, warum ich so vertreten bin, was für die Vorstandsarbeit betrifft. So, jetzt kommen wir zu der Fragerunde on Block, also die zwei beiden hier stehen zu Verfügung, alle Fragen zu Verfügung und da bitte ich, Moment, 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 bevor sie wieder zu großem Motiv herein kommt, bitte gemütlich alle hier hinten anstellen, ja, fangen wir an. Und meine Frage an Marcel, du hast gerade den Rechenschaftsbericht modiert, beziehungsweise dessen zustande kommt, oder die Dauer, wie lange es gedauert hat, bis er da war, wenn ich Harry vorhin richtig verstanden habe, ging es erstmal darum, vor dem zustande kommt, dieses jetzigen Vorstands aufgeworfenen Finanzkarus zu sortieren. Das geht nicht so schnell. Und ich halte Harry für Integer. Und wenn er sagt, wir mussten erstmal alles sortieren, wir mussten erstmal Deckungslöcher schließen, die vorhinige Vorstände, an denen du auch geträgt hast, das ist seit vielen vorletzten Jahren dabei gewesen, dann, wenn die erstmal sortiert werden müssen, wenn da ein Loch nach oben gestoppt werden muss, warum machst du das jetzt Harry und den jetzigen Vorstand zum Vorbild? Welche Zahlen haben die da gegeben? Vielen Dank für den Stichwort Rechenschaftsbericht. In der Tat habe ich dazu gerade ein bisschen kurz gesagt, ich habe das eigentlich vor, ich bin mir nur noch auf den Haushaltsplan gezogen. Das Gute für meinen Bereich ist, die sind nicht sehr finanzintensiv. Ich habe heute ein kleines Jahr gesagt, ich brauche irgendwie 700 Euro für Portekosten, das reicht mir. Und IT ist das, was übrig bleibt, so ein 2.000 Euro, aber ich stehe in den Standkommandrille im Plan, im Haushaltsplan, kann man machen. Gut, zum Rechenschaftsbericht. Ich habe Anfang des Jahres von Harry gehört, Ende März sind wir damit fertig. Beide ich, okay. Finde ich super, das wäre das erste Mal, dass der Landesverband Berlin seinen Rechenschaftsbericht weit vor, behaupten wir, vor der eigentlich die Fristende-Linie abgibt. Ende März ist verstrichen. Wir haben nichts gehört, nicht mal im Zwischenstand, aber nachgefragt. Ja, das dauert noch. Wir müssen noch das und das machen, wir müssen Sachen entbuchen. Da ich nicht in die Finanzen reinschauen konnte, oder auch nicht wollte, weil ich Leuten auch vertraue in der Arbeit, normalerweise, habe ich Harry das auch geglaubt, dass man noch Sachen machen muss. Ich habe auch von anderen Leuten, die damit immobiert sind, das ist ja nicht Harry allein, der das gemacht hat, die gleichen Aussagen gehört, das ist okay. Die normale Abgabefrist für den Rechenschaftsbericht bei dem Bundesverband ist, glaube ich, in der Juni. Die Frist haben wir auch gerissen. Ich glaube, mittlerweile ist er eingereicht, das ist gut. Das ist immer noch früher als letztes Jahr, sollte ich weiß. Aber was mich halt so massiv gestört hat und manchmal stört, ist, es gibt große Versprechen. Ja, wir machen das und das und das dann und dann und das passiert dann einfach nicht. Das hat für mich weder etwas mit Transparenz, vor allem nicht mit Ehrlichkeit zu tun. Wenn man sich hinstellt und sagt, hier, jetzt läuft und das läuft und wir machen und tun, das funktioniert nicht. Es ist mir völlig klar, dass man nicht alles auf einmal machen kann. Wir arbeiten alle irrenamtlich oder haben irrenamtlich gearbeitet. Viele Dinge fallen hinten unter. Das war bei mir genauso, keine Frage. Aber da muss man auch sehr ehrlich sein und sagen, nein, das schaffen wir jetzt nicht. Oder wir müssen andere Dinge zurückstellen, um das fertig zu bekommen. Das ist halt nicht passiert. Also, das hat mich wirklich sehr, sehr enttäuscht. Okay. Dann haben wir von mir eine Frage hin. Wenn ihr einen direkt ansprechen wollt, dann tut das. Ansonsten können das natürlich auch alle sein. Okay. Nächste. Ja, eine Frage an die zurückgetretenen Forschungsmitglieder. Warum grenzt ihr jetzt, nachdem ihr zurückgetreten seid, mit gewählreichen Tipps und wie man es hätte machen können? Warum habt ihr das nicht in eurer Amtszeit schon so gemacht, wie es jetzt immer von den noch im Amt befindlichen, die wir bis jetzt durchgehalten haben, verlangt? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Man kann das intern machen oder man kann das über Twitter oder Mail-Listen öffentlich machen. Herr Faxe, wir haben das so oft im Vorstandsitz rumgesagt, das kann es überhaupt nicht vorstellen. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Ich bin ja jetzt hier sehr viel Schatzmeister. Frage ich mich, der vergammene Schatzmeister ist doch hier. Warum der nichts dazu sagt. Der ist doch im Raum. und der könnte doch dazu dann was sagen. Das ist erstmal meine erste Frage, warum der dies nicht tut. Die zweite Frage ist, es ging so durch ein, ja, es begrüchte Küche, sage ich mal, weil man nichts Genaues erfahren hat. Ich kenne mich da nicht so im Internet aus und hatte gebeten, mir den Link zu schicken, um das mal die Gründe zu sehen, warum so viele Leute zurückgetreten sind aus dem Vorstand. Und, ja, es ist aber nicht passiert, na gut, denn so die Gerüchteküche sagt, es hat mit dem Abgeordnetenhaus was zu tun, mit irgendwelchen Differenzen mit dem Abgeordnetenhaus. Das ist meine erste Frage, stimmt das? Es gibt ja verschiedene Menschen im Abgeordnetenhaus, 15 an der Zahl, die haben alle unterschiedliche Ansichten. Die haben auch ab und zu Ansichten, die ich nicht heile. Das ist aber kein wesentlicher Grund, aus dem Landesvorstand zu betreten, sondern der Grund für mich war, dass die Arbeit in dem Vorstand nicht mehr so möglich war, dass ich die vertreten konnte. Vielen Dank. Noch eine Frage, was für mich jetzt hier so rüberkam, war, es ist sehr, sehr viel Arbeit im Vorstand zu leisten. Wir haben ja beide hier beklagt. Und, ja, andererseits wird dann beklagt, dass der kleine restliche Vorstand dann die Arbeit nicht schafft. Also für mich ist das ein Widerspruch an sich. Und ich entnehme ja eigentlich nur, dass es nicht so belaufen ist, wie diese kleine Gruppe sich das gedacht hat. Und so sehe ich das, dass dann der Rücktritt kommt. Und bitte fragen. So, wer ist jetzt der Nächste? Gordon? Wie Gordon? Gordon ist der Vorstand? Moment, 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 Moment. So, es geht natürlich jetzt hier um den aktuellen Vorstand. Und tatsächlich, bei Markus kaum glaubt, der aktuelle Vorstand ist mit Christopher Lauer gewählt worden. Das ist die Generation von 2014 sogar. Das ist der Vorstand, das ist initial 2014, ich meinte, das war im Februar und im November kam eine Nachwahl. So, deswegen, wenn man so will, das ist der Vorstand, die Vorstandszeit von den Leuten von 2014. Von Februar 2014 bis heute. So, naja, aber können wir auch noch einladen hier, weiß ich nicht. Und, ähm, genau, jetzt gibt es, naja, jetzt ist, also wenn die Fragen bitte darauf beziehen. Es geht nicht irgendwie hier der Vorstand vor, als ich irgendwie klein war, hat man gesagt, sondern, bitte, das ist jetzt dieser Vorstand, der ist jetzt in seiner Rechenschaftsgeschichte und das ist eben seit Februar 2014 der Vorstand. Mirko, ich glaube, du hast dich ja als nächstes angefangen zu leuchten. Ja, Sebastian, Marcel, behauptet ja immer wieder die gleichen Geschichten, was mich sehr wundert, obwohl ja der Harry ganz eindeutig gesagt hat, warum er den Rechenschaftsbericht nicht fertigstellen konnte. Das heißt, ich frage mich, was soll das? Was wollt ihr erreichen? Wo wollt ihr hin? Ihr hättet doch dabei werden können. Keiner hat gesagt, dass ihr zurücktreten sollt. Ihr seid von euch zurückgetreten. Ich möchte gerne wissen, den wahren Gründen, warum ihr zurückgetreten seid. Am Ende, am Ende, am Ende, bevor ihr antwortet, es gibt einen Geoantrag. Okay, das Mikrofon ist echt leise. Die Versammlung, ich begründe meinen Geoantrag auf Schließung der Rednerliste wie folgt. Das ist sicherlich alles sehr wichtig, aber die Auseinandersetzung einer gescheiterten WG ist für unsere Ziele hier momentan nicht wirklich relevant. Okay, jetzt haben natürlich Sebastian und Marcel noch da zur Gelegenheit, sich zu äußern, dass sonst auch eine Frage haben. Achso, Moment, Moment, Gegenredner-Nastellung. Entschuldigung, Entschuldigung. Es gibt ja eine von meiner Gegenredner, der hat eine Stimme in die Kiste. Das ist ja wundervoll hier, an mir so viele Jahrkarten. Ja, okay, Rednerliste geschlossen. Ich glaube, der Mann in Blau ist der letzte Mann. Der hat sowieso, aber ich war nur noch mal. Gut, ihr habt das. Zum Lechenschaftsbericht, nein, wir wurden nach dem Lechenschaftsbericht gefragt, explizit vorher, hat er über den Haushaltsplan geredet. Das ist doch der wichtigere Punkt von dem, was wir über den Haushaltsplan geredet haben. Der Grund, warum, der echte Grund, warum, auf jeden Fall nicht, zurückgetreten bin, ist, also der Auslöser war, lieber Mörkur, wenn du mich fragst, dass du eine IT, eine Matingliste konfigurieren solltest, den Auftrag im Januar gekriegt hast, das im April nach mehrmaliger Hilfestellung dann umgesetzt hast und es dann eine Katastrophe war. Das war symptomatisch, aber es war halt so ein Haufen, und dann kam das noch drauf und Alexander, gescheitert die WG, du hast recht und es gibt halt verschiedene Arten, die WG zu führen. Ich hätte gerne die Transparenz mit Rechenschaft gehabt. War das so. Ich glaube, ihr treupte Warte, das ist nachher. Also ich habe meine Gründe zum Rücktritt schon in meiner Vorstellung dargelegt, sehr ausführlich, und das ist in der Tat nicht nur die Arbeit des Landesvorstandes. Aber wenn man das nochmal auf den Punkt bringen möchte, warum der Landesvorstand auch schon gegenüber für den Rücktritt tritt, und ich habe einen gewissen Anspruch an meine Arbeit, und auch an meine ehrenamtliche Arbeit, die ich mache, auch in den Gremien, das ist in der Bücherfrau, das war auch im Landesvorstand so, und wenn ich diesen Ansprüchen in der Gruppe nicht gerecht werden kann, dann habe ich ja auch keinen Bock, Zeit und Energie und Geld reinzustecken, weil dann kann man es auch sein lassen. Was kann man denn auch für Aufmerksamkeit haben? Ja. Gut, das Wort. Ich versuche das jetzt mal so mit diesem Konstruktiven und würde ganz gerne die beiden fragen, was sie als Resümee mit diesen Kommunikationsproblemen, die es gab und all den Schwierigkeiten, den vielleicht einen neuen Vorstand auf den Weg geben würden und welche Sachen man vielleicht besser machen könnte. Also vielleicht habt ihr dazu noch was zu sagen. Ja, ihr trefft ein. Ja, danke für die Frage, das ist in der Tat ein guter Ausblick. Also mein Fazit, die wir in der Tat merken und reduzieren, das ist für mich häufig so, das ist auch ein ebenso, nichts Neues, hilft aber auch gemein, und vor allem ehrlich zueinander sein. Ehrliche Ziele setzen, sich realistische Ziele setzen, im Kontext der Situation der Piraten, in der Situation des Landesverbandes, in der Größe des Landesvorstandes, da sind Dinge, auf die man vielleicht gut sich nehmen sollte, wenn man es um die Ziele setzt. Und ich glaube, wir waren da auch ein bisschen sehr ambitioniert, aber natürlich muss man in der Vorstandkeiterung auch irgendwie sich von Dingen verabschieden, die vielleicht super cool wären, die aber mit den personellen Ressourcen nicht mehr machbar sind. Also das ist so, glaube ich, die wichtigsten Punkte. Kommunizieren, werbe ich im Ziel setzen und ja, wie weit. Ich denke, das Wesentliche ist, dass die Basis sich vorher eingeht, mit den Kandidaten beschäftigt, schaut, was die gemacht haben, was die machen, was die angekündigt haben, was die davon umgesetzt haben. Ich denke, dass es mit dem Team, in dem dieser Vorstand war, dass es einfach nicht möglich war, zu arbeiten. Da weiß ich auch nicht, wie man da was dran reden sollte, wenn die Leute halt sagen, sie machen was und machen das dann nicht. Oder wir jetzt gerade hören, dass jemand seit drei Monaten nicht erreichbar ist, der noch einen Umsetzungsverantwortung verantwortlich für was ist. Das führt dann aber nicht dazu, dass irgendjemand anderes das Umsetzungsverantwortung kriegt. Das geht halt nicht, wenn die Leute drei Monaten nicht da sind. Guckt gut hin, wen ihr da einwählt und wählt vielleicht mal nicht die Leute, die jetzt mal vorne stehen und spontan Kandidaten sind, sondern Leute, die wirklich irgendwie Track Record haben. Okay, damit werden wir jetzt mit der Aussprache durch und damit zu Tagesordnungspunkt 5 durch. Jetzt haben wir auf der aktuellen Tagesordnung noch den Bericht der Kassenüberstehenden. Sind da welche da? Ja. Gut. Dann würde ich euch bitten, euren Bericht abzugeben. Das kann doch erst morgen passieren. Nein, ich muss mir alles vorgekaufen. Da kann man das Nachholsteiger. Also, der Schatzmeister hat gesagt, der Zernerunterleiter auch bis bald ist, sondern den Dreh des Reis. Schiebt jetzt. Die Drehung auf. Okay, also, nachdem der Schatzmeister seinen Bericht nicht schriftlich vorliegen hat, kam jetzt gerade die Anregung, dass wir auch dem Bericht der Kassenprüfer insofern nachschieben. Und käme dann hinzufolge zum Tagesordnungspunkt 6. Aussprache und Anträge zur Zusammensetzung und Ausrichtung des neuen Landesvorstands. Da ist es jetzt so, darf ich einen Moment um etwas mehr Ruhe bilden. So, bevor wir in die Behandlung der zwei konkurrierenden Anträge einsteigen, hätte ich auch noch eine Frage an die Versammlung, und zwar wurde gestellt der S004, der die Amtsdauer, die maximale Amtsdauer von Landesvorständen von zwei auf ein Jahr beschränkt. Das könnte man, das betrifft zwar nicht die Zusammensetzung des Landesvorstands, aber wohl die Amtsdauer. Daher meine Frage, möchte ich dir den S004 vor den jetzt konkurrierenden Abwahl- beziehungsweise Neubauanträgen behandeln oder nicht? Wer es jetzt hier vorher behandeln möchte, möchte mit Ja stimmen, wer es weiter hinten behandelt haben möchte, mit Nein stimmen. Gut, das ist ein deutliches Ja. Das heißt, wir ziehen den S004 nach vorne und ich würde den Antragsteller bitten, seinen Antrag kurz vorzustellen. Georg, Ich habe jetzt den Text nicht vorliegen, ich bin gerade auch mal abgestürzt, aber wir haben derzeit die Situation, dass wir den Vorstand für Zweirat wählen. Wir haben jetzt in der Diskussion, jetzt im Ablauf der Zeit gesehen, dass das nicht sehr praktikabel ist, weil es laufend zurückgetretene Schwierigkeiten gibt. Deshalb mein Antrag, wieder das Wort alle zwei Jahre, also zweijährig, zu streichen und zu jährlich Vorstandsfrei zurückzukehren. Es hindert ja niemand daran, wieder anzutreten und neu gewählt und einfach wieder gewählt zu werden. Danke. Dankeschön. Gibt es hierzu Redebedarf? Also, nette Idee, wir ändern die Satzung und dann ändern wir sie wieder zurück und können die überkehr machen. In der jetzigen Satzung, die ist einfach maximal flexibel gestaltet, die Mitgliederversammlung wird eingeladen, geschließt, ob sie einen Vorstand wählen will oder nicht. Während ein Vorstand, das ab zu lang ist, tritt er zurück, das haben wir auch ganz häufig erlebt und dann muss die Mitgliederversammlung irgendwann neu wählen, weil einfach kein Vorstand mehr da ist. Das ist dann hoffentlich noch für den Mitgliederversammlung, da die Mitgliederversammlung einzuberufen. aber die Satzung ist noch an der Stelle jetzt so nicht gut, wenn ich meine Damen und Herren habe. Danke. Also, ich persönlich bin gegen diesen Antrag, weil ich denke, wenn sich Leute erst mal aufeinander eingearbeitet haben, dann fangen die Zahnräder an zu greifen. Wir haben es jetzt erlebt, wir haben hoffenweise Rücktritte gehabt und trotzdem haben vier, im Moment derzeit drei Leute, wie ich das sehe, doch irgendwie den Laden gerockt, einfach weil sie drauf eingeschossen waren, weil sie aufeinander eingespielt waren. Und je öfter wir leben, desto weniger sind die Leute aufeinander eingespielt. Okay, das ist einfach mein Argument, warum ich euch bitte dagegen zustimmen kann. Geht bitte einfach nacheinander ans Mikro. Am besten ist es für die Vereine, wenn sie nichts zu tun hat. Ja, ich denke am einen, dass man dafür stehen sollte für diesen Antrag aus dem einfachen Grund. Seitdem wir die zweijährige Amtszeit haben, Hages an Rücktritten. Und wenn wir noch ein Jahr Amtszeit haben, dann können diejenigen, die sich mit Rücktrittsgesangten tragen können, dann sagen, okay, die zwei, drei Monate Restamtszeit, die schaffe ich noch hinterher zu bringen. Und zu den Einwahlen, da eingespielte Teams würden nicht wiedergewählt werden. Das stimmt auch nicht. Wenn man vergangenen drei Tage andere Erinnerungen anschaut, passiert das durchaus. Und die entsprechenden Mitglieder, die sozusagen auch mal kandidiert werden, werden ja nicht auch entsprechend kommentieren. Also ich bitte darum, diesen Antrag anzunehmen, weil die Praxis beweist, seitdem man die längere Amtszeit hat, dann haben wir wesentlich mehr Rücktritte. Und das sieht auch nach außen, in unserer politischen Vermarktung sehr schlecht aus. Ich möchte euch auch bitten, diesen Antrag anzunehmen, aufgrund der Erfahrung, dass tatsächlich ein Vorstand, der sozusagen mal gewählt wurde und dann werden ein paar Leute nachgewählt, die sich dann irgendwie einfügen müssen, das kann dann klappen oder auch nicht, und dann treten wieder ein paar zurück, dann werden vielleicht wieder ein paar nachgewählt. Also das ist einfach, das hat so nicht funktioniert. Und ich denke mal, wir sollten jetzt mit einem neuen Vorstand starten. Und der sollte da auch wirklich die Perspektive haben, das ganze ein Jahr machen zu müssen, so dürfen wir auch immer. Und die Leute, die nach diesem Jahr dann immer noch der Meinung sind, dass das eine gute Idee war, dass sie den Job gemacht haben, wir können dann auch gerne wieder antreten. Ich möchte euch auch bitten, diesen Antrag anzunehmen. Was wir im nächsten Jahr nicht unbedingt brauchen, sind ständige Rücktritts-Nachrichten. Und dass es mir wirklich lieber eine Amtszeit ändert, und jemand kann einfach dann ausscheiden, wenn er möchte, oder entweder gewählt wird, wie er möchte. Aber Rücktritt sieht immer irgendwie scheiße aus. Danke. Ja, ich möchte mich in einem Redebeitrag den Genossen von Korven schließen. Wenn die Landesmitglieder versammeln will, dass wir einen neuen Vorstand wählen, der FUZI ist einfach, das ist die bestehende Regelung. Ein Vorstand ist ja nicht ein Jahr aktiv. Das wäre ja ein Blödsinn anzunehmen, dass er für ein Jahr gewählt ist, auch ein Jahr aktiv ist. Nein, er wird gewählt, und dann gibt es irgendwann eine konstituierte Sitzung, und dann muss der mit allen Beauftragten reden, das ist die Verwaltung des Landesverbandes, und das ist eine ganze Menge. Dann werden die Beauftragten überprüft, und dann werden Protokolle durchgegangen, und bis ein Vorstand arbeitsfähiges vergehen, zwei bis drei Monate, im Schatzmeisterfällen gegebenenfalls auch etwas länger. Das heißt, bevor überhaupt produktiv gearbeitet wird, wird es bereits über 25 Prozent der Zeit verheizt, wenn es um eine zweijährige Zeit geht, aber nur 12,5 Prozent, wenn es um eine dreijährige Zeit geht. Dann haben wir auf der anderen Seite diese ganze Vorbereitung von Rechenschaftsberichten usw. usf. Das heißt, die letzten Monate sind auch nur begrenzt produktiv. Das heißt, wir verheizen einfach Produktivität in Massen, wenn wir sagen, ein Jahr und dann Neuwahl. Natürlich kann man dann wieder antreten, aber es ist dann ein neues Gefühl. Auf der anderen Seite, ja, Leute treten zurück, das ist auch okay, das haben wir in den Bezirksverordnetenversammlungen auch. Da kriegen wir leider nicht den Nachschub. Und die kommen dann tatsächlich in eine bestehende Struktur rein und können verhältnismäßig schnell eingearbeitet werden. Von daher, im Sinne der Kontinuität und der Effizienz ist es deutlich für sinnvoll, diese Zweijahresregelung zu behalten. Wenn wir dann einen Vorstand haben, der nicht hinreichend performt, können wir die immer noch absägen. Nee, dafür brauchen wir keine Satzungsänderung. Danke. Okay, dem muss ich widersprechen. Ich möchte euch bitte diesem Antrag zuzustimmen mit der Einjahresfrist und noch einmal darauf hinweisen, dass in diesem Antrag drin steht, dass wir einmal pro Kalenderjahr wählen. Das heißt, theoretisch, wenn ein Vorstand im Februar 2016 wählt, dann kann der bis Dezember 2017 aktieren. Das heißt, man hat auch eine längere Strecke. Und zweiter Grund ist, ich glaube, dass es tatsächlich für Menschen eine Hürde darstellt. Wir haben es gerade erlebt, wenn sie sich für zwei Jahre verpflichten, wenn sie sich sozusagen nur mal für ein Jahr verpflichten, dann ist das wesentlich einfacher und wieder war es immer möglich. Es liegt mir völlig fair an, die Versammlung hier zu beeinflussen, aber ich möchte in technischer Hinsicht jetzt mal auf etwas hinweisen. Die aktuelle Satzungsregelung in § 8 Absatz 3 lautet, auf Beschluss der Mitgliederversammlung mindestens jedoch in jedem zweiten Kalenderjahr wird der Vorstand neu gewählt. Das bedeutet also, was nach der jetzigen Satzungsregelung möglich ist, das ist, dass die Versammlung hier und heute beschließt, dass der Vorstand für ein Jahr gewählt wird, oder auch für zwei, oder für 18 Monate, oder was auch immer. Das ist ein einfacher Beschluss. Und für diesen Zeitraum gilt die Wahl. Die Veränderung des jetzigen Satzungsänderungsantrags ist, dieses Ermessen der Mitgliederversammlung einzuschränken, das eben nicht maximal auf zwei Jahre noch gewählt werden kann, sondern nur auf eins. Das ändert aber nichts daran, dass die Versammlung vor der Vorstandswahl zu beschließen hat, für wie lange der Vorstand bestellt werden soll. Das vielleicht nochmal zur Klarstellung, weil da scheinen hier die Argumente etwas die Dinge vermischt zu haben. Ich hoffe, ihr empfindet das jetzt nicht als eine Beinflussung. Ich glaube nicht, dass dieser Antrag die vorherigen Kommunikationsprobleme, die im Landesvorstand eingetreten sind, irgendwie auflösen wird. Dafür gibt es in diesem Antrag keine Lösung. Und ich glaube, dass wir bei der bisherigen Lösung schön bleiben können. Dankeschön. Ich hätte einen Georgentrag auf Schließung der Regelliste, aber es sind sowieso keine mehr da. Damit bist du wahrscheinlich einverstanden. Weil ihr Passwort bringt. Okay. Gut. Dann noch ein Georgentrag. Wenn ganz korrekt gewünscht wird, dann machen wir es auch ganz korrekt. Bitte eine Minute. Meinungsbild. Meinungsbild. Okay. Dann mit eurem Meinungsständnis ziehen wir ein Meinungsbild vor. Geheuertrag auf Meinungsbild. Wer könnte sich zum jetzigen Zeitpunkt vorstellen, diesem Satz- und Änderungsantrag zuzustimmen? Der bitte mit Ja stimmen. Wer sich das nicht vorstellen kann, bitte mit Nein stimmen. Dann teile ich dem Antragsteller mit, dass das Meinungsbild überwiegend positiv ist. Also es steht in eurer EU nicht ausdrücklich drin, aber Dennis und ich haben es in Folge besprochen. Ich denke, es ist für euch okay, wenn der Antragsteller ein abschließendes Statement macht, bevor wir dann zu der Abstimmung kommen. Georg, bitte. Okay. Also ich möchte nochmal sagen, es ist nicht mein Antrag. Dieser Antrag hat die IQ Enterprise mehrheitlich besprochen und beschlossen. Ich finde, es ist wichtig, wenn wir das jetzt dezidiert festhalten, dass wir wieder einjährig, also jedes Jahr neu den Vorstand wählen, eben aus den hier schon vielfach besprochenen Gründen. Ja, es würde insofern die Freiheit der Versammlung einschränken, da, dass die Frage, müssen wir neu wählen, ja oder nein, gar nicht gestellt werden wird, sondern automatisch bei der TU drinsteht, jawohl, wir wählen, nein. Es wurde deutlich gesagt, und dem schließe ich mich auch an, dass natürlich ein Vorstand, der zur allgemeinen oder zur mehrheitlichen Zufriedenheit gearbeitet hat, wird schlicht und einfach en bloc oder auch einzeln wiedergewählt. Das ist, glaube ich, kein Problem. Ich muss allerdings einer meiner Führregler, die leise widersprechen, die Zwei-Jahres-Frist, also wir wählen am 1. Januar des Jahres 16 einen Vorstand oder am 2. und dann den nächsten am 31.12.17, das heißt zwei Jahre, das ist nur einmalig möglich. Deshalb aber, ich bitte euch einfach, diesem Satzungsänderungsantrag zuzustimmen, es kostet uns nicht viel, es oder gar nichts. Und wenn sich das dann auch nicht bewährt, dann weiß ich auch nichts. Dankeschön, Georg. So, jetzt machen wir zunächst unseren Geo-Antrag auf geheime Abstimmung. Wer möchte, dass dieser Satzungsänderungsantrag geheim abgestimmt wird, der hebe jetzt bitte die blaue Stimmkarte, wer es offen abgestimmt haben möchte, die rote. Das ist sehr eindeutig, demzufolge stimmen wir offen ab. Dann kommen wir jetzt zur eigentlichen Abstimmung über diesen Satzungsänderungsantrag, der bedarf einer Zweidrittelmehrheit. Wer für die Annahme dieses Antrags ist, bitte die blaue Stimmkarte heben, wer dagegen ist die rote. Ja, also damit ist der Antrag angenommen. Die künftige Antrags-Vorstandsüberschreite ich gerne. So, wir kommen zu allen. Irgendwann im Laufe des Tages. Ich habe gerade schon Urnen verteilt. Pro Urne brauche ich zwei Helferinnen oder Helfer. Es wäre super, wenn die Plätze neben dem Urnen jetzt mal frei beworben würden, falls ihr nicht helfen wollt. Falls ihr nicht helfen wollt, könnt ihr euch hier eine Urne begeben. Noch ist keine Wahl, noch ist es nicht zu wenig notwendig. Aber es wäre schön, wenn das bis zur nächsten Wahl, dass noch ein, zwei Tagesordnungspunkte passiert. Danke. So, jetzt kommen wir zunächst zu den Anträgen, die die Vorstandszusammensetzung in diesem Zusammenhang jetzt mit Wahlen betreffen. Wir haben da zwei konkrete Anträge. Ich darf nochmals in Ruhe bitten. Ich weiß ja nicht, ob ihr früher aufhören und damit auch früher saufen gehen wollt oder länger sitzen und hier alles dort ziehen, was wir uns so vorgestellt haben. Wir können gerne zehn Minuten unterbrechen, wenn ihr Redebedarf habt. Aber ansonsten würde ich bitten, dass in diesem Saal etwas mehr Ruhe herrscht. Demokratie muss sowas nicht aushalten. Wunderbar. Dankeschön. Alex, nicht jeder so voll Profi wie du. Also, dann würde ich jetzt zunächst mal die beiden Antragsteller bitten, ihre Anträge vorzustellen. Mein Vorschlag wäre, die stellen wir uns vor, danach machen wir eine Aussprache und dann wird abgestimmt, über welchen Antrag wir abstimmen. Ich habe einen Gehortrag da hinten gesehen. Hat sich erledigt? Okay. Dann die Antragstelle bitte mit der vorstimmenden Anträge. Schmalerts ist der eine. Ja, zu dem Abfallantrag. Wir haben ja gerade eben schon gehört, dass ein Beisitzer in dieser 300 nicht erreichbar ist. Vielleicht sinnvoll, das neu zu verändern. Wir haben auch gehört, dass es bei der Sitzung... Er war vor zwei Wochen in der Sitzung. Ich weiß gar nicht, was er erzählt hat. Entschuldigung bitte, entschuldige Alex. Egal, ob es jetzt richtig oder falsch ist, und zwar auch wenn es richtig ist. Er stellt jetzt gerade seinen Antrag vor. Es steht die Frage. Gut, ich war nicht auf der Sitzung, wo das halt dann eben falsch dargestellt ist. Entschuldige mich dafür, dass weitergegeben zu haben. Auf jeden Fall hatte ich es trotzdem sinnvoll, das neu zu wählen. Bei der Schatzmeisterei gab es auch einige Probleme, die man gehört hat. Es gab auch Geheimgeschlüsse, die nicht protokolliert sind. Es wurden Leute über Nacht rausgeschmissen aus dem Arbeitsverhältnis. Daher gibt es das Mahnverfahren. Ich halte es für sehr sinnvoll, dieses Vorgehen hier nochmal vielleicht kurz zu diskutieren und dann zu schauen, ob man mit solchen Leuten weitermachen möchte. Dann war die SNVB, ist ja abgeschaltet worden, beziehungsweise ist etwas vorgeschaltet worden. Sie geht als Zombie-SNVB im Hintergrund weiter und schickt mir immer noch Mails, was jetzt schon wieder eine neue Phase erreicht hat. Das Vorgehen in diesem Zusammenhang war sehr seltsam. Mir ist nicht ganz klar, welche technischen Sachen sich die Leute dabei gedacht haben, welche juristischen und welche politischen. Ich denke, dass das eigentlich schon ein Totalschaden ist, was da favoritiert worden ist. Und deshalb denke ich, dass man das neu wählt. Dankeschön. Das war die Vorstellung des ersten Antrags. Der zweite, der hiermit konkurriert ist, der XX006. Sternenmicher ist der Antragsteller. Bitteschön. Ja, hallo, ich bin der Micha und ich würde vorschlagen, wir machen heute einfach mal einen kleinen Reset und ich bitte auch oder wünsche mir, dass auch wir den Vorstand neu wählen, aber auch, dass alle Vorstandsmitglieder, die sich weiterhin berufen fühlen, und ich würde das auch ganz unterstützen, nochmal anzutreten. Wir brauchen jetzt nochmal für ein Jahr durchgängig einen Vorstand, der was gerade im Wahlkampf möglichst kontinuierlich gemeinschaftlich macht. Und ja, dafür trete ich ein und das wünsche ich mir und das erhoffe ich mir von euch und von mir. Ja, ich danke für's. Dankeschön. Bevor wir jetzt in die Aussprache über die Anträge einsteigen, noch mal kurz die systematische Einordnung. Wir haben entweder jetzt den Antrag auf Neuwahl des gesamten Vorstands. Nein, das Abwahl des gesamten Vorstands. Die zweite ist Abwahl von Schatzmeister und Beisitzer, was dann zwingend erfordern würde, dass entsprechend nachgewählt wird. Mit anderen Worten, wir haben drei Varianten. Entweder haben wir eine schlichte Nachwahl der derzeit verkannten Vorstandsposten, oder wir haben eine Abwahl von Schatzmeister und Beisitzer, der entsprechende Nachwahl des Westvorstands. Da dürfte davon der 1V ausgenommen sein, wenn ich das richtig sehe. Oder wir haben eine komplette Neuwahl des Landesvorstands. Nur, dass das einfach nicht sein soll. Ein Gehohrentag. Du machst was Ratsches gesagt. Das mag sein, dann kannst du das gerne in deinem Redebeitrag sagen. Sei mir nicht böse, wir haben eine gewisse Struktur. So, der erste Wortbeitrag, bitteschön. So, ich bitte euch die beiden Anträge im Kontext zu sehen. Wir haben gerade die Satzung geändert. Die schreibt jetzt vor, dass wir jedes Jahr einmal eine Neuwahl des Vorstandes machen. Das Jahr ist bald vorbei. Wir haben nämlich jetzt inzwischen Oktober. Das heißt, wenn wir heute nicht neu werden müssen, wir es dieses Jahr noch machen. Das wäre blöd. Deswegen Neuwahl. Danke. Ich wollte Ihnen gleich in die Kerbe hauen. Nämlich die Frage ist, wenn die Amtszeit des Vorstandes auf ein Jahr gefristet ist, ob ihr euch nicht gerade euren Vorstand unter den Hintern weggezogen habt. Aber das werden wir nicht erklären mit der neuen Satzung. Da wurde im März letzten Jahres gelegt. Da sind zurückgelegt. Ja, egal wie wir oder welchen Antrag wir zustimmen. Eine Wahl lässt uns leider Gottes nur weiter, wenn wir vernünftige Leute wählen. Und dass von dem jetzigen Vorstand so viele zurückgetreten sind, das haben wir alle grandios versammelt im November. Als Leute gewählt wurden, die ganz offen gesagt haben, ich bin erst seit wenigen Tagen in Berlin, ich kenne eigentlich noch gar keinen, fünf Minuten später ganze Piratengruppen als Faschisten bezeichnet haben. Das hat also in der Logik einiger hier ausgelöst am Wählen bei denen. Es sind Kandidaten gewählt worden, von denen von vornherein klar war, dass die nicht lange durchhalten. Jeder, der halbwegs vernünftig mit den Leuten mal vorher versucht hat zu reden, wusste, die halten nicht lange durch. Also egal wie dieser Abstimmung jetzt ausgeht, nachher bei der Wahl müsst ihr wirklich mal entscheiden, wen kann man überhaupt wählen. Das ist meine ganz große Bitte. Georg bitte. Ich möchte nur anmerken, wir haben tatsächlich nur die Wahl zwischen Vorstand, der jetzt besteht, noch besteht, so zu belasten und nachzuwählen oder komplett neu zu wählen. Denn wenn wir Staatsmeister und Beisitzer abwählen, das sind dann jetzt exakt zwei von vieren, haben wir nur noch zwei Vorstandsmitglieder. Dieser Vorstand ist da nicht mehr handlungsfähig und muss zwingend neu gewählt werden. Entweder jetzt sofort werden vernünftiger oder ein Sonderparteitag. Danke. Der Nächste bitte. Ich habe eine Frage an den Justizial des Landesvorstandes. Gilt denn die Satzungsänderung, die wir gerade eben gemacht haben, für die letzte Wahl rückwirkend? Ja oder nein? Fragst du das jetzt, die VL oder den Justizial des Elfenvorstandes? Ich sehe das ja. Wiederhole deine Frage noch mal ganz pränzend. Also, hey, wir warten mal ein bisschen drüber weg über den Inhalt. Also, also. Ja, wir haben gerade die Satzung geändert. Die Frage ist, ob das für alle zukünftigen Wahlen gilt, diese Einjahresfrist, oder ob es auch für die vergangene Wahl an den Ball ist. Also, ganz klar. Die einzige Diskussion, die bei solchen Beschlüssen geführt wird, ist die Frage, ab wann ein solcher Beschluss Wirksamkeit entfaltet. Also, ab der Versammlung, in der es beschlossen wird, oder erst in der nächsten. Da hat sich in der Piratenpartei absolut eingebürgert. Was in einer Versammlung beschlossen wird, geht sofort. Deswegen machen wir es ja auch von den Vorstandswahlen. Eine Rückwirkung wäre mir nicht bekannt und für mich auch rechtlich extrem schwer zu konstruieren. Also nein. So, machen wir weiter. Bitte schön. Ich möchte daran erinnern, dass wir im nächsten Jahr eine Abgeordnetenhauswahl haben und eine BVV-Wahl. Und es schon sinnvoll wäre, vorher einen funktionierenden Vorstand des Landesverbandes zu haben, der auch durch die gesamte Zeit der Wahlphase, also des Wahlkampfes auch aktiv sein kann. Insofern, glaube ich, macht es dann Sinn, wenn wir jetzt diesen Beschluss von eben ernst nehmen, dass wir das dann doch neu wählen müssen, um für die gesamte Wahlkampfzeit einen funktionierenden Vorstand zu haben. Aber ich möchte die Versammlung zwar darauf aufmerksam machen, dass der Antrag Neuwahl des Vorstands der weitestgehende ist. Und bitte zuerst abzustimmen, weil wenn der angenommen wird, brauchen wir die anderen Anträge gar nicht weiter zu behandeln. Und ich würde auch dafür werben, den Antrag zu stellen. Ein kurzer Anmerkung von meiner Seite zum Verständnis, selbstverständlich ist es der weitestgehende. Aber der andere beinhaltet natürlich dann auch die Abwahl und die Zusammensetzung. Und genau deswegen stimmt man es ja als konkurrierend ab. Insofern sind wir nicht auseinander, aber das ist kein Missverständnis. Das, was Andreas Spieß gesagt hat, füge ich noch hinzu, dass es auch eine menschliche Komponente hat. Wenn wir nur Teile des Vorstands abwählen, nehmen wir auch direkt sozusagen ein negatives Kehrchen. Wenn wir alle pauschalen abwählen, ist dieser Vorwurf nicht so doll da drin. Und die, die wiederkehren wollen, die können ja antreten und werden ja auch ihre Zustimmung wiederfinden, wenn sie vorgehabt haben. Ich hätte gerne was Konstruktives und Konstruktives Neuwahlen. Deswegen büte ich euch, diesem Antrag zuzustimmen. Ich hätte gerne ein Meinungsbild, wer sich vorstellen kann, komplette Neuwahlen durchzuführen. Na gut, dann füge ich noch meinen Antrag zurück. Das ist der Antrag X001, der zurückgezogen wurde. Die Frage übernimmt jemand diesen Antrag? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag X001 vom Tisch. Und wir müssen jetzt nur noch darüber abstimmen, ob der X006 angenommen wird oder nicht. Auch hier wird er angenommen, wird der komplette Vorstand neu gewählt. Würde dieser Antrag abgelehnt, dann werden die derzeit vakanten Vorstandsämter nachgewählt. Entsprechend hoffentlich. Alles verstanden? Gut. Also, wer für die Annahme des Antrags X006 auf Neuwahlen, also Neuwahlen des gesamten Vorstands ist, bitte die blaue Stimmkarte heben. Und wer dagegen ist die rote. Ja gut, da muss man immer noch fragen. Dieser Antrag ist angenommen, also wird der Vorstand komplett neu gewählt. So, damit werden wir durch Top 6 durch. Vorhin haben wir schon beschlossen, die Ernstzeit ist ein Ja. Und kämen dann zu Top 7 nachwahlvakanter Vorstandsämter. Und ich würde mal sagen, Jochen, willst du die jetzt schon übernehmen? Oder machen wir mal die Wahlliste auf? Wahlleiter übernehmen Sie. So, nachdem so vieles ungewiss gewesen ist, kommen wir jetzt zur... Essen gibt es anscheinend auch. Aber das ist vielleicht für manche Menschen wichtiger als der Vorstand. Wir kommen zur Wahl des Vorstandes. Dazu brauchen wir Kandidatinnen oder Kandidaten. Ähm, diese melden sich bitte schnellstmöglich hier bei mir. Freiwillige Form. Wenn niemand gewählt werden will, kann niemand gewählt werden. Viel gewählt werden muss. Das ist... Äh, achso. Äh, das Amt ist natürlich der Vorgangsvorsitzende. Zunächst einmal. Zu den weiteren Vorgangsämtern werde ich am Kandidaten hier im Kandidaten gleich aufmachen. Schöpflöten, der Vorgangsvorsitzende. Dann keine Herrsendin. Schöpflöten, aus dem Borms trap. Er ist natürlich die Glückwunsch. Schöpflöten, der Vorgangsvorsitzende. Kommt zu den歌, wie erst mal eine Sprachsitzende unterbauen. Moment, normal, 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 es geht also hier jetzt alle Leute hin, die für den 1V, bzw. den Vorsitzenden des Landesverbandes der Interaktivität, kandidieren möchten. Also, ich habe bisher zwei Kandidierende. Das ist der Brunberg Gramm und der Gerhard Klaus Brunner. Und wenn jetzt jemand hier schreit, ganz laut und winkt und so, dann wird es dabei bleiben. Das ist der Brunberg Gramm. Das ist der Brunberg Gramm. Ihr solltet den Brunberg Gramm beibringen. Das ist der Brunberg Gramm. Das ist das Brunberg. Vielen Dank. 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 ... 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 dazu, sich nicht provozieren lassen, einfach mal über Dinge weghören. Wer mich länger beobachtet, wird auch sehen, dass da Verbesserungen vorgenommen worden sind, meinerseits auch in der Praxisverbesserung erkennbar sind und diesbezüglich, wenn man diesen Weg extrapoliert, auch keine Probleme sind. Wie man 5% erreicht, man findet schon ersatt, wir müssen anreiben, wir müssen beißen, wir müssen jeden Zwickel, die die anderen Parteien uns bieten, nebendrauf bauen, bis die jaulen und unternahmen sind. Das ist das, was wir machen müssen und wirklich ab sofort und jetzt. Die Berliner Geschäftsordnung sieht keine Grenze der Befragung vor, aber irgendwann will Bruno sich auch vorstellen, deshalb kommt nach vorne, wenn ihr noch Fragen stellen wollt, und stellt euch kurz, ich sehe einen Geschäftsordnungseantrag, ich vermute auf Schließung der Redeliste, in diesem Fall eine Frageliste. Wer also noch Fragen stellen will, bitte ich hier nach vorne. Gibt es Gegenrede? Ich sehe keine Gegenrede. Damit ist die Frageliste nach Silvia geschlossen. Vielen Dank und weiter geht's. Ja, mich hat es dann doch nochmal bewogen, hier nach vorne zu gehen, aufgrund deiner Beantwortung einer Frage eines Vorredners von mir. Und zwar hast du sehr deutlich erklärt, sozusagen die verschiedenen Strömungen in der Partei da ausgewogen, wieder zueinander zu führen, was ich ja durchaus an einigen Stellen begrüßenswert finde, aber vielleicht muss man auch konstatieren, dass einige Strömungen sich von der Präambel unserer Satzung verabschiedet haben und eben nicht mehr als durch unsere Satzung gedeckt handeln. Und denen ist entsprechend auch eine Absage zu erteilen. Und hier möchte ich dich auch darum bitten, hier klar Position zu beziehen, wer gegen unsere Präambel in der Satzung verstößt, dass diese entsprechend auch zurechtzuweisen sind und dieses nicht zu akzeptieren ist. Denn ich glaube, hier gibt es ein starkes Missverhältnis dazu, wie man mit diesen Leuten umgeht. Diese Leute sind nicht zu integrieren. Diese Leute haben ein bestimmtes Verständnis, was nicht vereinbar ist mit unserer Satzung und das ist auch entsprechend so zu kommunizieren. Deswegen bin ich da gerade so ein bisschen verwundert über deine Aussage dazu. Möchtest du dich dahingehend nochmal klarer positionieren? Ja gut, dass du noch nachfachst. Okay, da ist tatsächlich noch eine kleine Definitionslücke auf. Ich sage ganz klar bei dieser Integrationsgeschichte, wir haben Spielregeln aufgestellt. A, in unserer Satzung. B, mit dem Parteitagsbeschluss von Neumünster 2012. Und wer sich an diese Spielregeln nicht halten möchte, der kann dieses tun, aber nicht in unserer Partei. Das ist meine ganz klare Message. Und ich selber bin auch entsprechend auf Bewegungen, die unserer Präambel entsprechend unterwegs. Jeden Montag, wo werden die da? Tüter verfolgt und auch sehen, wie ich das mache. Und das machen auch viele andere. Es gibt auch viele andere Bereiche, wo ich das mache. In diesem Zusammenhang sage ich ganz klar, man muss auch mal auf eine Halskette gucken. Da ist eigentlich daraus schon eigentlich eine ganz klare Sache, dass ich bestimmte Dinge nicht zulasse. Ich möchte die jetzt nicht weiter ausführen. Das sollte jeden hinreichend bekannt sein. Ich bin hier kein Geschichtsmehrer. Ja, ganz kleiner Hinweis mal an Jan. Also in unserer Satzung habe ich definitiv nichts gefunden vom Thema Ausgrenzung. Punkt. Was ich dich nur fragen wollte, siehst du irgendwelche Möglichkeiten für dich, weil wenn ich das richtig sehe, willst du für den nächsten AGH auch kandidieren? Du willst einen Wahlkampf als Kandidat machen? Du möchtest Vorsitzender in Berlin sein? Siehst du für dich Möglichkeiten, das überhaupt auf die Reihe zu kriegen, zeitlich? Natürlich kriege ich das hin. Das hat mich dann vorher überlegt. Ich habe mir auch die Kandidatur, das ist ja relativ früh bekannt gewesen. Also ich habe mich hier jetzt in den letzten fünf Minuten nachher entschieden. Ich habe da schon einen Kopf drüber gemacht. Ich habe auch noch ein Urlaubssemester über, was ich fürs nächste Jahr noch jedenfalls gebrauchen werde. Da habe ich sozusagen den Zeitfaktor dann ausgeschaltet und habe dann genügend Zeit übrig. Die Fraktionen haben mich auch entsprechend freigestellt, sodass ich da auch sehr viel Zeit habe. Und was auch sehr wichtig ist, ich habe auch genügend Ressourcen, die ich sage mal, andere Kandidaten nicht so zur Verfügung haben. Und mit diesen Ressourcen bin ich auch bereit, im Sinne der Partei zu arbeiten und zu wirken. Das ist nicht nur Geld, das ist auch meine persönliche Arbeit, das sind meine Ideen und wie ich in dieser Partei ausgewachsen bin. Ich bin ja nicht erst seit gestern mitgegen, ich weiß ja, was die Partei grob will. Ich habe noch im Hinterkopf was und ich für ein Feedback drüber gestaltet. Ich habe im Hinterkopf was und eine S&V drüber gestaltet. Es ist ja nicht so, dass das alles verschritten ist. Das ist ja bei mir noch im Kopf drin. Und ich bin jetzt immer abgerufen, wenn es nötig ist. Und ich bin zum Abgleich genutzt. Natürlich spreche ich mich nicht davon frei, wenn es konkrete Situationen ist, wo ich persönliche Stellung beziehen muss. Natürlich eine persönlich gefährte Wiedergabe von mir gebe. Das ist doch ganz normal. Das versucht doch jeder. Jeder hat seine Interpretationsspielung. Den möchte ich auch gerne beibehalten. Weil das macht mich auch aus. Weil wenn ich dann sozusagen so einen Roboter verkomme, der das Programm noch wiedergibt und nichts Eigenes gibt, das ist dann auch nicht das, was er wollte. Ihr braucht auch Authentizität. Ihr braucht auch Realismus. Und das biete ich euch hiermit an. Letzte Frage. Ja, Faxel, du weißt, ich schätze dich. Ich bin nun vielleicht mit dem Thema Wohnungsbau. Als Sozialpirat habe ich mich ziemlich darum gekümmert. Und ja, mir gefällt das nicht so, was du da sagst mit sozialem Wohnungsbau. Das ist gescheitert. Du hast eben gerade selber von Liquid Feedback-Innes gesprochen. Da haben wir ja auch schon mal etliches dazu festgestellt. Das habe ich mir damals angeguckt vor etlicher Zeit. Wo in der SMV diese Sache drin war, habe ich auch darauf hingewiesen. Das sind Konzepte wirklich aus dem letzten Jahrhundert sozusagen mit dem sozialen Wohnungsbau. Das wird immer teurer. Und ich finde, da sind neue Konzepte befragt. Auch der derzeitige Senat setzt, wie ich mit Freude festgestellt habe, mehr auf Rückkauf von alten Wohnungsbestand, den er mal verkauft hat. Weil das wird immer billiger als Neubau. Neubau ist nicht das Problem der Lösung von Sozialbau und Wohnungsbau. Das ist eigentlich wirklich eine Sache für die Wohnungswirtschaft und für die, die schon sehr viele Häuser haben. Also ja, ich frage dich, inwieweit bist du wirklich bereit? Ich meine, das kann ein Einzelner ja auch kaum leisten, sich in solche Themen, spezielle Themen, jetzt zum Beispiel Wohnungsbau, beizuknien und dir eben da auch Fachwissen ranzuholen. Natürlich ruhig mir immer, wenn es um etwas Konkretes geht. Und ich denke, da braucht man Experten und Behörde-Experten dazu. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass auch der soziale Wohnungsbau, ich möchte dieses Wort natürlich auch nicht so benutzen, einfach Wohnungsbau vom Land Berlin. Und es gibt auch Neuerungen, wenn man zum Beispiel nach Wien schaut, da haben die Wohnungen neu gebaut, mit einem vernünftigen Standard, wo man Kaltmieten um die 5 Euro-Käune kalkulieren kann. Und das, was die Berliner in den 70er-Jahren gemacht haben, dieses Modell, nehme ich ganz klar, das ist zu teuer für beide Seiten, das Land Berlin als auch für die Mieter. Das ist auch richtig. Ich habe auch vorhin schon gesagt, dass das ja noch ein Bestandteil ist. Wenn ich die ganzen Wohnungen zurückkomme, wo die in das Land Berlin mal gesessen hat, das sind ungefähr 160.000 Wohnungen, hoch und lang geschätzt. Das reicht nicht aus. Wir haben dieses Jahr 80.000 Flüchtlinge, die zu uns kommen. Davon bleiben mehr als 80 Prozent da. Das heißt, nach zwei Jahren sind diese Wohnungen, die wir dann zurückgekauft haben, voll mit Menschen. So, was machen wir dann? Wir kommen auf Neubau nicht herum. Wir kommen auch nicht darum, dass ein Modell, ich miete eine Wohnung von wegkommt. Weil das Mieten der Wohnung ist aus der Nachkriegszeit resultiert, wo man ganz schnell Wohnraum brauchte, weil alles in Schott und Trümmern kam. Da hat man sich darauf geeinigt, die, die das Geld haben, brauchen die Wohnungen, die die Wohnungen brauchen, zahlen Geld. Und das sind alles in den Punkten. Das ist ein ganz großes Konzept. Ich lasse da auch gerne Fantasie spielen. Ich habe, hätte auch gerne, wenn die SMV nicht nur wie Bonny gewesen wäre, diese Punkte auch mal eingestellt, um einfach eure Meinung zu meinen Ideen abzufragen, zu wissen, wie steht die Partei dazu, weil eben hier ein starker Handelvermögen ist. Auch die Modelle, wie ich das realisiere, sich wandeln und auch wenn ich sage, die politische Landschaft, sich wandeln und die Menschen, die hierher kommen, ist auch ein großer Meinung. Das ist alles so, was ein riesiger Komplexes ist. Und es wäre fatal, wenn wir als politische Partei zu diesem wichtigen Punkt in der politischen Landschaft nicht was Eigenes, was Herausragendes so beitragen können. Und wenn man eine Idee, ich habe es auch auf Facebook mal skizziert, man zumindest mal kurz anschaut, wäre sie potenziell eine wirkliche Lösung für dieses Problem auf meiner Sicht. So, dann sind wir mit dem ersten Kandidieren durch. Bruno, das Ungekommen ist deins. Ja, ihr nehmt zuerst mal herzlichen Dank an Faxe. Ich freue mich sehr, dass jemand noch kandidiert hat neben mir. Ich bin ja jetzt irgendwie zu der Kandidatur, ich würde jetzt nicht sagen, einfach so zu einem Thema gekommen. Ich konnte es mir auch mir vor vorstellen. Ich habe aber bereits vor natürlich auch eine ausführliche Rede gehalten, in der ich mein Profil erläutert habe, was mir wichtig ist. Ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit strapazieren, und ich werde deswegen vor allem wesentlich noch mal eins skizzieren. Für mich schließt sich momentan eigentlich ein Kreis. Und darüber bin ich glücklich. Das hat auch viel damit zu tun, dass ich Dinge immer abschließen möchte und nicht zurücktrete, sondern kämpfe bis zum Ende. Der Kreis, der sich für mich schließt, ist, ich bin, ich bin Pirat geworden, und ich habe das schon mal gesagt, bei der letzten Vorstandswahl wegen Berlin. Ihr wartest in Berlin, die mich aus meiner eigenen politischen Letharie geholt haben. Ihr wartest, die in Berlin mit dieser Wahl ins Abgeordnetenhaus, mit den fantastischen Kandidaten, mit dem Programm, mit dem Versprechen auf Partizipation, mit dem neuen Menschenbild, mit all diesen Aspekten bei mir etwas geweckt hat, der schon relativ saturiert in seinem Geschäft saß, seit 20 Jahren in der Plattenfirma hat, permanent auf Tournee ist, eigentlich ein echt schönes Leben führt, mich kürzlich doch politisch wieder zu engagieren. Ihr wart diejenigen, die mich sogar dazu gebracht haben, aus meinem Schloss im Frankenwald nach Berlin zu ziehen. Das habe ich alles getan, weil ich gemerkt habe, dass hier diese Bewegung Piraten letztendlich die Quelle ist von all dem. Wir haben uns ja irgendwann angefangen, in Richtung Bund alle zu organisieren und zu denken, ja hier wird gerade das Programm gemacht, hier entsteht die Zukunft der Piraten. Wir haben alle kaputt, Mensch, die Piratenbewegung ist eine internationale Bewegung auf meiner letzten Brasilientournee. Da war ich hoch faszinierend, als ich die brasilianischen Piraten kennengelernt habe, zu sehen, dass sie doch eine ganz ähnliche Vorstellung von Menschenbild, von Partizipation, Transparenz, all diesen kernigen Themen haben. Nichtsdestotrotz, der Ursprung all dieser Programmatik in Deutschland hat in Berlin stattgefunden. Hier wurde in diesem, und deswegen spreche ich sogar von dem Begriff des Zukunftslabors Berlin. Wir entwickeln hier in Berlin die Art und Weise, wie Menschen in Zukunft miteinander leben, wie sie gemeinsam schöpfen, wie sie ihr emanzipatives Menschenbild leben. Und genau daran möchte ich weiterarbeiten. Und das ist etwas, was ich in Berlin erfahren habe. Und wenn ich davon spreche, dass sich jetzt einen Kreis schließt, meine ich damit, ich möchte euch unbedingt erfolgreich, und nicht nur mit 5%, erfolgreich in den nächsten Wahlkampf führen, denn die Piraten sind so wichtig. Und in Berlin stirbt oder überleben die Piraten wegen in Deutschland. Und was ich noch dazu sagen möchte, ist, wenn wir uns die Konstellation anschauen, jetzt kommen wir eigentlich in diesen realpolitischen Bereich. Es entwickelt sich ja alles auf so eine Art rot-grün-rote Koalition hin. Da werden die Piraten so dringend gebraucht, als stärkste oppositionelle Kraft. Und da denke ich, haben wir genügend Thematik. Sei es unser Menschenbild. Das natürlich definiert, dass kein Mensch nirgends illegal ist und eine Flüchtlingspolitik immer als eine Bereicherung unserer Gesellschaft empfindet und lebt. Aber ganz genauso den Bereich BDE endlich im Tietz auszuprobieren. Und dann natürlich, Berlin ist die Stadt der kulturell Schaffenden, der Kreativen, aber nicht so, wie es gerne dargestellt wird von dem Kultursenator der Kreativindustrie. Die Kreativindustrie ist international saturiert, die Kreativindustrie schafft sogar in Freihandelsabkommen wie TTIP, die Dinge reinzuschreiben, die sie für sich benötigen. Was wir mit Kreativen machen, ist das Prekariat, dass der einzelne Kulturschaffende, jeder, der kulturell etwas in Berlin dazu führt. Und für diese Menschen, für diesen Quell all der Kreativität in Berlin, müssen wir brennen und können wir brennen. und ich verspreche euch, ich habe gesagt, ich halte hier auch keine große Kandidaturansprache, weil es da um für mich auch gar nicht geht, denn ich werde so oder so für euch brennen. Ich bin glücklich, dass es noch einen weiteren Kandidaten gibt. Ich stehe auf alle Fälle bereit und auf eins könnt ihr euch hundertprozentig verlassen, so wie bisher. I will be the last man standing. Danke euch. Ja, auch wenn... Danke für die Rede. Auch hier natürlich wieder Fragen. Hier vorne eingereicht, da ist das Mikro. Du hattest dich schon mal eingereiht. Bruno, wenn du diese Frage tatsächlich noch im Kopf hast, ich habe es nicht mehr... Es ging um die Vielfalt. Es ging um... Sonst schlagen... Sonst erzählen sie doch noch mal, damit ich nicht eingeordnet... Und das Integrieren von verschiedensten Strömmen. Ja, genau. Natürlich. Punkt eins ist, wir haben eine Satzung, die ein klares Menschenbild definiert. Und dort haben keine faschistischen Menschen Platz. Für mich bedeutet Antifaschismus... Das ist aber nicht für alles. Für mich bedeutet aber auch, Antifaschist zu sein, ein Antimilitarist zu sein. Und Antimilitarismus fängt bei der eigenen Sprache an. Da guck mal hinaus, da guck mal hinaus, habe ich für mich etwas entwickelt, einen Begriff, den ich schon mal in Bayern bei einer Kandidatur genutzt hatte und der sich für mich eigentlich als so ein Stückchen weit mein Motto entwickelt hat. Und das ist auch letztendlich der Art und Weise, wie Piraten arbeiten, denke ich am gerechtesten kommt. Und nicht der Begriff, Denut vor der Vielfalt. Was ich damit meine ist, dadurch, dass wir flache Hierarchien haben, bedeutet es für den Einzelnen mit einer Mindermeinung, mit einer kleinen Menge an Meinungsträgern in seiner Gruppe, dass er plötzlich ein Riesenpodium hat. Dass er sich also bewusst sein muss, sehr demütig und vorsichtig zu nutzen, dass er plötzlich diese Sprachrohr hat und nicht anfängt zu schreien. Auf der anderen Seite bedeutet es für die Mehrheiten, in einer Gruppe, dass sie lernen muss, auch den Minderheiten zuzuhören, anstelle sie totzuschreien. Es ist sehr menschlich, dass Menschen immer schnell reagieren auf Gruppendruck. In dem Moment, wo wir viel sind, einer Meinung sind, dann fällt es leicht, auf Leute mit einer Mindermeinung ziemlich herabwürdigen, hinabzuklicken. So was darf nicht passieren. Für mich bedeutet, Pirat zu sein, die Vielfalt der Meinungen im Rahmen unserer Satzung wirklich nicht nur zu tolerieren, sondern sogar zu pflegen als unsere Stärke, weil wir uns dahin unterscheiden. Wir sind diejenigen, die Begriffe, die Themenkoalition geprägt haben. Wir sind diejenigen mit konstruktiven, guten Ideen. Das bedeutet aber auch, dass wir den Nährboden dafür geben, dass Ideen und Vielfalt überall und jederzeit gedeiht. Und das ist mein Motto. Vielen Dank an beide Kandidaten. Wir sind in einer sehr komfortablen Situation. Zwei Kandidaten waren, die aus meiner Sicht sehr unterschiedlich sind. Der Herr Bruno hat in seinen fulminanten Reden aufgezeigt, was wir tun müssen, um wieder Bedeutung zu erlangen. Ich habe zwei Fragen jetzt abendlich. Wir haben ja eine große Schwierigkeit erleben müssen, dass zwischen Partei und AGH sehr schnell die Sollbruchstelle anfing, was nicht förderlich war für die Partei. Bruno, die erste Frage, stellst du dir vor, wenn du nicht kandidieren solltest, das weiß ich ja noch nicht, was du in deiner Zeit tun möchtest, damit von Anfang an das sozusagen in den neuen AGH, ich gehe davon aus, wir kommen rein, besser wird. Und die zweite Frage, wir haben zu Recht auf der Landesmitgliederversammlung vor dieser über offene Listen nicht nur diskutiert, sondern Beschlüsse gefasst. vor dem Hintergrund, obwohl wir im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr gut dastehen, ist es ja nicht ganz klar, ob wir den letzten Prozentpunkt noch schaffen. und ausschlaggebend könnte vielleicht sein, könnte vielleicht sein, dass wir eben Menschen finden, die bisher keine Piraten sind, aber piratische Ideen sehr wohl unterstützen. Können wir uns vorstellen, dass aus diesem wundervollen in Berlin diese Menschen vielleicht schon gefunden sind oder noch zu viele sind in dem kurzen Zeitraum, den wir noch haben. Wir wählen jedenfalls dieses Thema offene Listen, womit wir ein neues Politikverständnis formuliert haben. Sehr wichtig, dass wir das auch beginnen zu leben und nicht nur als Versprechen in die Welt setzen, sondern jetzt im Versuchen unter dem Vorzeichen, dass das natürlich Menschen sein müssen, die hier auch akzeptiert werden. Also wir brauchen keine Etikettenwerbung, sondern es müssen Menschen sein, die das, was wir formuliert haben mit unserem neuen Politikansatz, nämlich über die Parlamente hinaus politisch aktiv zu sein, weil wir ja wissen, obwohl wir im Abgeordnetenhaus waren, haben wir diese BDA-Scheiße nicht verhindert. So wird es auch bleiben. Der Parlamentarismus ist die jetzige Stufe, aber es ist nicht die richtige Stufe für direkte Demokratie, für Basisdemokratie. All die Dinge hast du ihn mehr oder weniger anschieben lassen und ich finde es sehr gut, dass es heute so zersprachen kann. wo ist deine Frage? Ich habe zwei Fragen ausdestilliert, muss aber dazu sagen, ich bin natürlich teilweise sehr beeindruckt und das zeigt mir auch wieder, was für eine Kraft Piraten haben, dass jede Frage eigentlich immer gleich verbunden ist mit einer druckfähigen Rede. insofern kann ich nur allen Danke sagen, ich sehe, es sind hier genügend aktive Wahlhilfe. Zu den zwei Fragen, Punkt eins, was das AGH betrifft. Also erstens glaube ich, dass alle gelernt haben, auch in der Piratenpartei. Ich hatte vorhin in meiner Rede davon gesprochen, dass wir doch viel dazu gelernt haben und dass am Anfang zu viel von uns verlangt wurde innerhalb kürzester Zeit und wir diesem Druck mitunter nicht standhalten konnten. Und natürlich war auch diese Fraktion im Abgeordnetenhaus ein neu zusammengewürfelter Haufen, der zu dem Zeitpunkt kaum abgestimmt war. Es konnte ja niemand wissen, dass wir so einen herdrutschenartigen Sieg einheimsen. Das Wundervolle aber ist, dass all diese Menschen, die jetzt im AGH gearbeitet haben und zumindest jene, die sich weiter in der Piratenpartei verbunden fühlen und ich sehe allein drei davon, die mir sehr, nee, sogar vier, die mir sehr lieb sind, dass ich weiß, dass die aktiv daran arbeiten, dass genau diese kommunikativen Fails, die zwischen Landesvorstand und AGH bestanden haben, nicht mehr passieren. Ich weiß, dass ich mich verlassen kann mit Menschen wie Alex, beide Alex, wie Simon, wie Philipp, dass wir gemeinsam den großartigen Wahlkampf machen werden und deswegen mache ich mir von der Seite weniger Sorgen. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, den du angesprochen hast und der vielleicht auch ein Stückchen weit mit der Frage verbunden war, inwieweit ich eigentlich auch begreife, um neue Wählergruppen zu buhlen, das habe ich vorher eben auch in meiner Begrüßungsrede gesagt, dass es nicht nur darum geht, die alten Wähler wieder zu erwecken und ich glaube, das wird uns auch leichter gewinnen, weil je mehr die Wahl näher rückt, je mehr alle feststellen, es läuft auf eine schon im Vorfeld tote Rot-Grün-Rote-Koalition hinaus, wird die Verdrossenheit so groß sein, dass viele unserer alten Wähler, die sich vielleicht von uns abgewendet haben, dann irgendwann sagen, naja, ganz so schlecht war es ja vielleicht nicht, aber sich alleine darauf zu verlassen, reicht natürlich nicht aus. Es gibt viel zu gewinnen und gerade Berlin ist die Stadt der NGO, du hattest es gerade schon angesprochen, vielleicht mag das Bündnis als Idee, so wie wir es vorhaben umzusetzen, noch ein bisschen zu schnell mit zu heißer Nadel gestrickt gewesen sein. Aber die grundsätzliche Idee als Partei, zivilgesellschaftliches Engagement nicht nur zu fördern, sondern sogar die Grundfläche, ja den Boden dafür vorzubereiten, dass genau das passiert und standfindet in unseren Reihen, ist wesentlich. Und deswegen ist für mich persönlich auch ganz wichtig, und das tue ich, seit Anbeginn auf NGOs zuzugehen. Und gerade was den NGO-Bereich betrifft, ich spreche jetzt ganz bewusst keinen Namen von NGOs aus, aber mir haben diverse Vorsitzende von NGOs in Berlin bereits signalisiert, dass sie im Gegensatz zur Vergangenheit, als sie meine Wahlempfehlung von die Linke ausgesprochen haben, das eben diesmal nicht mehr tun werden. Und genau deswegen werde ich natürlich erst recht sehr aktiv an diese NGOs herantreten, tue das auch bereits, um dort neue Wählergruppen zu gewinnen, aber auch gesamt zivilgesellschaftlich. Berlin hat einen so großen Pool von jungen Menschen, die hierher gezogen sind, die plötzlich sehen, was für Freiheiten und Möglichkeiten sie in diesem Berlin haben und genau die dann auch leben wollen und diesen Ausdruck bei uns in der Partei wieder füllen. Und genau das werde ich tun. Danke. Warte, 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 warte. Es gab ein Geohrter auf schließend der Rednerliste. Redeliste. Ähm. Jetzt Redenliste. Nein, ich habe nicht Redenliste. So. Dann lassen wir halt noch die Rednerinnenliste offen. Gibt es Regenreder? Nein? Okay, damit das ist der Videoantrag da. Ja, lieber Bruno, du hast einige sehr schöne, auch sehr allgemeine Änderungen angesprochen. Speziell fand ich jetzt wirklich deutlich die Frage des Zugehens auf die INGOS. Mich würde schon interessieren, wie auf Wachse, ob man damit einverstanden ist oder nicht, ist eine andere Frage. Konkrete Punkte für den Wahlkampf benennen könntest. Das wäre nicht von Schoritzer. Und zumal Vorredner sei angemerkt, es werden ausschließlich, so sieht es etwas Parteiengesetz vor, Piraten, die AV bestimmen, das heißt, die Piraten wählen und stellen die Listen auf, aber es steht absolut nicht im Gesetz drin, dass es Piraten sein müssen, die auf der Liste stehen. Meines Wissens haben wir zumindest in der BVV Charlottenburg will das doch, eine sehr liebe Kollegin, die nicht geraten ist, die auch aufgestellt worden ist. Das bleibt uns völlig unbenommen. zu den Schwerpunkten, die ich wichtig sehe im Wahlkampf, wobei ich dem natürlich nicht vorgreifen kann, was ihr gemeinsam dann wieder mit der Funktionärin SMV beschließt oder auch mit unserem nächsten Parteitag, wo AV, also Aufstellungsversammlung stattfindet, hoffentlich auch ein bisschen dramatischer eigentlich ist. Für mich sind aber dennoch die Schwerpunkte, die ich momentan skizzieren möchte, natürlich als erstes eine emanzipative und andere Flüchtlingspolitik. Es ist der Aspekt Freihandelsabkommen wie TTIP und auch der Abbau von Demokratie, der Raubbau durch transnationale Konzerne. Es ist für mich eine alternative Kulturpolitik, die ganz wesentlich ist und natürlich die Beteiligung, die Bürgerbeteiligung per se ist natürlich als eins unserer Gründungsthemen in der Piratenpartei immer wichtig, keine Frage. Wesentlich aber für mich und diesem Zukunftslabor Berlin ist auch die Begrifflichkeit immer wieder zu prägen und gerade im Netzzeitalter zu verstehen, dass global Denken und lokal Handeln dann auch wirklich zu globalen Veränderungen führt. Hallo Bruno, ich habe mal eine Frage in der Hinsicht auf deine zeitlichen Ressourcen. Du bist Musikproduzent, du gibst Konzerte. Wie viele Ressourcen hast du übrig für die Partei als Landesvorsitzender? Ich hatte jetzt in diesem Sommer sehr, sehr viele Festivals gespielt, auch ganz bewusst, wohlweislich, wissen, dass ein neuer Wahlkampf kommt und deswegen auch finanziell schon ein bisschen was, wie ich es immer gemacht habe, auf die Seite geschafft, damit ich dann die harte Wahlkampfzeit durchstehen kann. Ich werde jetzt noch sehr intensiv bis Dezember, für diejenigen, die, ich hoffe, das kriegt jetzt keiner von unserer, von unserer Fans meiner Musikgruppe mit, ich werde schauen, dass wir es wirklich schaffen, bis Dezember ein neues Album fertig zu kriegen, da werde ich noch ein bisschen mehr dran arbeiten, aber dann, aber bitte nicht weitergehen, sonst kommen wir ja die Online-Gestellung vor und dann ist jetzt ein Unterdruck irgendwie. Aber anyhow, ich habe genau diese Dinge bedacht, so wie in der Vergangenheit. Ich hatte eine harte Durststrecke, das muss ich ganz ehrlich zugeben, denn ich habe lange Bundestagswahlkampf gemacht, danach, das war ja irgendwie doch ein ziemliches vor die Wand fahren, habe ich dann trotzdem versucht, über diese Wand hinüber zu fliegen und direkt mal Europa-Wahlkampf weiterzumachen, weil ich es mir gar nicht vorstellen konnte, zu stoppen. Was natürlich dazu geführt hat, auch im Zuge meines Umzugs nach Berlin, dass es zwischenzeitlich meiner Firma nicht ganz so gut ging. Das habe ich aber in den letzten Monaten, ich war dann zwischenzeitlich auch mal sehr krank, wieder alles hinbekommen und der Betrieb läuft sehr, sehr gut, hat sehr viel Plus erwirtschaftet, und mein Steuerberater hat mir schon geraten, viele Rücklagen zu machen, weil viel Steuer auf mich zukommt. So gesehen habe ich also ein sicheres Polster geschafft, um auch gut Wahlkampf machen zu können. Du hast dann veröffentlicht, ja, genau. Ja. Okay, letzte Frage. Und nur, du bist ein Mensch, der vor allem Menschen auch begeistern kann und das brauchen wir. Ich würde ganz gerne trotzdem noch auf ein paar Sachen eingehen, und zwar habe ich immer bei den letzten Wahlkämpfen so ein bisschen vermisst, dass wir es leider nicht so ganz geschafft haben, eigentlich das, was wir schon geschafft haben, in den BVV, im Abgeordnetenhaus an die Öffentlichkeit zu bringen und diese Ergebnisse auch darzustellen unseres Handelns. Und das würde ich mir vielleicht für den nächsten Wahlkampf auch mehr wünschen, dass wir mehr das herausbringen, was wir eigentlich auch schon geschafft haben, in diesen fünf Jahren, wo wir hier dabei sind, sei es in den BVV, sei es im Abgeordnetenhaus, es ist viel gelaufen, es sind viele Veranstaltungen gelaufen, und ich glaube nicht, dass es reicht, zu sagen, da wollen wir hin, sondern wir haben dann, jetzt nach dem Wahlkampf, fünf Jahre Beteiligung an BVV und Abgeordnetenhaus. Und es reicht halt nicht, zu sagen, da wollen wir hin, sondern wir müssen auch uns rechtfertigen, was haben wir in diesen fünf Jahren geleistet. Und ich glaube, das ist einiges und ich glaube, das kommt in der Öffentlichkeit immer noch viel zu kurz, da müssen wir, glaube ich, daran arbeiten und das wäre meine Bitte an dich, dieses auch für den Wahlkampf mit zu berücksichtigen und hier, dass es hier ein klares Konzept gibt, wie wir es schaffen, das, was wir bisher geleistet haben, auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Du hast vollkommen recht, wir müssen liefern und wir haben geliefert, aber ich gebe dir da ein gutes Beispiel, um auch zu zeigen, inwieweit wir dazugelernt haben letztendlich jetzt für Anträge vorbereitet, mit denen wir wirklich gegenüber politischen Mitbewerbern extrem gut punkten können. Wenige Leuten ist ja aufgefallen, dass eigentlich die wirklich coolen Tierschutzanträge, die in Berlin gestellt wurden, nicht von den Grünen kamen, sondern witzigerweise von der Piratenfraktion. Allen voran Simon Kowalewski und Philipp Nagalski, die da ganz tolle Arbeit schieben. Es ist natürlich jetzt ein bisschen unfair, schon vorab von dem Antrag zu werben, aber das richtig Clevere ist, den Grünen so richtig einzuheizen im eigenen Thementerrain und da gibt es einen Antrag, der zum Beispiel ganz klar sagt, wir müssen in der Tierhaltung und in der ökologischen Produktion Berlin aus Brandenburg rausholen und eine eigene Politik fahren, was eben die Produktion von Lebensmitteln und den ökologischen Landwirtschaftsbau betrifft. Das ist ein Aspekt, wo wir wirklich punkten können, denn in Berlin gibt es ein Riesenbedürfnis für alternative biologische Erzeugung, nur gibt es kaum Anträge, die genau in die Richtung gehen, endlich Berlin hier aus diesem Massentierhaltungsland Brandenburg zu entkoppeln. Das sind genau die Anträge, womit wir in diesen Themenfeldern dann wirklich massiv punkten können. Dankeschön. Rande, ich sehe dich laufen, aber die Liste mit den Menschen, die hier sprechen wollten. Die haben ja schon geschlossen. Nein, nein, nein. Nein, nein. Okay. So, jetzt sind wir tatsächlich, wie nennt es uns mal? Uns ist uns auch leidlich im Japan gekommen. Der hat hier Fluchte mit den Seil verlassen. ich glaube, wegen einer familiären Geschichte. Aber er sagte, er hätte uns eine vertretene Person gehört. Die steht auch gerade auf, meldet sich. Möchtest du bitte nach vorne? Ja, also ich habe das jetzt spontan genommen, ich mache das zum ersten Mal, aber ich bin in dem Prozedere noch nicht so drinnen. Ja, okay. Also mit dem Einverständnis der stellvertretenden Wahlleitung würde ich vorschlagen, dass wir wie folgt Verfahren. Du widersprichst mir sofort, wenn es nicht in deinem Sinne ist. Es wurden vorhin schon einige Wahlhelfer benannt. Wir haben jetzt im Moment zwei Kandidaten. Stehen die schon drauf? Gut, gibt es seitens der Versammlung den verschärften Wunsch, die zwei Kandidaten dort hinzuschreiben an die Wand? Wir haben, ich würde vorschlagen, in der Reihenfolge der Vorstellung. Das heißt, Bruno, du warst über zwei. Zweite Vorstellung, ja? Das war jetzt. Ist jetzt auf dem Webshop, okay. Gut, also wir werden es jetzt an die Wand werfen. Da gibt es dann zwei Kandidaten, die zur Wahl stehen. Ihr habt einen Wahlzettelblock. Dann nehmt ihr bitte den Stippzettel Nummer 1. Nachdem zwei Kandidaten zur Wahl stehen, könnt ihr jeden der beiden Kandidaten wählen. Also kreuzt ihr entweder 1 oder 2 oder beide oder keinen Antwort. Ergänzungen auf dem Stippzettel führen zur Unglücklichkeit des Sänen. Ja, das wäre sehr wichtig. Gibt es zum Verfahren Fragen? Und zwei Anlegerungen bitte noch. Wenn ihr auf dem Stippzettel ankreuzt, bitte jetzt noch nicht ankreuzen, weil es ja noch nicht auf der Wand steht. Dann bitten wir darum, dass ihr den Stippzettel so faltet, dass man oben noch einmal faltet, wie das man oben noch sieht. Stippzettel. Für den Fall, dass ihr falsch angekreuzt habt, also beispielsweise ihr wolltet Kandidat 1 wählen, habt aber aus Versehen das Kreuzchen bei dem Kandidaten 2 gemacht, dann streicht ihr bitte deutlich sichtbar das Feld 2 durch. Also flächig, dunkel machen und dann das Kreuz an der zweiten Stelle machen. Solltet ihr jetzt zum Ergebnis kommen, ich wollte zusätzlich jetzt auch noch Kandidat 2 wählen, dann wieder ein Kreuzchen daneben machen. Es muss eindeutig aus dem Stimmzettel hervorgehen, was der Wille des jeweils stimmberechtigten Person ist. Deshalb nehmt ihr bitte dann bei der Wahl eure blaue Stimmkarte mit, da wird nämlich dann an der Wahl wohl abgekreuzt, dass ihr da wart und werdet anhand eures Akkreditierungsbahns überprüft, ob ihr auch tatsächlich stimmberechtigt seid. Das fandet natürlich abends dann oder an einer Stimmkartei, dass die Schwerke oder so. So, und ja, die Geschichte wird jetzt hier noch an der Wand gebraucht, da braucht es die Letztin immer irgendwie Stärkarte zu hören. Ja, also es wird so gewählt, wie sich die Kandidatenrate der Einführung vorgestellt hat. Wir schmeißen die Kandidaten in der richtigen Reihenfolge an die Wand, sonst gibt es hier noch Missverständnisse. Als erstes sollte der Wölk-Applaus und Brunner sein, also mit Faxe, und als zweites sollte Bruno Gerd-Kramm sein, und ja, das sind eure Stimmen. Achso, der Letztin Sonnenhof war nach vorne, der Mann, also der Wettkarte, oder? Vielen Dank. ich kann es jetzt noch mal Leben Genau. Da, das ist, da eigentlich nicht. Da, da, der neue Wettkarte, der neue Wettkarte, die neue Wettkarte, ist ja jetzt. Vielen Dank. 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 Okay, dann leuchten wir hinten. Gordon, bist du kein Wahlhelfer? Vielen Dank. So, okay. Dann damit eröffnete den ersten Wahlgang zur Wahl des ersten Vorsitzenden. Vielen Dank. 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 Nachbarurteile. Da habe ich es gewartet. Da hat er jetzt aufzuschließen. Er steht da vorne. Ja, ich habe das gemacht. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. 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 Auch die Türkei, die über 2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat, davon 1,2 Millionen Syrer. Und ich denke, hier haben die Piraten neben ihrem digitalen Schwerpunkt eine ganz hervorragende Gelegenheit, sich sachpolitisch stärker aufzustellen. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal meinen Appell wiederholen, wir sollten uns mehr auf Politik konzentrieren und weniger auf andere Strukturen. Danke schön. Ja, ich würde gerne auch noch ein, zwei Sachen zu sagen. Und zwar haben wir kein Flüchtlingsproblem, sondern wir haben ein Verwaltungsproblem. Und ich glaube, die Politik, die hier gefahren wird, die wir immer wieder erleben von der CSU, von der CDU, SPD, die sagt uns eins sehr deutlich, die sagt uns, dass diese Parteien keine wirkliche Versorgung und adäquate Lösungen für Flüchtlinge bieten will. Denn wenn wir wirklich hier einen Katastrophenfall hätten, zum Beispiel in Berlin, wäre die Sache hier, glaube ich, ganz anders verlaufen. Und plötzlich wäre das THW da und verschiedene Kräfte die Leute vernünftig unterzubringen. Und hier hat man auf Verwaltungsebene deutlich geschlafen. Wir haben vor über einem Jahr das im Unterausschussbezirk auch diskutiert. Wir haben darauf hingewiesen, dass es hier zu wenig Unterbringungsmöglichkeiten gibt. Die Aussage vom Senat war, naja, wir können anhand der Zahlen, die jetzt vorliegen, nicht sehen, dass die Flüchtlingszahlen steigen. Das ist eine klare Ignorierung der Realität. Und als solches, denke ich, sollte man sie auch betrachten. Und ein solches Verhalten der Vergabe hier auch anbrang. So, wir haben ein Ergebnis vom Wahlgang zum ersten Vorsitzenden. Und wir haben 19 Stimmen auf Faxenfall. Also 19 Stimmen sind auf Faxenfall und 59 auf Bruno. Und dann haben wir einen alten, neuen Vorsitzenden. Ich nehme die Wahl an und ich freue mich tierisch mit euch im Wahlkampf zu ziehen. Danke. So, und damit eröffne ich jetzt hier die Kandidatenliste für den Wahlgang. Das war der zweite Vorsitzende oder der zweite Vorsitzende. Das war der zweite Vorsitzende. Danke. 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 war so nicht gewünscht. Diesmal mache ich sie ein bisschen anders. Ich habe mich aber im Vorfeld schon sowohl mit dem jetzt gerade gewählten 1V als auch mit ein paar Leuten, die dann im späteren Wahlgang da auf diesem Leitwand stehen werden und unterhalten. Wir haben schon uns ein bisschen Gedanken darum gemacht, wer in diesem Traumvorstand sozusagen dann welche Aufgaben übernehmen würde. Und mir würde es einfach dann zuteil werden, in allererster Linie Bruno den Rücken freizuhalten. Also alles das zu übernehmen, was er aus irgendwelchen Terminkollisionsrücken persönlich hinbekommt. Danke. Andererseits sehe ich es als meine hauptsächliche Leidenschaft sozusagen an, dass wir eigentlich ab gestern einen möglichst guten Wahlkampf mit einem möglichst guten Programm machen. Wir haben die Grundlagen dafür geschaffen. Wir haben beim letzten WASTE Programmwerkstätten festgelegt. Da werde ich dabei sein und die mit betreuen sozusagen dann für den Vorstand. Und ja, ich werde einfach dann diese Programmvorschläge mit begleiten, dass sie tatsächlich zum Wahlkampf Mordfurt werden. Das ist das, was ich gerne machen würde. Und ansonsten muss natürlich der Vorstand, je nachdem wir dann alles noch da, dann ein Teil davon ist, sich Dinge überlegen. Ich würde zum Beispiel auch an manchen Stellen zum Beispiel bei der Technik unterstützen, aber das müssen wir dann im Einzelnen alles schauen. Ansonsten freue ich mich auf eure Fragen, insofern wir noch welche haben. Ich habe nur eine kurze Frage an dich, Simon. Wenn du nicht als Stellvertreter gewählt würdest, würdest du auch als Reisezahn betreten? Das ist eine gute Frage. Das würde ich dann entscheiden, soweit die Liste für die BeisitzerInnen offen ist. Aber ich sehe grundsätzlich momentan nichts, was dagegen sprechen würde. Ja, grüß dich Simon. Auch an dich die Frage, was gedenkst du zu tun als erster Vorsitzender, als zweiter Vorsitzender, Entschuldigung, um die verschiedenen Ströme im Landesverband Berlin wieder einen Tisch zu bekommen, damit man das ganze Leben wieder gemeinsam ruft und nicht mehr gegeneinander hat? Ich denke, wir sind dann jetzt gerade so ein bisschen am Ende eines Konsplikierungsprozesses. Ich denke mal, und das zeigt eigentlich auch dieser Parteitag, dass es eigentlich in Berlin gar nicht mehr wirklich sinnvoll ist, von verschiedenen Strömungen zu sprechen. Ich denke mal, wir alle haben jetzt gerade den Wunsch, in aller erster Linie uns auf 2016 vorzubereiten und da konstruktiv mitzuarbeiten. Und wenn einzelne Leute weiterhin irgendwie sich gegen die Interessen dieser Partei verhalten, da habe ich ja auch jetzt die Erfahrung aus einem Jahr im Schiedsgericht, dann wird da entsprechend der Satzung mit umgegangen werden. So, weitere Fragen, die sehe ich jetzt hier nicht an der Stange stehen. Doch, doch, ihr seid jetzt immer so mehr. Simon. Olli. Du möchtest ja auch kandidieren, glaube ich, für, also du möchtest ja wieder abgeordneter werden nach Möglichkeit, stellt sich mal. Auch das ist eine Frage, die sich dann stellt, wenn es sich stellt. Ja, natürlich. Jetzt mache ich mir noch ein bisschen Sorgen. Es sind ja eine ganze Menge Sachen. Du machst ja auch schon eine ganze Menge Sachen. In diesem Rumpf, den wir hier noch am Laufen halten. Glaubst du wirklich, dass du das so unter einen Hut kriegen kannst? Jetzt mal ganz im Ernst. So? Du kennst mich, Olli. Und du weißt, dass ich mir nichts vornehme und auch nichts anbiete, was ich nicht auch schaffen kann. Natürlich würde ich nicht mehr weiterhin Mitglied des Schiedsgerichts sein, aufgrund der Tatsache, dass es nicht mehr sein könnte. Das wären aber auch schon mal wieder so ein bisschen Minuten, die dann frei würden. Ansonsten denke ich mal, dass die Arbeit, die ich momentan mache, in drei verschiedenen Spots und auch noch an verschiedenen anderen Baustellen dieser Partei, letztlich nichts sind, was ich nicht auch als Zweifrau machen könnte. Plus dann noch ein paar Sachen, aber ich denke mal, das würde ich hinkriegen. Und du machst ja auch keine Sorgen, dass es irgendwie so ein Machtgefälle geben könnte, oder sollst du... Machtgefälle? Ja, Machtgefälle, so wenn du... was... Bitte, du sollst mitnehmen, auch eine Frage. Okay. Kaffee. War das jetzt eine Frage? Okay. Gut, daran ist keine Frage, war dann auch eine Antwort, die es auch nicht. Denise, ne? Oder hast du auch noch eine Frage? Was? Ähm, Olli, was würdest du tun, dich zu motivieren, für den Berlin-Weikampf anzutreten? Also zumindest zum Helfen. Okay. Um dich zu motivieren? Ja. Als Brandenburger? Als Brandenburger für den Berlin-Wahlkampf, ähm, mal wieder, ja, bei der Kraft reinzustecken. Ich würde sagen, wenn du noch hinter den Ideen stehst, die ursprünglich mal zu der Gründung einer Piratenpartei geführt haben, dann ist die Berlin-Wahl einfach unser Prüfstein. Berlin war das erste Mal, dass wir in den Landtag eingezogen sind. Berlin kann das zweite Mal werden. Äh, die, ähm, Umfragen aktuell sind kritisch, aber nicht, äh, chancenlos. Und wenn uns das gelingt, dann hätten wir tatsächlich den Leuten, die, äh, seit 2012 behaupten, und das wäre irgendwie nur so ein einmaliger Halt gewesen, das sich niemals wiederholen wird, dann hätten wir denen tatsächlich gezeigt, dass sie Unrecht haben. Und ich denke mal, das wäre einfach das, was diese Partei momentan braucht. Ähm, Patreon? Bitte? Lass uns einfach Spaß haben. Ich freue mich auf den Beitrag. Ja, das kommt natürlich noch hinzu. Hallo, Simon. Hallo, Mirko. Meinst du, du hättest den Vorstand aus, der sich dann so konstituiert wie vielleicht der Letzte so ähnlich? Also, es gibt ja auch mal so brenzlige Situationen, wo man sich nicht gleich einig ist, wo dann zum Beispiel ein, äh, ein Haushaltsplan nicht weitergeht, weil Redenbedarf steht, und hinterher behauptet, er geht nicht weiter, weil mir noch so faul ist, den durchzubringen und solche Sachen. Äh, äh, da ist dann schon mal ein bisschen Stress angesagt. Habst du das bekannt? Also, ich meine, wir gehen auch nicht, äh, immer vegan essen nach dem Sitzung. Wir gehen auch mal Steaks essen, weil die einfach die Energie auch brauchen. Okay, ähm, das mit, äh, also, ich werde weiterhin Veganer sein. Vielleicht kann man dann auch darauf hinwirken, ähm, dass man dann entsprechend auch mehrheits- oder anschlussfähige Locations findet für die Treffen nach den Vorstandssitzungen. Aber ansonsten, ähm, hab ich, glaub ich, äh, ihr wisst warum, äh, ich bin seit 2011 immer auch mit Dietus abgehauen im Haus, das hatten wir auch grad schon gehört. Ich hab eine gewisse Übung darin, mit Leuten zusammenzuarbeiten, und das unabhängig davon, ob ich sie jetzt, äh, äh, persönlich total gerne mag oder auch nicht. Ähm, ich hab, glaub ich, auch in dieser Zeit, äh, in dieser Partei eben auch, weil ich, äh, äh, schon diverse Male wegen irgendwelchen Dingen, die ich getan habe, wegen irgendwelchen Aussagen, die ich gemacht habe, in einer gewissen Kritik stand, äh, einfach auch, äh, Erfahrungen damit, mich gegen Vorwürfe, äh, sozusagen zu verteidigen, oder mich damit erstmal auseinanderzusetzen. Und ich denk mal, das Fell, das ich hier sozusagen stehen kann und sagen, das hier auf jeden Fall, das, äh, das ist der Fall. Also, das kann ich hier zusagen. Okay, jetzt hat es ja wohl okay, gültig erledigt, die Frage für dich. Ähm, danke schön. Okay, damit kommt, äh, Gordon. Gordon. Robert, stell dir nicht vor. Ja, hi. Ähm, ich bin Gordon, die meisten von euch, ähm, kennen mich schon. Ich war schon eineinhalb Jahre lang, äh, mit dem Landesvorstand Berlin, damals als, äh, Landesschatzmeister. Ähm, insofern, ähm, habe ich auch schon ein paar Erfahrungen, was, äh, Vorstandsarbeiten angeht. Ähm, ich stehe, ähm, heute hier, weil ich zum einen sage, äh, eine Wahl hat nur der, der auch eine Wahl hat. Insofern, ähm, brauchen wir auch entsprechende Kandidaten. Ähm, zum anderen ist mir, äh, wie in den letzten, äh, gerade im letzten Jahr, eineinhalb Jahren aufgefallen, dass wir in Berlin, ähm, ähm, durchaus dieses Bier verloren haben. Ähm, wir waren mal eine, äh, äh, eingeschworene, äh, ähm, ein eingeschworener Landesverband, äh, der sich regelmäßig in verschiedenen, äh, ähm, der zusammengearbeitet hat, der Spaß hatte. Ähm, ähm, und, ähm, mit dem Wegbruch von vielen Crews, dem Wegbruch von Kinski, ähm, und von anderen Lokalitäten, ähm, ähm, hat sich das so ein bisschen auseinanderdividiert. Ähm, äh, und, äh, und, äh, ich finde, wir haben, äh, äh, da unbedingt wieder Nachholbedarf. Wir müssen dort wieder eine, äh, ein Hier werden. Denn wir haben 2016 eine Wahl. Wir wollen wieder in dieses, ähm, ähm, Abgeordnetenhaus einziehen. Ähm, ähm, dafür stehe ich, dafür brenne ich. Ich darf, ich möchte gerne diesen Landesverband wieder, ähm, ins Abgeordnetenhaus reinbringen. Ähm, ähm, äh, ich habe, ähm, als Landesschaftsmeister damals sogar die, äh, die, äh, Bundestagswahl im Landesverband begleitet. Ähm, ähm, und ich denke, zusammen, als wir, können wir das schaffen, als einzelne Grüppchen nicht. Und genau deswegen möchte ich gerne da an diesem Punkt arbeiten und, äh, schauen, dass wir da wieder enger zusammenrücken, zusammenarbeiten, um gemeinsam dieses Ziel zu erreichen. Applaus Hallo Gordon. Weißt du, welche Frage ich jetzt stellen will? Nein. Nein. Es geht um die Übergabe der Schatzmeisterunterlagen aus deiner damaligen Schatzmeisterzeit. Am 1.3.2014, genau aus Vergangenheit, aber ich sage was über die Qualifikation von Menschen in Vorstandsämtern. Am 1.3.2014 bist du aus dem alten Vorstand rausgeschieden und es mussten dann Sachen übergeben werden. Unter anderem eine, verschiedene Papiere, es gab dann so einen großen Karton, der hieß Giftkiste, da war so gerasselt drin, also ungeordnete Papiere, und er hieß, das ist gefährlich. Es stellte sich dann raus, wie gefährlich das war, als wir vom Mahngericht, heute immer gern genommen, Nachrichten bekamen, dass jetzt demnächst gegen die Piratenpartei vollstreckt wird. Wir hatten dann Glück, dass da ein Formfehler drin war. Es waren 2.800 Euro. Warum? Schlussendlich haben wir ungefähr sechs Wochen, acht Wochen gebraucht, bis wir von dir diesen Unterlagen hatten, um substanziert dagegen vorgehen zu können. Warum hat das so lange gedauert? Also, um es zu konkretisieren, es geht dort um einen Fall der Abrechnung von Wattenfall über den Strom der WKZ, die dort eine horrende Summe für einen Verbrauch gefordert haben, den wir niemals verbraucht haben können. Was einfach daran liegt, dass vor uns sozusagen eine entsprechende Verkaufseinrichtung drin war, mit Kühltru und so weiter, wo wir einfach diesen Aufschlag gemacht haben. Das Ganze ist an den damaligen Schatzmeister von mir mit dem expliziten Hinweis, dass dieser Vorgang offen ist, übergeben worden. Er sagte mir, er kümmert sich darum. Das ist eine Zeit lang nicht passiert. Und als es dann irgendwann sozusagen zu diesem Exkasions-Werbe kam, kamen dann einzelne Vorstandsmitglieder zu mir und sagten, was ist denn da los gewesen, was ist denn da passiert? Dann haben wir uns hingesetzt und haben die entsprechende Unterlagen nochmal rausgesucht. Aber sie waren alle schon da. Und sie waren auch alle im EMS. Also man hätte darauf zugreifen können. Moment, Moment, Moment. Gibt es, du musst auch eine kurzen Frage stellen. Stell dich bitte hinten an. Gut, für den Fall, dass du jetzt nicht zum zweiten Vorsitzenden gewählt wirst, kannst du dir ein anderes Vorstandsamt vorstellen? Weil ich persönlich möchte dich gern von mir aus als Schatzmeister sehen. Da hast du eine unwahrscheinliche Erfahrung, hast wirklich lange Zeit den Laden gerockt. Und wenn das der Fall ist, könntest du dir eine Zusammenarbeit zum Beispiel mit mir vorstellen, dass ich da auch ein bisschen dich unterstütze? Ich habe das Amt als Schatzmeister, wie gesagt, anderthalb Jahre lang gemacht. Ich weiß, was das für ein Aufwand ist. Und ich habe noch genügend andere Aufgaben in dieser Partei, die ich mache. Zum Beispiel den P-Shop. Insofern muss ich da auch ganz klar sagen, nein, ich will mich nicht übernehmen, sondern ich will nur dafür arbeiten, was ich leisten kann. Und deswegen würde ich als Schatzmeister nicht zur Verfügung stehen. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die fraglichen Unterlagen am Donnerstag, der 17. Viertel oder der 24. Viertel im DMS waren aber nicht vor. Aber du sagst, es wären die andere Zeit schon da gewesen. Warum haben wir denn so einen Aufstand gemacht, die zu finden? Warum hast du nicht einfach gesagt, hier sind sie? Tja, das lag einfach daran, dass es eine relativ schwierige Kommunikation auch mit diesem Vorstand war. Wie du weißt, finden da auch einiger Schriftverkehr her und einiger Wismut. Insofern, ja, wie gesagt, ich bin aber auch der Meinung, dass wir jetzt hier irgendwie WG-analyse-Universitäten nicht unbedingt ausdiskutieren müssen. Ich bin auf deiner Seite geworden. Ja, ja. Hallo Gordon, ich will dich jetzt mal, ich glaube, vor dir selbst schützen. Du machst den P-Shop, du machst den gut, ich erlebe dich aber wirklich zu 99% an der Belastungsgrenze. Ich finde, du tust dir damit wirklich nichts Gutes. Bitte überleg dir das nochmal sehr, sehr genau. Du bist ganz wertvoll für diesen Landesverband tatsächlich, mit all deinen Wissen aus der Staatsmeisterei und so weiter. Aber was soll ich mir seine Frage stellen? Wie denkst du, dass du den Vorsitz mit deinen anderen Aufgaben auch zu deinem eigenen Wohl tatsächlich verbinden kannst? Genau das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und ich habe mir das auch mit Sicherheit nicht leicht gemacht. Ich habe in den letzten Tagen sehr, sehr intensiv darüber nachgedacht. Stellst du dich da vorne auf die Bühne oder tust du das nicht? Und vom Prinzip her beantwortet das auch die Frage, warum ich sage, ich stehe nicht als Staatsmeister zur Verfügung, weil ich eben genau das nicht leisten kann. Wo ich denke, da sind einfach Grenzen. Aber als stellvertretender Vorsitzender sehe ich das eher, Termine wahrzunehmen, die zum Beispiel Bruno nicht wahrnehmen kann, den Landesverband nach außen an der Stelle zu repräsentieren. Auf der anderen Seite aber eben tatsächlich nach innen zu wirken und zu schauen, dass wir wieder enger zusammenwirken, dass wir wieder mehr miteinander reden, anstatt übereinander zu reden. Und ich denke, das ist eine Aufgabe, die ich jetzt schon tue und die ich so in der Form auch noch besser leisten kann. Okay, sonst gibt es keine Fragen bitte mehr. Ja, vielen Dank dafür. So, das ist der zweite Wahlgang. Das ist der Stimmzettel Nummer 2, Hellgelb. Der ist so eine sehr helle Farbe, fast hellfarben, ja. Die Stimmen, an die man will, zu sehen. Stimme 1 für Wachse, Stimme 2 für Simon Kowalewski und Stimme 3 wäre dafür worden. Dann bitte ich die Wahlhelfer an die Brunnen. Gibt es noch Fragen zu den Wahlen? Das ist anscheinend nicht der Fall. Ich sehe jetzt nur eine Runde besetzt. Es können ein bis drei Kreuze gemacht werden. Ich vermisse noch die Wahlhelfer an die Brunnen 2. Ich vermisse noch die Wahlhelfer an die Brunnen 2. Abonnieren. Ich vermisse noch die Wahlhelfer an die Brunnen 2. Ich vermisse noch die Wahlhelfer an die Brunnen 2. Ihr braucht ein guter Regen. Wir klären das. Wir haben Freiwillige. Es gibt Freiwillige. Das ist doch ein wundervolles Spiel. In der Linken erklären wir die Modalität. Jetzt springe ich hier mal kurz ein. Haltet mal alle eure wundervollen Uhren hoch. Das sind ja an der Zahl 2. Jetzt sind wir zum Wohnen und so weiter. Das ist auch wichtig. Das ist gut aus, ne? Da habt ihr jemanden. Okay. Den Wahlgang kriege ich nicht. Dann eröffne ich hier mit dem Wahlgang. Aufmerksamkeit! Ja, und ihr dürft gerne die Leute von draußen reinholen, Bescheid geben, da rufen, antwittern, obwohl das im Kapitän geht ist und solche Dinge machen. Vielen Dank. 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 vorher klären, ob derjenige da ist. Marmar sagt ja genau, was du willst zu sagen. Ja gut, ich weiß nicht, wenn ich in diesem ganzen Spots drin ist. Marmar, warum enthält ich dir jetzt einfach mal nach vorne? Also ich kann das kurz erklären, worum es geht. Also, in Berlin ist es ja so, dass es zwar Landwirtschaft gibt, aber sehr wenig Landwirtschaft gibt. Und aus dem Grunde ist vor Jahren geschlossen worden, die Verwaltung der Landwirtschaft, ein Kraft-Eis-Konsum, der denkt jetzt besser als ich denke. Also ich fühle den Satz noch zu Ende. Das ausgeladert ist an den Randgurt und den Rest zeigt ganz sicher. Ich habe das vorhin schon gesagt. Bisschen ruhig hier. Okay. Ja, wir haben diesen Antrag gestellt als Kultursquad. Einfach aufgrund der Tatsache, dass natürlich auch die Landwirtschaft eine kulturelle Erfungenschaft ist letztlich überhaupt so die Definition von Kultur in vielen Kontexten. Sorry, ich bin nach Trefferhof gerannt. Berlin ist eigentlich die Stadt der, sagen wir mal Ökos, die Stadt der Menschen, die auf Nachhaltigkeit achten. Und Brandenburg hat sehr viel von der Agrarstruktur in der Deutschen Demokratischen Republik geerbt mit Großbetrieben, mit nicht unbedingt funktionem Tierschutz. Das hat sich leider ein bisschen die heutige Zeit durchgezogen. Deswegen ist Brandenburg-Hortel das Land der Monokulturen und der Intensivnutzung der natürlichen Ressourcen. Eigentlich alles das, was wir in Berlin gerne ablehnen bei der Erzeugung unserer Nahrungsmittel. Und jetzt ist allerdings das Problem, dass Brandenburg, der Staatsvertrag, die Agraraufsicht sozusagen, sorry, ich weiß, es ist für Brandenburger unterwegs, das ist schon mal richtig mal da, aber, dass Brandenburg einfach die Agraraufsicht auch für Berlin übernimmt. Und das ist natürlich eher ungünstig, aufgrund der Herr Schilder-Tatsache. Deswegen sage ich, und das ist auch so ein Teil des Antrages, dass wir in Berlin unsere Agrarpolitik zurückholen müssen. Also dieser Staatsvertrag müsste rückabgewickelt werden, um die ganzen Dinge, die wir uns hier vorstellen, mit nachhaltiger Landwirtschaft, mit Tierschutzvorstellungen und eben auch mit Landwirtschaft in der Stadt einfach umsetzen können. Und das ist das, was wir mit diesem Antrag herweitern machen. Danke. Kleiner Weg mit dem Zaunfragen. Es gibt bei uns, nicht umsonst, gerade die Bürgerinitiative beziehungsweise Bürgerbegehren mittlerweile, bezüglich Massentierhaltung und es wird gerade versucht, zurückzuentwickeln. Ja, ich gebe dir in dem Punkt recht, derzeit ist es einfach nichts. Aber mittlerweile hat irgendwie die Bürgerinitiative bezüglich Massentierhaltung irgendwie 30.000 Unterschriften und ja, wir sammeln weiter. Und es gibt zumindest gute Möglichkeiten zu sagen, Brandenburg ist auf ihren Weg, das irgendwie zurückzuentwickeln. Wir haben Vogelsänger, der Idiot, Entschuldigung, ist halt ein Massentierhalter und es wird halt ein bisschen dauernd, aber zumindest wir hoffen, dass wir irgendwie noch in diesem Jahr das Ganze irgendwie zurück bringen können. Derzeit, aus dem jetzigen Punkt, stimme ich dir zu. Wir sammeln natürlich die ganze Zeit Unterstützerunterschriften beziehungsweise Möglichkeiten, das Bürgerbegehren durchzubringen. Es gibt natürlich dann noch die Volksinitiative, eine Höhe und es dauert. Und von daher aus der jetzigen Sicht, klar, stimme ich dir zu. Aus der zukünftigen Sicht bin ich zumindest positiv optimistisch, dass wir das Ganze zurückdrehen können. Es ist das Ganze natürlich genauso wie dritte Startbahn BDR, es ist noch Zukunftsmusik und wir sind dabei. Aber wir sammeln und ja, es dauert, aber es ist halt anbogen, weil du hast den Amtseintrag, du musst die Leute irgendwie in die Ämter bringen, aber ich hoffe, dass wir das noch in Ende dieses Jahres in die richtige Richtung treten können. Und von daher aus der jetzigen Sicht, klar, stimme ich dir zu, sind wir einfach nur scheiße. Aus der zukünftigen Sicht, würde ich sagen, positiv optimistisch, wir kriegen das hin. Einfach aus der Sicht der Piraten, und wir machen das. Ich freue mich auch über jede Bürgerinitiative und über jeden wachsicherer der Betrieb der in Brandenburg nicht. Auch das kommt ja in letzter Zeit an uns immer vor. Aber dass es diese Bürgerinitiative gibt und das tatsächlich um jeden neuen Betrieb, der sogar umreißig funktioniert, irgendwie angesiedelt werden muss, um einen Kanzler zu geben, zeigen wir halt, dass die Brandenburgische Landwirtschaftspolitik einfach momentan, ich hoffe natürlich, das ist ein Lassen, aber momentan halt einfach nicht das ist, was wir als Berliner wirklich sozusagen unterstützen können. Und nicht unterstützen im Sinne von, ja, wir machen bei euch, das ist okay, sondern unterstützen im Sinne von, ja, wir machen bei euch und unser Land mit. Weil das gibt mir einen Schritt für heute, seit wir die Brandenburgische Agrarpolitik sind die 180 Grad noch drehen sollte, wäre echt froh, das noch vergeben zu dürfen. Das würde aber nichts verändern, dass tatsächlich Berlin als Staats noch ganz andere Anforderungen haben, wir haben nicht die Riesenflächen, die in Brandenburg hier. Da haben sie sehr kleinkartige Flächen, da haben sie sehr moderne Ideen zur akratischen Funktion, zu sauberanen Flächen und das könnte einfach eine Landwirtschaft Behörde, die aus einem 187 Flächen kommen und das sind ja Besitzstrukturen, die wurden ja aus der Zeit der der heute eigenen Betriebe sozusagen, das ist voll die Zeit oder noch, könnte da einfach nicht sinnvoll die uns jetzt einfragen, das ist der andere Aspekt Ich wollte das eigentlich auch nochmal sagen, aus der Berliner Perspektive ist es natürlich auch wahnsinnig schwierig mit so einem marginalen Thema, selbst wenn das Verständnis in Brandenburg größer wäre und sich dann veröffnet aber im gesamten Landwirtschaftskonzept von Brandenburg ist eben nach wie vor Marginal ist, während es hier schwerpunktmäßig oder vollumfänglich ist, weil alles andere was in Brandenburg besser gemacht werden könnte, das kommt hier überhaupt nicht vor und eben im Moment wird das Thema in Berlin überhaupt nicht politisch wahrgenommen weil wenn irgendjemand was sagt ist die Antwort Brandenburg das heißt da gibt es auch keine politische Debatte oder irgendwie einen Ansatz darüber und deshalb glauben wir dass es wichtig ist es zurück zu holen ähm holen zurück Moment Moment jetzt hatten wir das vorhin gesagt diesen zugespräch gut ähm darf ich gerne noch sagen aber geht hinten anstecken ja ich wollte das gespräch eigentlich so wieder ein bisschen zurückführen und ähm erstens anmerken dass ich glaube das Beispiel der Massentierhaltung zeigt durchaus ähm warum es Sinn machen würde ähm als Berliner äh bei Brandenburg zu bleiben und als Berliner bei den Brandenburgern Druck auszuüben ähm dass ähm äh äh hier deutlich mehr getan wird um dem Bastial den Kind zu wirken ähm als zweites wollte ich ähm sagen dass ähm ich äh äh 2011 oder Ende 2010 äh habe ich irgendwie mit dem Faxe ähm rumgefeizt und an ein äh landwirtschaftliches Programm gebrainstormt oder was ähm und ähm 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 wenn ich mich ja auch daran erinnert hatte als du das über die Liste geschickt hattest dass du äh oder Claudia warst dass äh dass ihr an einem landwirtschaftlichen Programm arbeitet ähm und da habe ich ja schon äh so ein paar Stichwörter gegeben ähm ähm wie was eigentlich gemacht werden müsste oder wie eine Landwirtschaft Politik in Berlin aussehen würde und ich bin äh durchaus froh ähm ich bin durchaus froh dass das eben aufgegriffen worden ist hier ähm von euch und vor allem eben auch als als Kultursquad dass ihr das als Kultursquad euch dieses Thema annehmen wollt ähm Kunst und Kultur jawohl ähm denn ich denke sehr wohl dass äh dass Berlin ein einständiges ähm eine Landschaftskultur ähm pflegen sollte ähm ähm und äh dass ich durchaus zuversichtlich bin dass ihr da auf dem richtigen Weg mit seid danke zu dem ersten Teil vielleicht nochmal momentan haben wir in Berlin keine Landwirtschaftspolitik wir haben keinen Geschäftsbereich im Senat für Landwirtschaft wir haben Parteien in Berlin die antreten in ihrem Programm und kein Wort über Landwirtschaft sagen was auch logisch ist weil die Berliner Wählerinnen und Wähler durch ihre Wahlentscheidung für eine der Parteien die in Berlin kandidieren keinen Einfluss auf die Landwirtschaft letztlich erringen können und genau das ist eben das Problem äh dem wir uns hier widmen im Programm genau ähm der Antrag ist jetzt ja noch kein Programm es ist nur mal die grundsätzliche Position die ins Wahlprogramm soll die aber wohl die Voraussetzung ist dass in den nächsten Monaten noch etwas detailreicher Programm dazu ausgearbeitet werden kann und deshalb sollten wir uns heute darüber verständigen ob wir dieses Thema tatsächlich ein bisschen mehr in die Tiefe bearbeiten Bevor jetzt der nächste Frage herankommt ähm ja versucht eure Fragen relativ gezielt und in einer Essenz zu stellen ich stelle meine Fragen eigentlich immer gezielt und in Essenz aber ähm ich darf euch jetzt nicht antworten wegen dem Stream weil ich ein bisschen in den Stream gucke aber wie auch immer ähm ihr habt euch selber vorhin schon richtig angemerkt dass Landwirtschaft in Berlin eher so ein marginales Problem ist weil es einfach nicht sehr viele Flächen dafür gibt und aus diesem Grunde ist glaube ich auch wir hatten hoherändliche Rechte an das Land Brandenburg abgegeben die einfach in Landwirtschaft sehr viel mehr zu sagen haben deswegen die Frage lohnt es sich wirklich wegen anderer Ansichten von euch jetzt doppelte Strukturen aufzubauen in einem Land wo Landwirtschaft nur eine geringe Rolle spielt und zweitens nehmt ihr euch nicht selber die Wechselwirkungsmöglichkeiten mit dem Land Brandenburg denn schließlich durch die Abgabe dieser hoherändlichen Rechte an das Land Brandenburg hat Berlin natürlich auch ein gewisses Mitspracherecht es gibt dort eine Möglichkeit sich zu verabreden mit Brandenburg und dort Einfluss zu nehmen und dabei vielleicht auf einen viel größeren Markt nämlich auf den Brandenburger Markt Einfluss zu nehmen das Problem der Massentierhaltung kam mir in Berlin in dem Sinne eigentlich meiner Kenntnis nach sowieso nicht also es hilft tatsächlich nichts ein theoretisches Mitspracherecht zu haben wenn es niemanden gibt der sich darum kümmert und das ist momentan die Situation letztlich in der Berliner Verwaltung und es ist einfach so dass die Zeiten wo Landwirtschaft immer nur da durchgeführt worden ist wo riesige Flächen zur Verfügung standen wo man dann einfach riesige Monokultur in Hektarweise irgendwie immer in der gleiche Rast oder so anbauen kann das ist einfach eine gescheiterte Ideologie Landwirtschaft ist inzwischen viel klein kleinteiliger und muss es auch noch kleinteiliger werden wenn wir das Ziel erfüllen wollen dass sich die Menschen hier in dieser Stadt einfach auch mehr oder weniger autonom ernähren können wenn sie das wollen das sind einfach alles ja Herausforderungen denen wir gegenüberstehen und die mit einer Landwirtschaftsbehörde in Frankfurt zumindest aktuell und eventuell auch in der Zukunft einfach nicht machbar sind ich glaube ich glaube das ist auch eine Facette des Labors Berlin von dem Bruno gesprochen hat da gibt es eine Menge Sachen die auch im leitesten Sinne in das Startup und so weiter Dinge neue denken Produktion Arbeitsweisen Zusammenleben und so weiter neue denken und ich finde schon oder es wäre mir das recht wenn wir uns da tatsächlich auch in dem Bereich ein bisschen reinsetzen und progressiv nach vorne denken ich gebe euch als Brandenburger und soweit recht ihr könnt bis zum gewissen Punkt unsere Landwirtschaft nicht beeinflussen ja Problem sicher einfach nur einfach nur bei euren Wasserbetrieben eure Wasserbetriebe schlagen wegen Sulfat und ja zu Recht ein Grundproblem ist einfach nur da wir haben halt unsere Braunkohle und es gibt Ausnahme der SPD sehr viele Kräfte die genau in dem Punkt sagen sorry Braunkohle beziehungsweise die ganze Sulfatbelastung aus der Lausitz es geht uns am Arsch beziehungsweise es nervt uns Fleming wo ich herkomme es ist zum ganze Gegenteil wir sind eigentlich eine Region die energieautonom ist wir haben derzeit mittlerweile 95% unserer Energie stellen wir selber her wir würden gerne mehr Energie exportieren also gerade in Richtung Berlin darauf streben wir die ganze Zeit an und wir dürfen nicht beziehungsweise wir können nicht weil uns dann die ganze Zeit das EEG in Mackenweber bezüglich ja wir produzieren zu viel und wohin hallo wir exportieren beziehungsweise wir produzieren für Berlin und genau die Polymatik steht uns die ganze Zeit auf den Knochen wenn wir natürlich Lausitz beziehungsweise Fleming weiterdenken würden wir natürlich als Energie derzeit Energie ressort eure Energie produzieren geht natürlich nicht bezogen auf EEG und genau die Polymatik steht uns die ganze Zeit in den Weinen ja also wenn wir bezogen auf Wasserressort gehen sind wir die ganze Zeit Wasser für euch über Tertokanal und Co und genau also ich unterbreche ich sage genau gezielt ja bezielt ist einfach nur die Polymatik wie verbinden wir die ganzen Ressorts bezogen auf ja andere Komponente bezogen auf Nahverkehr würden wir den bezogen auf Berlin den Ring bezüglich Wannsee und Tertus Biesen also Stahnsdorf die Problematik hätten wir gerne gefixt und es gibt so viele Punkte wo wir regional kooperieren könnten aber es werden uns durch zig Barrieren einfach mal die Küche holen und genau da ist der Punkt wo wir sagen sorry Leute wir sind Randregion von Berlin beziehungsweise Randregion von Randburg scheiße lasst uns endlich mal ein Bundesland machen wo wir einfach mal die ganzen Punkte fixen können die wir jetzt einfach mal nicht machen können weil wir nicht ein Bundesland sind es gibt so viele Punkte lasst uns einfach mal kooperieren und dann gucken wir einfach mal raus wo es nicht stimmt wo es stimmt und dann machen wir einfach den Scheiß das ist so ich fasse das mal ganz kurz so zusammen ich bin absolut der Meinung dass eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg gerade im Hinblick darauf dass die Länderfusion unumgänglich ist weiter intensiviert werden muss das sind Punkte die du erwähnt hast ich meine bei jedem Platz das allen nennen so die Stadt müsste weiter wachsen kann sie nicht weil da sind Landesgrenze Brandenburg hat weiterhin riesige Probleme mit der Stadt fürcht die dörfer dünnen aus außer jetzt berecht im Flamming das ist ja toll dass ihr da zumindest noch in Hütte zu zu hat aber der Punkt ist einfach so wie momentan alles konstruiert ist sowohl bei der Energiepolitik als auch bei der Wasserpolitik als eben auch bei der Agrarpolitik um die es hier geht kann es nicht sein Braunkohlekraftwerke die absolut nicht regelbar sind komplette Stromnetze blockieren und vor allem auch nicht dass die Brandenburger mit ihrer Entschuldigung nicht alle Brandenburger aber zumindest die gerade amtierende Brandenburger Agrarpolitik mit ihrer kompletten Konzentration auf Massentierhaltung und auf Intensivnutzung landwirtschaftlicher Fläche irgendwie die Berliner Agrarpolitik sozusagen bestimmen das ist einfach nicht möglich wenn wir zu einer konzentrierten Zusammenarbeit kommen die auf einer Aufhöhle ist dann ist das natürlich eine völlig andere Situation die haben wir auch momentan nicht und ich wäre der Erste der sagt jawohl dass es darum geht das mal wirklich konstruktiv anzugehen ich habe drei kurze Fragen also wirklich kurz Entschuldigung eben also drei kurze Fragen das ist wirklich unangenehm wenn man nicht zu den Leuten gucken kann zu denen man spricht Frage 1 habe ich das richtig verstanden dass bei einem positiven Bescheid dieses Antrags es nur darum geht dieses Thema weiter auszuarbeiten es geht darum das grundsätzlich als Thema für das Wahlprogramm festzulegen und es dann weiter auszuarbeiten so reicht es ja nicht zweite Frage habe ich das richtig verstanden unter Umständen wo man gar den man theoretisch auch zu diesem Punkt zählen könnte das man ober-an-garden auch dazu zählen könnte das kann man auch dazu zählen sehr schön und dritte Frage jetzt bin ich aus der Kommission Wahlprogramm welches Kapitel Wirtschaft und Sozialpolitik Landwirtschaftspolitik gibt es das muss geändert werden genau das ist der okay jetzt Geoantrag auf Schließung der Redenliste gibt es gegen Rede Rede ist Menschen die hier vorne stehen wollen was zu sagen das ist nicht der Fall dann schließen wir diese Liste Das wäre Sport aber Sport habe ich nicht so ich kann jetzt schon die Fragen also es denke darum wo man steht ist da war die Domäne der allem wir haben gar nicht wo du gerade erwähnt weil ich finde das ein bisschen zu kurz gesprungen wenn man einfach sagt Brandenburg Brandenburg Landwirtschaft man hat auch im Land Berlin Landwirtschaft und durchaus auch andere Punkte wie zum Beispiel kann man in Berlin durchaus dazu beitragen als Berliner wenn man zum Beispiel nicht das billigste Fleisch kauft überall gibt es Schweinefleisch im Kilopreis von 6,20€ da kann sich jeder ein bisschen rechnen ausrechnen was beim Bauern hängen bleibt und solche Sachen sollte man durchaus schon in Landeshoheit lassen da man es hier auch kommunizieren kann dass das nicht stattfindet wäre durchaus mit der Frage habt ihr das in irgendeiner Form berücksichtigt dass das Verbraucherverhalten auch dazugehört und dass wir in diesem Zusammenhang auch was wagen müssen und sollten dass man das so wie es bisher gelaufen ist im Verbraucherverhalten billig ist die erste Priorität und alles andere steht zurück sollte oder habt das da nicht drin weil der Antrag selber steht das so nicht drin das Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher und überhaupt die Möglichkeit die sie haben durch ihre individuelle Konsumentscheidung da Eingriff zu nehmen in die Landwirtschaftspolitik das ist der Bereich Verbraucherschutz den haben wir in Berlin und den machen wir auch sehr aktiv und dazu haben wir die Möglichkeit im Abgeordnetenhaus jederzeit Anträge einzubringen was wir auch schon getan haben das Problem ist einfach nur dass neben der Abnehmerseite auch die Anlieferseite gibt auch die haben wir momentan null Durchgrößermöglichkeit und das ist das was wir gerne ändern Ich finde diesen Antrag sehr gut zum einen wenn ich mir angreife im Landburg gibt es alle paar Jahre eine andere Regierung im Moment sogar rot-rot und die Landwirtschaftspolitik hat sich einfach absolut null verändert seit den letzten anders gestrickten Regierungen also es ist wirklich ein Unding ein bisschen Druck wäre dann mal von Lücken und das andere ist dass ich das wirklich eine super Idee finde in Berlin im Wahlkampf so ein bisschen die Grünen zu bashen und mit einem umweltpolitischen Thema anzutreten also auf jeden Fall Zustunden Jetzt hast du unsere Strategie verbraucht Ja Ich habe eine etwas andere Frage gerade in Berlin wird jetzt eine innovative Art von industrieller Lebensmittelerzeugung propagiert nämlich ich sage es mal verkürzt oben Gemüse und Fisch Wie stellt ihr euch zu diesen Ideen Möglichkeiten Ich frage mich zumindest auf der Fischseite die Art gerecht ist Ja die Idee des Antrags ist schlicht und ergreifend diese ganzen Entwicklungen ins Auge zu nehmen und zu sagen um damit tatsächlich hier umgehen zu können brauchen wir die Landwirtschaftspolitik in Berlin verhandelt dann können wir uns auch Gedanken darüber machen ansonsten bekommen wir gar keinen Zugang und bekommen irgendetwas was in der Kauf existiert oder das eben überhaupt nicht gemacht wird und zu viele Dinge verhindert werden und dann ich weiß nicht ob ich vorher was verpasst habe weil ich zu spät komme aber ich möchte daran erinnern dass möglicherweise Dinge die im Kontext der Cannabis Leganisierung auch im Zusammenhang mit einer Landwirtschaftspolitik in Berlin spielen könnten ok ähm alle irgendwas mit Kaffee irgendwas mit Kaffee geguckt aber so ja ähm wollt ihr noch ein Abbruchstatement haben ein paar Worte so gezogen fixiert vielleicht ja nur damit ist ja jetzt relativ kontrovers diskutiert der Antrag besteht aus dem was dasteht wir wollen einfach selber äh wieder die Hoheit über unsere Agrarkultur haben was wir damit machen da werden wir bestimmt über die Einladung eine interessante Möglichkeit finden jawohl ok damit kommen wir zur Abstimmung ähm gut ja hoch die Karten wer stimmt stimmt diesem Antrag zu ähm jetzt seh ich jetzt sind ja nicht trotzdem noch auch nicht alle Parten aber ich denke das heißt ähm das ist überwiegend oder sehr und damit ist Das ist die Handtrag PP-P001 am Hör. So, damit übergebe ich wieder an die Wahrleitung, denn wir haben tatsächlich ein Ergebnis. Das geht ja wieder. So, das sieht wie folgt aus. 27 Stimmen sind für Fax abgegeben worden, 52 für Simon und 16 für Gordon. Auch die Gegenwürmer in der Achtung und die Bündnis ist nicht zufrieden. Der Simon ist auch schon da. Nimmst du die Wahl an? Ich nehme die Wahl an und bedanke mich für euer Vertrauen. Ich hoffe, dass ihr nicht seid toll. Ich habe die Wahl an die Bündnis. Und nein! Ich bin alle in der Bündnis. Und da ist er auf die Bündnis für das Land der Schatzmeister. Ich bin alle in der Bündnis. Was ist da? Vorder! Ja, jetzt sind wir los für heute. Ja, jetzt kommt noch vorderlich. Schatz, ich darf jetzt nicht anfangen, hier zu verliehen. Ja, jetzt kommt noch vorderlich. 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 Lange, 이런 frage dich. Ja, jetzt kommt noch vorderlich. Vielen Dank. 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 Okay, also jetzt Fragen bitte. Vielen Dank. Jetzt. Vielen Dank. 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 ist, dass wir unsere Einnahmen aus den Einnahmen, die wir als wirtschaftliche Geschäftsbetriebe in dem Landesverband Berlin produzieren, unsere Einnahmen sind. Das heißt, auch die Parteienfinanzierung bleibt bei uns. Das trifft uns zwar erst in zwei Jahren, aber das ist effektiv wichtig, dass die Arbeit, die hier gebracht wird, dann auch hier im Prinzip reinfließt und nicht irgendwo in einen Topf, über den wir im Grunde genommen früher nie bestimmen konnten. Jetzt können wir den Grund bestimmen. Wir haben mit der, ich spreche immer als Geschäftsbereich Finanzen, weil ich in einem Team arbeite. Okay, nochmal ein bisschen Ruhe. Also das ist das mit dem Schweigen. Der Punkt ist ganz einfach. Wir haben ein Tool vom Bund bekommen, wo im Prinzip sämtliche Buchungen im Sage im Prinzip drin sind. Das Jahr 2014 ist im Grunde genommen komplettiert dort drin, weil der sogenannte Rechenschaftsbericht 2014 jetzt schon seit knapp 200 vorliegt. Das ist also nicht so, dass der Eckmann mal erstellt wurde, sondern er liegt vor. Das Prüfungsverfahren dauert wohl etwas länger, aber das ist nicht unsere Sache und wir haben es happy gegeben. Damit sind wir eigentlich aus dieser Verpflichtung raus. Wenn wir noch irgendwelche Sachen, die Verlusten haben, haben wir das auch umfangreich und schnell erledigt. Der Gordon und ich, in Anführungsstrichen, haben dort wirklich unser bestmögliches Gesetz. Ich weiß selber, dass aufgrund des kleinen Vorstandes es ab und zu auch Probleme gab. Das ist doch ganz logisch. Weil die sind ja keine Angestellten des Landesverbandes Berlin. Wir machen das eigentlich wirklich frei. Und mein Zeitaufwand bezüglich meiner Arbeit innerhalb des Landesverbandes Berlin betrifft im Schnitt zehn Stunden pro Tag. Das ist, ich mache es auch zu Hause, aber ich mache es auch gerne, weil ich glaube, dass meine politische Aussage auch ganz wichtig ist, um mich selber auch zu verwirklichen. Und das wieder zu finden, was wir hier alle suchen. Nämlich irgendwo dieses politische Ziel umzusetzen. Und dazu gehören viele Dinge. Wir haben zum Beispiel in Kiel vor knapp drei Wochen einen Beschluss gefasst, das Forderungsmanagement des Landesverbandes Berlin an den Bund zu übertragen. Weil das sehr viel einfacher ist. Die haben sehr gute Lösungen in Stuttgart erarbeitet. Und da sind wir eigentlich auch dran. Der Antrag ist auch gestellt an die. Wir müssten da jetzt nur noch einige Zahlen liefern. Ich stehe euch wirklich zur Verfügung. Ich habe, und das ist auch ganz wichtig, viele Dinge auch gelehrt in diesem Jahr. Der Punkt ist ganz einfach, und da muss ich das einfach auch noch mal hinfauen. Es war ein schweres Jahr. Ich habe mit dem Schatzmeister-Club in Arbeit. Ich stehe mit der Schatzisport in Arbeit. Das hat in letzter Zeit nicht so richtig geklappt. Ja, Michael, das hat halt nicht richtig geklappt. Und man vermisst das. Da brauchen wir nicht die Backen auflassen. Das ist so wichtig. Wir haben Probleme mit dem Zeitmanagement. Aber, ich mache das mal ganz einfach. Wir können an uns arbeiten. Und wir tun das auch. Aber den Weg, den wir jetzt eingestritten sind, dieser Weg sollte auch weitergeführt werden. Und deswegen trete ich hier an. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also erstmal möchte ich Harry für seine frühjährige Tätigkeit als Schatzmeister danken und denke dieser Job ist auch wirklich nicht einfach. Allerdings tun sich für mich schon ein paar Fragen auf. Harry, du hast ja sicherlich auch gemerkt bei der Vordebatte, die wir hier schon geführt haben, dass hier einige Sachen zur Sprache kamen und einige Komplikationen auch in der Vergangenheit aufgetreten sind. Und nimm es mir nicht wiebel, aber das führt mich dann schon dazu, dass ich da ein paar Fragen habe, wie du denn damit sozusagen jetzt als zukünftiger Schatzmeister, der du ja hier werden möchtest, und ich finde das interessant, kandidierst du ja hier diese Problematiken auf dem Schiffst. Und da würde mich vor allen Dingen interessieren, da es ja vor allen Dingen auch Kommunikationsprobleme waren. Für mich ist das immer ein ungutes Zeichen, wenn sich jemand da hinstellt und sagt, ja der und der hat die Zahlen nicht geliefert und deswegen konnte ich ja nicht mit solchen Schuldzuweisungen arbeiten, weil ich bin der Meinung, dass man das als Schatzmeister selber im Griff haben muss und da ein Auge drauf haben muss. Deswegen würde ich dich fragen wollen, wie du solche Komplikationen in Zukunft ergebnen wirst, wie du die Kommunikation und die Beantwortung von Fragen, die an den Schatzmeister gestellt werden, entsprechend beantworten wirst. Denn auch da gab es ja an vielen Stellen Unmut und ich wüsste schon ganz gerne, wie du dir das grundsätzlich vorstellst. Also ich habe ja hier auch eben in der Debatte gemerkt, dass du an vielen Stellen nicht wirklich eine Antwort gewusst hast über den tatsächlichen Verlauf der finanziellen Bewegung des Landesverbandes. Da wüsste ich schon auch ganz gerne, wie du dir das vorstellst, dass du in Zukunft aktuell sozusagen über den Stand auch berichten kannst. Vor allem halt auch bei einer solchen Versammlung und wenn klar ist, dass diese Versammlung jetzt ansteht, erwarte ich das eigentlich von jemandem, der in diesem Amt zu Hause ist. Mich würde auch interessieren, wie du dir das vorstellst. Also meines Erachtens ist der Schatzmeister erstmal nicht primär ein politisches Amt, sondern hat dafür zu sorgen, die entsprechenden Finanzressourcen für das politische Amt sozusagen zur Verfügung zu stellen. Insofern wollte ich dich darauf fragen, ob du deine politische Haltung hinter dem zurückstellen kannst. Verknackte, kurze, reflexierte Fragen. Ich sag's nochmal. Bitte, bitte, bitte macht es auf. Die Sonne neigt sich dem Apolizont sehen wir. Okay. Es gibt einen Geflogen. Es gibt einen Geo-Antrag auf. Begrenzung der Redezeit für die Fragen von drei Minuten. Eine Minute. Okay, eine Minute für Fragesteller und zwei Minuten und drei Minuten für Antworten. Gibt's die Rede? Eins zu drei, jetzt ist die höhere Kommentare aus dem Ende für den Blick. Also, nochmal. Es gibt einen Geo-Antrag auf. Eine Minute für... Begrenzung der Redezeit auf eine Minute für Fragende und drei Minuten für Antworten. Gibt es Gegenrede? Für die gesamte Versammlung oder nur für den Punkt? Nur für den Punkt oder für die gesamte Versammlung? Versammlung. Du bist ausgerufen. Okay. Okay, keine Gegenrede? Formell. Formell. Okay, dann stimmen wir doch nur ab. Wie sieht's aus? Gebt das Kärtchen? Wer kann dem zustimmen? Wer kann dem nicht zustimmen? Das ist deutlich positiv und aber jetzt geht eine Stoppuhr. Okay, genau. Ich hätte diese etwas längere Frage gerne einfach beantworten. Es gab zwischen dem Vorstand keine Kommunikationsprobleme. Das kommt mal ganz klar an. Das Zweite ist, wir haben, glaube ich, zwei oder drei Schatzprozesse auffallen lassen müssen aufgrund der Überarbeitung, die in diesem Vorstand vorlagen. Wir haben aber, wie gesagt, keine Kommunikationsprobleme. Das Zweite ist, wenn wir gestreitig machen, meine politische Meinung zu sagen. Keiner kann das. Der Punkt ist ganz einfach der, ich bin kein politischer Schatzmeister. Ich bin ein arbeitender Schatzmeister. Nicht mehr und nicht weniger. Harry, du hast dich als Demokrat bezeichnet. Ich muss sagen, meine Erfahrungen sind anders. Ich halte dich nicht für teamfähig. Und zwar, du hast bei Fragen immer eine Antwort gegeben oder jemand anders eine E-Mail geschickt gelassen. Du hast sie nie direkt beantwortet. Du nennst dich in deiner Internetseite Big-Man. Eine Minute bitte. Also, du nennst dich in deiner Internetseite CEO. Ich übersetze das mit Chief Executive Officer. Das heißt, du fühlst dich als Geschäftsführer. Ist mein Eindruck richtig? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage. Der Rechnungsprüfungsbericht wurde, obwohl du gleich jetzt gesagt hast, der liegt schon seit zwei Monaten vor. Warum wurde der nicht im Squad besprochen? Wie soll denn... Also, ich komme mal zu den Regeln. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, weil die müssen Sie das wissen, aber okay. Der Bund gibt den Rechenschaftsbericht ab und wir liefern ihn. Was soll denn dort besprochen werden? Was soll wirklich in diesem besprochen werden? Ich möchte wirklich von dir wissen, was wir besprechen sollen. Weil der Rede wird nicht besprochen. Der Rede wird abgegeben. Das ist ein Finanzplan, den wir an den Bund abgeben. Das ist ja kein Entwurf von uns. Das ist unsere Aufgabe, das zu tun. Aber was soll da besprochen werden? Verstehe ich nicht? So, das andere... Auf meiner Webseite im Wiki steht nicht CEO. Da steht C-E-F. Chief Ignorance Officer. Das ist eine Bezeichnung aus dem Amerikanischen, weil bei mir ist nicht Wissen zugelassen. Entschuldigung. Ja, lieber Harry, wir haben ja sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet und ich muss sagen, die ganze Arbeitszeit, ich konnte mich eigentlich immer auf dich verlassen, was viel wert ist. Ich habe auch viel anderes erlebt in meiner Parteienzeit. Was für mich aber eine wesentliche Frage ist, du hast sehr oft gefehlt oder hattest tausende von Dingen zu tun. Jetzt würdest du wieder gewählt werden als Staatsmeister. Was würdest du anders machen diesbezüglich? Ja, das ist einfach auch eine Frage des Zeitmanagements. Wir haben einen Wahlkampf zu führen und ich würde im Prinzip meine ganzen Aufgaben, ich habe jetzt auch im Frühjahr in Sachsen-Anhalt im Prinzip die Wahlkampfkoordination abgesagt. Es ist ganz einfach so, diese Verpflichtung, die ich eingegangen bin, bin ich eingegangen, wo ich noch nicht Staatsmeister in Berlin war. Und ich halte mich grundsätzlich an der Wort, an der Wort und das andere ist, ich bin durchaus teamfähig, weil sonst würden diese Leute nicht mit mir ihre Wahlkampf beschreiben. Aber für mich hat Vorrang dieser Wahlkampf hier in Berlin. Und das heißt, es braucht auch dann einen Staatsmeister. Und den werde ich, wenn es möglich ist, stellen. Das ist überhaupt kein Thema. Der Punkt ist ganz einfach der, ich würde Dinge innerhalb der Bundespresse zum Beispiel zurückschrauben. Ich würde viele andere Dinge zurückschrauben, um die unter diesen Scheffel zu stellen. Weil ich glaube, diese ATH-Wahl ist für uns die entscheidende Wahl, nicht nur in Berlin, auch für die Piraten im Bund. Und wie gesagt, ich bin bereit, das zu tun. Moment, Moment, es gab einen EO-Antrag auf Schließung der Liste der Menschen, die eine Frage stellen. Es gibt Gegenrede, okay, Kältchen hoch, wer kann ihm zustimmen, Kältchen auf Nein, wer kann ihm nicht zustimmen. Okay, die Liste der Menschen hier ist geschlossen. Und ich schätze, das Problem ist einfach nur der Schatzsiegelung. Es geht genau um die Probleme. Es ist gerade, wie viel Prozent der Finanzierung wollen wir abgeben. Beziehungsweise gerade, wie groß ist unsere Kraft? Genau die Problematik wird da diskutiert. Und wir haben es in Brandenburg selber erlebt, positiv wie negativ. Genau da muss man sich einbringen. Und genau da sehe ich einfach die Problematik. Man kann einfach nicht sagen, ja, die beschließen einfach was und wir machen es dann. Nein, man muss sich genau an dem Punkt aktiv einbringen. Und genau da ist einfach die Problematik. Okay, ganz einfach, wir haben in der Geschichte in Kiel, in Berlin, wo wir den Schatzmeisterklub besprochen haben und auch die Anträge in den Schatzmeisterklub besprochen haben, ganz klar darauf hingewiesen, dass wir Stellvertreter dort schicken werden. Der Landesverband Berlin, ich werde natürlich die Sache im Auto haben, logischerweise, weil die ist recht wichtig. Die ist eigentlich entscheidend für die Piratenfrei Deutschland, weil wir haben einige Landesverbände, die scheitern am Ende des Jahres an 150 Euro. Und das kann es nicht sein. Also müssen wir Dinge implizieren, die dort funktionieren. Der Schatzmeisterklub ist und bleibt ein Bufo, also ein Beschuss des Bundesvorstandes, der Bundesmitgliederversammlung sozusagen. Der Punkt ist dann so einfach der. Natürlich werden dort keine Beschlüsse gefasst, einfach mal so, sondern es muss da schon eine Zweidrittelmehrheit sein und 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 und. Ja, zwei kurze Fragen. Ja, das ist vielleicht nur eine Verständnisproblematik einerseits. Vorhin ist es, dass zweimal 2014 nachgebucht werden musste, von euch. Aber andererseits doch nicht. Als ich jetzt auf Deutschland-Ebene gebucht werden soll, das habe ich nicht ganz verstanden, wie das läuft. Vielleicht das mal kurz beantworten, bitte. Und das Zweite, vorhin haben ja doch sehr viele schon Kommunikationsprobleme von den Vorstands- und ehemaligen Vorstandsproblemen thematisiert. Weil, wenn Mails nicht beantwortet werden, woran liegt es denn, wenn Mails nicht beantwortet werden? Ist es Überlastung oder was Schlimmeres? Ja gut, ich möchte jetzt eigentlich über meine ehemaligen Kollegen gar nicht reden, weil, das versteht mich nicht falsch. Der Punkt ist ganz einfach der. Wir beantworten natürlich alle E-Mails. Und es ist nicht so, dass ich jetzt nur als einzigster oder geworden als einzigster irgendwelche E-Mails beantworte. Es sind alle im Vorstand beantworten E-Mails. Wir halten unser OTS sauber. Wir arbeiten wirklich strukturiert in den Bereichen. Der Punkt ist ganz einfach der. Bei der ersten Frage war das mit... Kannst du dich noch mal wiederholen? Ich habe sie jetzt total vergessen. Achso, das Buchen, Entschuldigung. Ja, okay, das Buchen. Das Buchen ist im Grunde genommen genau der Punkt. Es gibt Leute, die definitiv als Kursor ausgebildet sind. Und wenn die sich an einen Rechner setzen und den Sage arbeiten, dann brauchen die fürs Buchen ungefähr fünf Minuten. Wenn ich mich dort hinsetze und mich einlogge, dann dauert das halt eine Ewigkeit. Und deswegen haben wir diese Sachen im Prinzip zentralisiert und an den Bund auch abgegeben. Genauso wie wir das mit dem Forderungsmanagement machen. Die Landesverbände, so wie wir in Berlin, sind nicht mehr in der Lage, diese Arbeiten so zu erfüllen, wie wir sie erfüllen sollten. Und deswegen im Prinzip diese Zentralisierung in den Bund. Es hilft uns einfach. Das ist einfach die Prämisse. Ja, also erstmal tut es mir auch richtig leid, dass es hier immer noch Leute gibt, die dir die Schlampe einvorjähriger Vorstände in die Schuhe schieben wollen. Aber meine Frage an dich ist, hat es unter deiner Zeit als Schatzmeister irgendwie einen Rücklauf an der Nichtzahlquote gegeben? Parteimitglieder, die ihre Beiträge nicht zahlen können. Hat sich da irgendwie was statistisch geändert? Also im Grunde genommen haben wir die Zahlen natürlich nicht verändert, sodass wir nicht mehr diese Austrittswelle haben. Wir bekommen auch, ich sag mal mal, ab und zu wirklich Neumitglieder rein. Das ist ganz toll, ich finde das einfach klasse. Wir haben ein Forderungsmanagement innerhalb des Landesverbandes Berlin aufgebaut. Haben auch Menschen beauftragt. Das ist irgendwie noch nie so richtig angelaufen. Und deswegen haben wir dann auch den Schritt in den Bund getan. Was wir gemacht haben, wir haben mit Mitgliedern gesprochen, die nicht mehr in der Lage waren. Die einfach gesagt haben, wir können das nicht mehr. Und dann haben wir im Prinzip diesen Mindestbeitrag mit dem vereinbart. Und das war auch für mich eine ganz wichtige Geschichte. Nämlich, dass wir einfach sozial in diesen Bereichen auch tätig werden. Ja, 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 ja. Gott, das ist jetzt wieder gar nicht. Okay. Harry, du sagtest, der Tagschluss 2014 liegt seit zwei Monaten vor, soweit ich weiß. Habe Kassenprüfe des Öfteren danach gefragt. Da wollte ich Ihnen nicht übermitteln. Warum? Erste Frage. Dann sagtest du uns, die Frage stellt Tools muss man kennen. Es gibt dieses wunderbare Tool Finanzen. Finanzengeratenkettei.de, das ich liebe, weil ich mir da wirklich aktuell einen Überblick verschaffen kann. Das kann ich mir in Berlin überhaupt nicht. Da ist bei 2015 nur ein bisschen was auf der Haben-Seite gebucht. Im Soll ist gar nichts gebucht. Dann meine Frage. Würdest du, wenn du wieder gewählt wirst, mit dem Schatzi-Score zusammenarbeiten? Und zwar auch tatsächlich zeitnah Fragen beantworten. Auch Fragen selbst beantworten. Und nicht das überworden machen lassen. Und die dritte Frage ist, ich hatte dir mal in der Vorstandsitzung die Frage gestellt, wie denn die einzelnen Budgets, die wir haben, wie die ausgelastet sind. Da wurde mir geantwortet, wir sind eine Partei, wir brauchen eigentlich gar keine Budgets. Ohne das eigentlich. Wir brauchen keine Budgets. Als Bankerin tat mir das ganz, ganz doll weh. Wie wird sich das ändern? Ich fange mal vorne an. Der REWE 2014 liegt seit 2019 im Bund. Wir haben auch einige Fragen beantworten müssen. Aber der REWE, wie gesagt, ist kein Teil, was man einfach mal nimmt und dagegen jemanden zur Verfügung stellt innerhalb des Landesverbandes. Der REWE wird dann als Rechenschaftsbericht im Prinzip, wenn er vom Bund zurück ist, und dann auch veröffentlicht, dann liegt er uns auch vor. Weil das ist für uns im Prinzip, wir buchen den ja nicht. Wir machen da ja nichts. Das heißt, wir liefern an dich nur aus dem ECOGMS unsere Sachen, unsere Zahlen und wenn irgendwas fehlt, dann arbeiten wir das nach. Haben wir bisher immer so gemacht. Hat sich auch nie was geändert. Die Geschichte mit dem Schatz ist Gott, ganz einfach. Ich bin halt, und das ist vielleicht mein Problem, zu viel Teamplayer. Ja, ist einfach so. Ich beziehe Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, in diese Sachen mit ein. So einfach ist es. Es ist nicht eine Ausrede, wenn jemand irgendwas beantwortet. Ich beantworte die Dinge auch. Und wir saßen auch in dieser Schatzisport und haben uns wirklich unterhalten über den Haushalt 2015. Der Punkt ist ganz einfach der, da möchte ich doch mal hinweisen, der Schatzisport ist eigentlich eine Unterstützung für den Schatzmeister. Und wir müssen lernen, es ist keine irgendwie geartete Funktionsstelle, die jetzt permanent irgendwelche Dinge in den Raum stellt oder Raum schmeißt. Wir müssen dort lernen, zusammenzuarbeiten, weil dort sind eigentlich die Finanzbeauftragten der Bezirke vertreten. Was meinst du mit beiden Flächen? Ja, weil das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Wir müssen da halt auch dran arbeiten und ich bin bereit, was zu tun, wie gesagt. Und ja, ich werde in Zukunft dann direkt darin kommunizieren. Danke. Danke. Hi. Deine Frage. Was soll beim Rechnungsprüfungsbericht geprüft werden, besprochen werden? Wir wollen als Schatzisport helfen, dass dieser Rechnungsprüfungsbericht in Ordnung geht. Dass die Grundsätze ordnungsgemäßer Umfrage eingehalten werden. Und wenn du das nicht verstehst, dann glaube ich, bist du nicht am richtigen Platz. Okay. Ganz einfach. Der Rechungsprüfungsbericht. Ich weiß durchaus, was der ist und ich bin auch am richtigen Platz. Keine Angst. Der Punkt ist ganz einfach. Wir müssen liefern. Der Bund erstellt diesen Rechungsprüfungsbericht für uns. Nicht wir. Wir liefern Zahlen. Wir liefern und wir haben in der Schatzisport-Sitzung im April darüber gesprochen und haben das auch ganz klar mündlich fixiert. Dass wir alle Zahlen aus den Bezirken brauchen. Das haben wir dann für den Rehbelfelzern gemacht. Und wir haben jetzt alles im Prinzip. Es ist am Tag 200 alles zusammen. Mehr oder weniger. Jetzt haben nochmal irgendwo ein paar Kontorauszüge gefehlt. Das ist Standard. Ich habe gesagt, letztes Jahr im Dezember musste ich noch einen ehemaligen Staatsmeister anweisen, nicht mit einem Rechnungsprüfer zu sprechen im Bund, weil uns der 120 Euro die Stunde kostete und er diskutieren wollte wegen irgendwelchen Kontorauszügen. Ich habe gesagt, schick ihm die einfach und Feierabend. So und das ist eigentlich der Punkt. Lasst uns einfach zusammen gemeinsam das Ding wuppen. Weil wir haben hier eine Aufgabe. So einfach ist das. So. Ähm. Ähm. Es sind keine Fragen mit mehr da. Ähm. Harry, die darf das Buch nicht verlassen. Ähm. Und ich möchte ihn jetzt in die Wahlleitung. So. Dann kommen wir zum Wahlgang 3. Dafür gilt der gelbe Stimmzettel Nummer 3. Ähm. Ja. Die Reihenfolge, wie auch immer wird, zu sehen. Stimme 1 wäre für Hans-Jürgen Weinberger. Stimme 2 für Harry Henssler. Es dürfen 0-2 Stimmen abgegeben werden. Dann bitte ich die Wahlhelfer an die Bohnen. So. Dann bitte ich meine Wahlhelfer, die Bohnen hochzuhalten und zu zeigen, dass sie auch tatsächlich leer sind. So. Die Bohnen dürfen wieder runtergenommen werden und verschlossen werden. Und dann eröffne ich den Wahlgang zum Staatsmeister. und dann die Bohnen auf den DAS. In der DAS. Und Third, das ist die Wahlpersonen der Ballet. Im DAS. Und dann, auf die DAS. In der DAS. In der DAS. Vielen Dank. 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 So, und zwar dieser Antrag und so, die nicht, ... 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 ist für mich ein typischer Ja-Aber-Antrag, denn tatsächlich ist es, und das muss Ziel unserer Partei sein, alle solchen öffentlichen Dokumente, und hier sind ja keine Persönlichkeitsrechte gefragt, bei einem Gebäude öffentlich zu machen und öffentlich einsehbar und diskutierbar zu machen. Also in der Hinsicht Ja zu dem Antrag, jedoch warum so stark eingeschränkt auf das ICC? Das erschliess ich mir nicht, egal. Das andere zu zweitens, dein Nachsatz, Prüfung für Flüchtlinge, läuft schon und es wird gemacht. Der ist erklärt, der Nachsatz. Zu eins, ich stelle gerne einen weiteren Eintrag, der das grundsätzlich fordert, unser Eintrag, was ist vor dem ersten System für das ICC. Zu zweitens, es ist erklärt, aktualisiere bitte dein Hekki. Dann aktualisierere mal da vorne bitte. Entschuldigung. Alter, dann hast du es uns aber in den letzten Sekunden geändert, ne? Ich kann von hier aus vom Rednerpult aus meinem ICC aktualisieren. Also er schreibt ja Einträge während der vorne steht. Möchte noch jemand Fragen stellen? Ja? Ja? Ja, plötzlich? Dann hier... Es ist gleich soweit, wenn hier jemand wäre... Nein, Alex, es ist quasi schon aus Sprung, ja? Es wird richtig gleich das Bein? Fragen bitte ans Riko. Entschuldigung, ich kann ein paar Kollegen sonst noch mal gucken. Ich glaube, den haben wir schon eingebracht, den Antrag. vor ein, zwei Jahren. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich verstehe, da könnt ihr mal gucken. Ich glaube, den haben wir schon eingebracht, den Anfang vor ein, zwei Jahren. Halt! Jetzt ein bisschen Ruhe hier. Ja, ja, es geht spät und die Stimmung immer gelassener und so, aber... Das ist richtig. Und damit kriegst du auch den Rückhalt der Partei. Das ist hier die Rucksache 17 oder 16. Ja, bist du da. Und damit hast du auch den Rückhalt der Partei. Ist doch schön. Ja, ich bin sehr freundlich geschlossen worden. Ja, 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 das ist... Ich habe hier den Antrag der Behördenfraktion, Drucksache 17, 01, 68, Geheimniskrämerin, äh, Krämerei und BCC beenden alle Gutachten offen. Reicht den Antrag, Stefan, oder müssen wir da noch ein? Ähm, nach Erfahrung mit unter anderem der Runde, wo die Kathrin Löhmstadt dabei war und, ähm, die Architektin vom ICC, ähm, war die Idee, lieber diesen Antrag jetzt aktuell noch mal, zumindest unser Programm mit rein zu nehmen, um entsprechend das noch klar als Partei nach uns nicht verkaufen zu können. Das ist dieses mit Außenwirkung und Öffentlichkeitsarbeit, äh, was bisher so explizit das Programm nicht hatten. Nur explizit hatten wir es bisher die Fraktion beschlossen. Und damit es halt für unsere Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen einfacher ist, wollen wir es deshalb unbedingt als Programm am Anschluss nehmen. Und die Fragen, ich stelle nach, weil da noch ein zweites Mal angebracht werden würden. Boah, das habe ich ja noch nicht gestanden. Alle jetzt in die Kohle, damit das auch, daraus hat er schon eine Gefangtskollekt mitbekommen. Vielleicht hat es vielleicht gestanden. Ich habe das nicht verstanden. Entschuldige, wir sollen hier Fragen stellen. Das ist aber die abschließende Frage, ob das ein zweites Mal angebracht werden soll. Ach so. Das müsste man sagen. Wahrscheinlich auch nicht falsch, aber das überlasse ich euch als Abgeordnete. Okay. Gibt es weitere Fragen? Lothar, das ist ja eine Sache schon gemacht, so super. Okay. Es ist nicht der Fall. Damit kommen wir zur Abstimmung dieses Antrages. Ähm, ja. Die Kärtchen nach oben. Seid die Luftgewirken, seid ihr dagegen. Ein paar mehr Kärtchen gehen noch. Also ein bisschen bessere Wahlbeteiligung. Gut, also nach dieser Wahlbeteiligung ist das sehr, sehr überwiegend positiv. Damit ist dieser Antrag angenommen. So, das Eintragen der ganzen Geschichten hier, der ganzen Ergebnisse. braucht noch ein bisschen Zeit. Damit machen wir den nächsten Programmpunkt. Das ist, ja jetzt habe ich mich tatsächlich gerade nicht hier liegen, weil ich meinen Laptop auch gegeben habe. Das ist P004. Ähm, das müsste auch. Michael. Michael. Egal. Gabriel, du hast diesen Antrages bestellt. Möchtest du diesen vorstecken? FZ macht's. Wieso? Mir ist das ja in die Hose. Das ist er bei meiner Stimme. Das ist er zum Schluss. Das ist er. Ich bin in den nächsten Morgen. Das ist gut. Das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Das war ja gut. Das ist ja auch ein bisschen. Gut, ähm. Das ist der Antrag. Der Antrag wurde bei uns deswegen so formuliert, da aufgrund des jetzigen Informationsstandards nicht ersichtlich ist, dass der grundsätzliche Betrieb als Kongresszentrum nicht weitergeführt werden könnte. Und das ist eben auch nach der Aussage der Architekte und der bestehenden Gutachtenlage und ja auch zum Teil der Tatsache, dass es genutzt wird als Kongresszentrum, sozusagen darauf mediert man soll, das weiterzuführen. Du bist fertig mit der Vorstellung des Antrags? Okay, damit dürfen natürlich jetzt alle nach vorne tigern, die Fragestellungen, wie fangst du an? Ja, eigentlich keine Fragestellung, kein Statement dazu. Ich kann nur davor warnen, um diesen Antrag anzunehmen. Wir haben beim letzten Parteitag einen Antrag angenommen, dass wir keine Bibliothek in Berlin haben wollen, weil es einfach zu teuer ist, beziehungsweise weil wir mehr Bezirksbibliotheken haben wollen. Jetzt geben wir die Millionen dafür aus, das ICC zu sanieren. Die genauen Millionenbeträge sind zwar nicht bekannt, aber es sind auf jeden Fall mehrere hundert Millionen, die es kosten würde, das ICC wieder zu einem Kongresszentrum zurückzuverwandeln. Es ist dort eine Asbestsanierung zu machen. Die Asbest ist zwar nicht ganz gefährlich im Augenblick, sagt zumindest die Leute vom ICC und von der Messe. Allerdings, wenn man dort arbeiten anfängt, dann müsste man auch an dem Asbest rumarbeiten und dann wird es richtig teuer. Ich kann also nur davor warnen, diesen Antrag anzunehmen. Wir machen uns damit entweder komplett lächerlich oder wir machen uns zum Werkzeugen der SPD und der CDU, die das auch gerne haben wollen. Aber das ist der nächste Bauskandal, den wir in Berlin haben werden, prophezeie ich, wenn wir diesen Antrag so annehmen und dann unterstützen wir das so zusammen. Ja, ich möchte mich da mal dem Vorredner anschließen. Das ICC in den Trieb zu nehmen, kostet viele, viele, viele hundert Millionen Euro. Es kann so nicht in Betrieb genommen werden. Wir waren da tatsächlich mal letztens, sind da durchgekrabbelt, das Kugel hat runtergefahren, kostet deshalb auch nur noch einen einstelligen Millionenbetrag im Monat und nicht einen mehrstelligen Millionenbetrag. Das ICC ist etwas ganz Besonderes. Das ICC ist ein krasses Nerd-Projekt. Wir haben halt als Anbord des Westens dort die krassesten Nerds, Architekten, Techies und so weiter zusammengesetzt. Wir haben alle mal das geilste Spielzeug verbaut, was es damals gab. Das führt dazu, dass dieses ganze Gebäude komplett voll mit Spielzeug ist und ziemlich wenig Platz für Kongresse bleibt. Der Normaler Kongresszentrum hat einen Nutzungsflächenanteil von ungefähr 90 Prozent. Das ICC, wer weiß es, sind es 40 Prozent, sind es 50 Prozent? Nein, es sind 30 Prozent Nutzflächenanteil in diesem Gebäude. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich mir einen 10 Meter Elgarweg kaufe und davon sind 7 Meter Führerhaus und Technik und Motor und die 3 Meter da hinten sind. Und wir haben eine Redezeit mit mir entzogen. Das hat mein PDF persönlich gesagt. Also, um mich kurz zu fassen, das Ding irgendwie etwas anderes als abzureißen, ist der komplette Wahnsinn. Momentan kostet, glaube ich, jedes Jahr Betrieb so viel mehr als 10 Jahre Stillstand und es bleibt jetzt stehen und irgendwann wird sich eine Regierung finden, die es abreißt. Aber es ist der komplette Wahnsinn und völlig undenkbar und es will auch keiner. Wie gesagt, du hast einen Laster, der ist super schicker Oldtimer, gut restauriert, 3 Meter Ladefläche, 7 Meter Kabine. Da kannst du noch so viel machen, das Ding wird jedes Jahr Minus machen und Platz fressen und tot sein. Sorry, danke. Ja, ich sympathisiere mit ihm, wir brauchen wirklich Kongresse, hier in der Stadt sind wirklich gut funktionierende und große Kongresszentren brauchen wir. Das bringt richtig schön Geld rein. Ja, aber, Moment, Moment, Grundsätzlich, insgesamt ja, also nicht nur die Kongresse, egal, Hauptsache ist, dieses Ding zu sanieren, ist zu teuer, zu aufwendig und sinnlos. Und daher bitte ich, diesen hübschen Antrag abzulegen. Es gibt einen GEO-Antrag auf Schließführung der Redeliste, soweit ich gesehen habe. Gibt es Gegenrede? Das ist nicht der Fall und damit haben wir die Schließung der Redeliste in der Faxe, als es beschlossen war. So, meine Frage, die Runde, wer kennt den CityCube? Man könnte für die Kosten, die ich nur alleine aufwenden muss, in das ECC wieder... Warte mal, ich ruhe mal hier. Ja, du hast das Wort, das war schon, ich ruhe einfach noch mit dem Satz. Man könnte mit den Kosten, die man alleine dafür aufwenden müsste, das ECC wieder als Kongresszentrum funktionsfähig zu machen, fünf, also eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf CityCube zu bauen. So, dieses, in den, wo soll es aufgenommen werden, in zwei Programme aufzuleben, das wäre nicht nur ein Eigentum, das wäre politischer Selbstmord, können wir nicht machen, bitte abnehmen. Ja, als politische Partei haben wir auch eine gewisse Verantwortung für den Bürger, gewisse Sachen in unserem Programm aufzunehmen. Um wählbar zu sein, müssen wir vernünftige Punkte in unserem Wahlprogramm aufnehmen. Wenn wir jetzt beschließen, das ECC zu sanieren und wieder in Betrieb zu nehmen, handeln wir komplett gegen unsere eigenen Vorstellungen, weil die Stadt hat kein Geld, Geld zu verbrennen. Bringt alles nichts. Das Ding kann weg. Es kostet nur, jeder Tag, den das Ding leer steht und nicht in Benutzung, es kostet wahnsinnig viel Geld. Das Ding zu sanieren aus Bestzahlung ist teuer, es bringt nichts. Ja, ich bin zu meiner Meinung, der Antrag muss natürlich abgelehnt werden, aber eigentlich kann man die Mitte abreißen, man hat den Verlass mit der Republik auch abgerissen, dann kann man das jeden Stück auf den Verlass der Republik des Westens abmachen. Das ist einfach billiger und dann das Neue, das ist immer das alte Ding, jetzt von so für fast 2 Milliarden, die die Gesamtkosten wieder vorn sind. Das sind so die übliche Berliner Kostenflugkraft, die vielleicht noch mit dem Start zu verhoben werden, das sind nur mit 2 Milliarden noch gut dabei. So, die Regelliste war geschlossen. Du hast noch ein Abschluss-Statement. Ja, vielen Dank, die Regelliste spiegelt ein bisschen auch das wieder, was ich selber im Sport-FRS als Kritik eingebracht habe. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier stehe. Ich würde den Antrag jetzt zurückziehen, es sei denn, die Kolleginnen und Kollegen wollen ihn übernehmen. Vielen Dank. Der Antrag soll zurückgezogen werden, möchte ihn jemand übernehmen? Ich bin gerade noch zur Decke oder sonstiges, damit geht es nicht. Moment, da hinten geht eine Antwort. Du möchtest dich jetzt einfach übernehmen, Herr Eilid. Er wollte mich ernsthaft übernehmen. Okay, also in Anbetracht der Zeit hat noch sehr viel Spaß und gut, damit ist er zurückgezogen und ich gebe jetzt weiter an unsere Wahrleitung. Ja, wir haben ein Wahlergebnis, von 53 abgegebenen Stimmen waren 53 gültig, ich bin stolz auf euch, keine ungültigen, davon 23 Stimmen für Faxe und 41 für Petra. Petra, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an. So, und in dem Zuge eröffne ich dann auch gleich die Kandidatenliste für den politischen Geschäftsführer. Also wer sich dafür gewerben möchte, werdet sich dann bitte bei mir. Danke. 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 Vielen Dank. 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 Ich bin die, die vermittelt und deswegen möchte ich gar nicht hier gewählt werden. Danke. Danke für die Rede. Ja, Therese, grüß dich. Meine Frage ist einfach nur, wo genau möchtest du die Schwerpunkte deiner Arbeit setzen? Was sind für dich, was sind für dich die Kernpunkte, was du nach außen hin als Piratenthemen vermitteln möchtest? Die Piratenthemen, die Piratenthemen sind ganz klar? Ich bin eine Frau, die 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 mehr auf Inklusion und auf soziale Teilhabe setzt, aber das ist nicht das Thema der Gesamtpartei. Ich möchte für den Landesverband politische Geschäftsführerin sein. Okay. 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 Sonst sehe ich hier keine weiteren Fragen. Vielen Dank für deine Vorstellung. Danke euch. Hallo erstmal. Eigentlich kennt ihr mich ja. Ihr seid nicht vor allem da oder daraus, dass ich Dinge mache und nicht nur erzähle, wie ich mache, sondern ich tue sie wirklich. Ich bin einer, der in dieser Partei getreten ist, weil ich politisch etwas mache. Nicht irgendwo im Gruß, bei mir, über Themen reden, sondern sie tatsächlich in den Front bringen. Deshalb stehe ich hier unter. Was dazu mangelt, ist bei uns eine Öffentlichkeitsarbeit. Ich würde als politischer Geschäftsführer dafür sorgen, dass wir wirklich wieder wahrgenommen werden. Dass wir regelmäßig zu aktuellen Themen auch entsprechende Statespans rausbringen. Warum sollten wir auch nicht das nutzen, was tatsächlich unsere Fraktionen und Abgeordneten austut? Die können wir entsprechend mit nutzen. Wir können genauso auch unsere Beverfahren viel stärker nutzen. Und das, was dort passiert, was dort Gutes passiert, auch tatsächlich nach draußen tragen, passiert heute nur lokal auf Bezirksebene. Darum sehe ich meine Aufgabe. Das ist aber auch darin, dass unsere Thementage, unsere Wahlprogrammerstellung wirklich Tage sind, wo die Piraten alle zusammenkommen und tatsächlich dann auch die Themen für unser Wahlprogramm gemeinsam erarbeiten, sodass wir sie im Januar, Juni beide zusammen als Wahlprogramm verabschieden können. Ich will dafür sorgen, dass sie wirklich sinnvoll vorwärts kommen und wir dann ein gescheites Wahlprogramm kriegen. Auch will ich dafür sorgen, dass unser SMV wieder und das ist, was immer war. Leider viel zu kurz. Leider aus für manchen, für mich auch, nicht unbedingt nachvollziehbaren Gründen. Ich will zumindest mich mit dafür einsetzen, dass diese SMV wieder das ist, was zumindest vorübergehend mal war. Ein Abstimmungs-Tool, ein Online-Beteitag, wo wir unsere Position online, weil ich Lust in langer Weile hatte, bestimmt haben und vorangebracht haben. Ja, wofür stehe ich sonst noch? Transparenz, Bürgerbeteiligung und soziale Teilhabe, das sind meine Themen. Die will ich nach vorne bringen, die will ich pushen. Fertig. Auch hier wieder Fragen natürlich auch. Und bitte hier ans Mikro. Nein, 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 nein. Was ist denn jetzt hier? So. Von der Bühne Leute, die hier jetzt nicht kandidieren oder so eine Geschichte machen. So. Stell noch mal eine Frage. Möchtest du eine Frage stellen? Deswegen bist du in der Bühne gegangen. Ich bin mal ganz, äh, äh, progressiv. Warum sollte es sich? Und da bin ich mal ganz böse, bezogen auf die letzten, naja, so 10, 15 Jahre. Ende, äh, jetzt gerade, äh, ja, jetzt gerade, bezogen auf der Zeit. Ich hoffe und ich bete, dass es sich die ganze Zeit ändert. Und, äh, äh, ich bin bezüglich genau den Themen, äh, der Letzte, der heute gesagt, äh, Kopf und Sand stecken. Und, äh, genau die Themen. Und, äh, sie ändern mittlerweile, die Frage. Die Frage. Nichts. Und, genau darum, was würde sich ändern. Ja. Okay, die Redezeit ist vorbei. Dann darfst du einfach beantworten. Man muss es versuchen. Der Nächste, bitte. Der Nächste, bitte. So, Mann, mein Glück. Hallo, Michael Meis. Wo, ähm, fandst du jetzt, als Polkir-Richtige für den Kürlist, auch, ähm, als Einsitzer antreten? Eine klare Frage, eine klare Antwort. Nein. Ich habe hier bestimmte Themen, die habe ich hier vorgebracht. Ich bin der Meinung, das ist die Aufgabe eines Polkirs. Und deshalb will ich nur auch als Polkir-Richtige kandidieren. Gut. Gerade an dich, also, ich habe in gewisser Weise nur Respekt vor dir, weil ich kenne dich als Arbeitstier. Entschuldige den Ausdruck. Entschuldige den Ausdruck. Allerdings kann ich mir dich persönlich jetzt, also meine Sicht der Dinge nicht als Polkir-Richtige vorstellen. Ah ja. Kommt, äh, ist einfach die Sache, ich sehe immer noch, was viele nicht wahren wollen, dass hier in diesem Landesverband irgendwo auch eine gewisse Spaltung immer noch drin ist. Und meine Frage auch an dich, was willst du dagegen tun? Du hast dann, Gott war dann noch mal ein wichtiges Abend, was willst du dagegen tun? Das ist die Frage. Die Frage ist, was willst du tun, um diese Woche wieder zusammen zu kriegen? Ich sehe nicht das, was du vorher bestritten hast. Punkt. Ah ja. Gut zu wissen. Du wurdest gerade als Arbeitstier bezeichnet. Kannst du mir sagen, in welchen Squads du so aktiv bist und zu welchem Thema du da eigentlich so immer arbeitest? Hm. Ein Squads aktuell, weil immer aktuell amtiert, ist Finanznachhauser stark. Der Tag geht runter. Kann ich jeden herzlich einladen. Nö. Sonst bin ich einer von denjenigen, die regelmäßig unser BVV in der Mitte, die unser BVV-Mitte, nein, andersrum, so Mitte-Pirate, in der BVV-Mitte quasi helfen und mitunterstützen und Anträge korrigieren oder herausarbeiten oder Entscheidungsprozesse mit versuchen voranzubringen. Ich bin seit drei, vier Monaten sehr engagiert in unserem neu aufgebauten Pressesquads. Bin also mitbeteiligt an ganzen Pressbeteilungen, die letzten Sätze rausgegangen sind. Meistens zumindest nicht immer. Ja, sonst, was ich Mitte-Piraten wollen ja auch informiert werden, was in dieser Partei passiert, versuche ich entsprechend weiterzubringen. Spaß also demzufolge auch die Mitte-Piraten-Blog mit. Ja, und alles, was da umgeht, Themen nach vorne zu bringen, versuche ich halt, sei es auf den Blogs, sei es im Facebook oder sei es auf sonstigen Social-Media-Kanälen nach vorne zu bringen. Aber aber... Ach, das BV-Treffen? Ja, das ist zu dem Thema Zusammenarbeit und Co. Also jeder, ich meine, das noch verrückter an Menschen, die sich treffen könnten, ist halt nicht das BV, es ist nur das BV-Treffen. Alle Bezirke treffen sich da halt, von lauter verrückten Menschen, die in der Meinung sind, sie haben da sonst nichts zu tun, treffen sich auch noch, weiß ich, alle vier Wochen einmal, und vernetzen sich und besprechen sich. Und ich finde eigentlich, also zumindest meine Operation da drinnen wird, das ist, ähm, beschätzt und nicht als angenehm wahrgenommen. Ja, als eine von den Frauen, die auch mal zu diesem BV-Treff gehen, weil ich die, äh, Gebetsbeauftragte auch schon noch, wo ich für Himmersloch bin, würde mich interessieren, wirst du das denn dann auch weiterhin mit der Kraft fortführen, die du da reingesteckt hast, weil, also für diejenigen, die es nicht so mitbekommen haben, gerade nach der Bundestagswahl, also der BV-Treff ist tatsächlich eine von den wenigen strukturellen Schnitzen, die die Partei hat, wenn es überhaupt so was gibt in dieser Partei. Und das ist nicht kleinzuschätzen, wenn sich da immer ein ganzes Thema Leute aufmachen und versuchen, äh, was zusammenzuheißen. Um die Bezirke zu vernessen und sich politisch auszutauschen, das ist das beste Medium zur Zeit, was wir haben. Natürlich werde ich uns weiterhin mitreden schauen. Ich will auch noch mal den BV-Treff hochhalten als Motor der Vernetzung der verschiedenen Bezirke, was es jetzt zum 50. Mal gab. Das heißt, es muss es viele, viele Jahre geben. Ich war nicht alle 50 Male da, aber viele Male da. Und Michael hat das eigentlich, glaube ich, außer ein ganzes Mal moderiert. Und da steckt eine Menge Arbeit drin. Und ich will ihn sonst halt dich auch noch fragen, was machst du eigentlich ganz noch? Weil ich meine, ob du bist immer der Gebietsbeauftragte, da ist es da auch eine Menge. Was mache ich sonst noch? Ähm, ich kann sagen, wir werden mal Dampfverfahren. Nein, ähm, was halt gemacht werden muss, halt. Also, wenn jetzt einer meint von wegen, oh, der hat doch gar keine Zeit mehr. Nee, also ich persönlich schätze mein Engagement jetzt halt für Piraten relativ aus Sparflamme ein. Nur so viel zur Verhältnismäßigkeit. Also, ich setze jetzt mal so an, ich schätze dich sehr, lieber Michael. Weil du machst wertvolle Arbeit. Und zwar solch eine Arbeit, die ich niemals könnte. Da bin ich unfähig zu. Und ich ziehe den Hut davor, solche Dinge so gut zu machen. Meine Frage wäre, was stellst du dir überhaupt unter dem Amt politischer Geschäftsführer vor? Gehen wir da in die alten Denkmuster, die vorherigen? Oder was würdest du anders machen? Oder was willst du damit erreichen? Etwas transportierst du sonst noch? Ohne meine eingeleitenden Worte zu wiederholen, ähm, mir steht das Aufgabe des politischen Geschäftsführers vor, Öffentlichkeitsarbeit zu pushen, unsere Themen entsprechend, die wir haben, zu pushen. Und das WIE heißt, Öffentlichkeitsarbeit schaffen können wir halt dadurch, dass wir christlich rausgehen, dass wir Veranstaltungen tun, dass wir vor Ort einfach sind. Naja. Ja, also, ich weiß, das ist Veranstaltungen, Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen und auch. Also, es ist ein breites Spektrum. Und wenn Menschen da sind und die Dinge nach vorne um die Welt transportieren wollen, die unsere sind, soll nicht der Letzte sein, der das nicht entsprechend dem Landesvorstand mitfeaturent. Ganz im Gegenteil, ich wäre dann der Erste, der das halt natürlich tut, wenn es unseren Themen entspricht. Ja, das ist die Regelliste nicht zu. Nein, ich mache jetzt nicht zu. Weiter, weiter, weiter. Es gibt, Entschuldigung, gut gesagt, ich sehe nicht laut krummlich aus, ist das aber noch eine neue Seite. Nein, es gibt einen, ähm, es gibt einen GO-Eintrag auf Schließung der Redeliste. Gibt es Gegenrede? Okay, damit ist die Redeliste. Lass uns das noch weiter zuerst. Lass uns los, ich versuche es aber aufzugreifen, also meine Frage deutlich eher mehr dahingehend, wie diese Präsentation dann aussieht. Weil ich denke, dass eine Öffentlichkeitsarbeit in einer positiven Form, in einer sympathischen Form, uns ganz gut betrifft. Wir haben ein bisschen schlechte Außenblick anscheinend, obwohl ich das nicht so wahrnehme. Weil ich sehe die Welt von dir und ich möchte gerne, aber ich würde mich freuen auf etwas Neues, auf Fischendes, etwas Anderes. Was vielleicht in die Fläche und was wir jetzt gerade noch brauchen. Weil jeder Einzelne ist so gut. Und das wäre so schlimm. Das stimmt, aber, ähm, das könnte ich sagen, ich bin ausgebildeter Informatiker. Und deshalb, weil ich halt nichts mit der Kreativität habe, sondern mit der Stringenz und mit der, ähm, Linearität und Abarbeitung von Dingen. Aber, wenn coole Ideen kommen, dann werden die doch entsprechend umgesetzt. Also, ich meine, ich bin noch nicht derjenige in der Landesvorstand, der dafür zuständig ist, irgendwelche geilen Ideen auszubremsen. Hallo, ganz im Gegenteil, ich bin mit dafür da in der Landesvorstand, dass geile Dinge passieren, aber dieser Landesverband erdrockt. Also... Ne, Leute, wenn ich jetzt viel aufnehmen wollte, hab ich einen Geo-Eintrag. Es gibt einen Geo-Eintrag, das ist ja unglaublich. Auf was? Nein, das ist nicht irgendwo... Also, es gab die Frage, ob wir eine Doppelspitze machen können. Gut, ähm, damit übergebe ich an die Wahrheit. Du hast das Wort. Ja, also, wir kommen jetzt dann zu Wahlgang Nummer 5. Das ist Stimmzettel Nummer 5, hellblau. Es gibt die Möglichkeit, 0 bis 2 Stimmen abzugeben, oder 0 bis 2 Kreuze zu machen. Dann bitte ich die Wahlhelfer an die Urnen, die Urnen hochzuheben und zu zeigen, dass sie leer sind. Das sieht gut aus, dann setzt sie wieder ab und verschließt sie und dann eröffne ich hier mit Wahlgang Nummer 5. Nein, das ist ja nicht da. Das ist ja nicht da. Ja. Das ist ja nicht da. Vielen Dank. Ich habe hier gerade einen Stimmzettel zu sehen bekommen, wo die Hälfte der Kästchen auf der linken Seite fehlen. Sollte das bei irgendjemandem noch der Fall sein, möchte ich euch bitten, Kreuze so zu setzen, dass es eindeutig erkennbar ist, wen ihr wählt. Und die Wahnhelfer rufe ich dazu auf, eben diese Stimmzettel dann auch dementsprechend zu werden als gültig. Vielen Dank. 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 Die Piraten Berlin fordern eine Werbekampagne für die private Unterbringung von Geflüchteten dann im Moment sustainable support ein zu reportsieren. szurest unterstützt werden, dass das zusätzliche Angebot auch angemessen zugeteilt werden kann. Es ist ja im Moment bereits so, dass sich viele Privatleute als Gastgeber für Geflüchtete zur Verfügung stellen, aber eben sehr viel Angebot ungenutzt bleibt. Es gibt Koordinationsstellen, die sich dann auseinandersetzen, das zu verteilen und die berichten in der Presse oft darüber, dass sie das Angebot dann gar nicht verteilen können. Deswegen sollen da auf jeden Fall Finanzierungen in diese Richtung ausgegeben werden, um diese Verteilung zu optimieren. Ich begrüße diesen Antrag ausdrücklich und möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass es solche Kampagnen bereits gibt. Das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk macht zum Beispiel gerade eine solche Kampagne. Da können sozusagen Wohnungen, wo Flüchtlinge unterkommen können, gemeldet werden. Und ja, ich begrüße das. So weit wie es ist, ist das heute schon möglich, dass Privatpersonen Flüchtlinge oder wen auch immer aufnehmen können. Aber sie müssen eine Verpflichtungserklärung unterschreiben, dass sie jegliche Kosten übernehmen, die in diesem Zusammenhang entstehen. Und dann wird auch die finanziellen Möglichkeiten geprüft. Also bei Hartz-IV-Empfängern oder sonstigen sozial schwachen Leuten oder finanziell schwachen Leuten geht das nicht. Und diese Verpflichtungserklärung ist nicht begrenzt, sie ist unbegrenzt. Praktisch bis zum Lebensende. Und ich hatte ja diese Meinung im SNS-MV, die Verpflichtungserklärung in Berlin begrenzen. Und sonst ist es meiner Meinung nach nicht möglich, ohne diese Verpflichtungserklärung zu unterschreiben. Also ich bin der Meinung nach, wir müssen etwas an dieser Verpflichtungserklärung ändern. Sonst ist es meiner Meinung nach nicht möglich. Und wer kann schon über Jahre oder Jahrzehnte die Verantwortung für jemand anderes so hochwertig finanziell übernehmen. Danke. Keine weiteren Fragen? Jo, das ist nicht der Fall. Dann hast du schon ein Akkus, der noch ein bisschen Zeit hat. Ja, vielen Dank für die Kommentare. Das sind auch Dinge, die uns beschäftigt haben. Es ist eben in der Tat möglich, im Moment, wo es gibt zum Beispiel das evangelische Fürsorgewerk und andere Stellen, die es verteilen, sich als Gastgeber zur Verfügung zu stellen. Wir wollen, dass das eben weiter gestärkt wird. Das ist im Prinzip ein funktionierender Mechanismus, der, was wir sicher herausfinden konnten, primär daran krankt im Moment, dass das Angebot nicht angemessen verteilt werden kann. Deswegen sollen dafür Mittel zur Verfügung gestellt werden. Wenn die dann da sind, ist natürlich das Potenzial da, mehr anzubieten als Gastgeberinnen und Gastgeber. Und das sollten dann Werbekampagnen befördern. Mir ist jetzt nicht bekannt, was jetzt noch jemand wurde, diese Details sind ja eine Verpflichtungserklärung der Finanziellen. Das ist mir so nicht bekannt. Uns ist aber bekannt, dass es eben zum Beispiel beim Kirchentag, wenn man so etwas macht, eine Versicherung gibt. Darüber haben wir länger diskutiert, dass es eigentlich umgekehrt sein sollte. Dass man nicht etwas unterschreiben sollen müsste, was noch irgendwie verpflichtet ist, sondern vielmehr sicher sein sollte, dass was auch immer passieren kann, eher versichert ist von anderer Seite. Es war uns aber nicht möglich, das jetzt auf eine rechtssichere Weise da einzubinden. Wir würden da gerne dran weiterarbeiten. Und ich denke, dass man dann vielleicht das als Initialzündung erstmal beschließt und dann sich überlegt, wie sieht es eigentlich aus, um das möglichst zu vereinfachen für die Gäste wie auch die Gastgeber. Okay, damit kommen wir zur Abstimmung des Antrags. Einmal hoch die Karten, wie eure Meinung zu dem Antrag ist, ja oder nein? Okay, der ist angenommen. Und wir haben auch ein Ergebnis, wie ich hier hinten sehe, das sieht komisch aus. Nicht das Ergebnis sieht komisch aus, sondern gestaltet sich gerade komisch aus. Ich mache die Schrift einfach kleiner und das zeigen wir uns gleich. So, wir haben ein äußerst knappes Ergebnis. 56 abgegebene Stimmen, 56 gültig. Genau. 34 Stimmen auf Therese. Und 33 auf Michael von der Haft. Also wirklich sehr knapp. Aber wie geht es? Therese, nimmst du die Wahl an? Ich darf euch, ich nehme die Wahl an. So, jetzt fallen mir keiner mehr ein, außer der Beisitzer, den ihr noch stehen habt. Und der Beisitzer ist bei euch optional. Daher frage ich die Versammlung, ob sie den Beisitzer, den Beisitzerinnen im Amt haben möchte, beziehungsweise den Vorstand haben möchte. Und dazu frage ich jetzt ein Meinungsbild ab. Ja oder nein. Und es sind da nicht, was? Wir müssen schlossen, wenn das nicht gehört. Ich möchte jetzt eine andere Ahnung geben. Ich gehe zum Klimawandel. Folgen ist der Schritt da. Vielen Dank. 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 Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. 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 Seitdem vor allem täte ich in den Bereichen Haushaltspolitik Berlins, das war vor allem aber auch in der Anfangsphase meines Wirkens 11-12 im Sportfinanzhaushalt Steuern und als Bürgerdeputierter für Inklusion, Gesundheit und Inklusion in Friedrichsholfe-Kreuzberg in der Bezirksförderungversammlung. In dem Zusammenhang ist es so, dass ich jetzt also in letzter Zeit zwar nicht mehr sehr aktiv war, aber gerade aufgrund der politischen Bewegung, die jetzt einmal innerhalb der Partei etwas Schwierigkeiten gebracht haben, sag ich mal, zwischen uns, unserem Vorstand und so weiter, aber auch der politischen Dynamik wirklich in Berlin durch Flüchtlinge, die zu erwarten sind, durch die Rolle, die meiner Meinung nach die Hochschulen spielen werden, da sage ich gleich noch einen Satz zu, und auch Schwulen spielen werden müssen, dass ich da wieder zurückgefunden habe, zu einem Willen, wirklich politisch aktiv zu sein, das also gerne machen würde. Mir ist gesagt worden, dass das Beste, auch durch meine moderierende Art, ein Auftritt dann wäre, als Unterstützung im Vorstand. Deswegen kandidiere ich ja als Freisitzer für den Vorstand. Es würde mich freuen, dadurch auch ein bisschen, sag ich mal, den Transfer zu schaffen zwischen der Aktivität im Squad und der Kommunikation mit dem Vorstand, auch wenn natürlich im Prinzip, sag ich mal, die Diskussion im Vorstand und das Verwaltende Aspekt damit im Vordergrund stellt. Ich bin für den Mittelbau, also die Mittelbauinitiative in der TU Berlin, Vertreter im Akademischen Senat, und würde mir auch wünschen, wenn die Piraten es schaffen, oder wir es schaffen, eine Verknüpfung zu schaffen zwischen der Hochschulpolitik, den Studierenden, die äußerst aktiv sind, die ganz viel Sympathie für die Piraten immer noch hegen, die eigentlich Visionen mitgetragen haben, als die Piraten gewählt wurden ins Abgeordnetenhaus, und jetzt auch zum Teil ein bisschen visionslos, aber politisch da sind. Also, ich selbst bin jetzt noch für ein Jahr dort im Akademischen Senat und hoffe, auch die Brücke schlagen zu können zwischen der Hochschulpolitik und dieser Partei hier, der Piratenpartei Berlin. Hallo, mein Name ist André de Feber, ich kann leider nicht auf so viel Vorerfahrung zurückgreifen. Ich bin seit 2012 Mitglied der Piraten hier in Berlin, komme aus Steggen-Zehlendorf und bin dort zur Zeit Gebietsbeauftragter, zusammen mit drei anderen Gebietsbeauftragten und bin zur Zeit auch Richter am Landeschiedsgericht. Seit mehreren Sitzungen bin ich auch im Bezirksbeauftragten-Treffen immer dabei. Ich bin eher so ein Mensch, der gerne im Hintergrund ein bisschen vor sich hinfrickelt und mehr so die Sachen macht, die so verwaltungsmäßig anstehen. Bin ich so der Mensch, der Fragen mit einer Fahne umwählt und macht und tut. Da, denke ich mal, sind andere für zuständig. Aber es müssen auch Sachen gemacht werden, die vielleicht andere Leute, wie soll man sagen, die denen nicht zuwiegen und die halt auch gemacht werden müssen. Und dafür stelle ich mich gerne als Beisitzer zur Verfügung. Dankeschön. Hallo, ich bin Herr Luther Kroos, auf Twitter schaue ich vor Börden. Ich bin seit 2011 in der Beratenpartei, seit 2012 mit Gebietsbeauftragter von Städte-Zillenorf. Kurz so ein bisschen bei Städte-Zillenorf-Politik gemacht. Ich war eigentlich schon immer seit Jugend her stark politisch interessiert, habe an vielen Demos früher teilgenommen, wurde mich doch als ein bisschen spät, 68er bezeichnet, war viele SMI-Demos dabei, ab an den Großbesitzungen in Kreuzberg teilgenommen in den 80er Jahren, habe mit die ersten Schülerdemonstrationen hier überhaupt in Berlin mitorganisiert, war dann lange Zeit bei den Jüses, bei den Jüses bis 35. Danach in der SPD, habe auch mal, weil das heute eigentlich nicht mehr warum, mal ein großes Gastspiel bei der FDP gehabt, habe in vielen Ausschüssen mitgewirkt, war früher deputierter im Hilferausschuss und habe an vielen Wahlkampfen teilgenommen, aber auch natürlich jetzt hier, weil die Piraten schon an vielen Wahlkampfen teilgenommen, mache sehr gerne Standarbeit, Wahlkampf, alles was rund um den, um die Wahl zu tun, habe ich natürlich auch für die Piraten, nahezu alle Demos teilen, die irgendwie mit Piraten, wo Piraten bei sind, mache Straßenfeste mit, mit bei DTIP und was war das, was war das, du bist, mit dabei, für den Vorstand mitmachen, Aufgaben gibt es natürlich sehr viele, meine Prämisse wäre, mich hauptsächlich auch wieder in den Sachen Wahlkampf, hauptsächlich mit einzubringen, zu helfen, wir haben, wir wissen, wir haben jetzt das Jahr durch die Wahl, für 2016, ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass wir hier in Berlin durchaus uns schaffen können, wir werden natürlich keine 8,9% kriegen, aber ich denke mal 5 bis 5,1% halte ich für durchaus realistisch und wir, ich bin hier keiner, die Luftschlösser baut, wie dieser Bufo, aber ich denke mal 5,5,5% ist drin und das müssen wir auch, wir müssen es schaffen, denn wenn wir diese Wahl verkacken, hier in Berlin, dann kann auch der Bufo zumachen und dann kann der Seguro mit seinem 7% Traum keiner werden in der Spätwahl der Segurojekte versenken. Ich denke mal, ich bin jemand, der Wahl organisieren kann, der alles linksum, was alles mit diesem ganzen Zwangslag zu tun hat, machen dran, ich bin zwar nicht der große Redner, der sich jetzt auf irgendwie eine Wahlveranstaltung hinsetzen kann und reden kann, ich bin auch mehr einer, der es im Hintergrund organisiert, aber ich denke mal, dafür bin ich gut und das muss natürlich jetzt nicht nur diese Arbeit sein, ich weiß, das muss sehr viel auf den Landesvorstand, zu viel Arbeit, aber ich denke mal, ich hoffe, den LAFO tatkräftig unterstützen zu können. Ja, ich würde gebeten, auch nochmal anzutreten, mache ich hiermit, was ich auch noch sagen möchte, wenn ich gewählt werde, das Jahr Amtszeit werde ich auf jeden Fall durchhalten, das ist ganz klar, es wird bei mir keinen Rücktritt geben, da könnt ihr machen, was ihr wollt, also, wenn er es mich gar nicht haben wollte, dann sollte ich mich erstmal gar nicht wählen. Was kann ich machen? Als Zweisitzer kann man sich Aufgaben nehmen, die ich jetzt auch schon als Basispirat jahrelang gemacht habe, ich sage mal nur, das straßenfesten Schöneberg, das schwul-lesbische, das werde ich weiter machen, auch ohne, aber mit wäre es schöner, dann hat man eine kürzere W und ein bisschen offiziellere Verankerung, Verankerung, sieht auch besser aus, optisch, ja, schön, Wahlkampf mache ich sowieso schon, durchgehen seit Februar, und wenn ich euch was zusage, was zu tun, ist das in der Regel auch gemacht worden, deswegen sage ich auch, ich rede dich zu, damit ich dieses Versprechen und dieses Leben weiter erhalten kann. Ihr wisst auch, wenn ihr mich wählt, ihr wisst, was ihr bekommt, ich bin der, wie ich bin, ich bin natürlich mit Ecken und Kanten und habe auch meinen eigenen Kopf, den werde ich auch nicht verbieten lassen, aber wie gesagt, ich bin auch, was ich schon vorher gesagt habe, Pragmatiker und kann auch gewisse Sachen sagen, okay, muss jetzt so gemacht werden, bis nächstes will ich alles tun. Aber ich sage, das ist eure Entscheidung, macht die Kreuze, bei denen ihr hier haben wollt, und man möglichst vielen, weil wir brauchen in diesem Landesvorstand sehr viele Reisensitzer, eben weil es mehr jeweils an Arbeit geben wird. Je mehr wir drin haben, es gibt genügend gute Kandidaten auf der Liste, die jetzt in Einzelnen sind, aber es ist da selber gegeben, für die Themen, jedenfalls, jedenfalls Kreuzkinder. Ich wäre da sehr dankbar für, wenn ihr das so weit habt. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Jan Schrecker, ich war ja hier heute schon öfters. Ich möchte meine Kandidatur jetzt nicht als Bedrohung wissen. Ja, kann ich auch, aber muss ja nicht. Ja, ich habe mich dazu entschlossen auch zu kandidieren, weil ich glaube, dass wir ein schweres Wahlkampfjahr vor uns haben und hier jede Unterstützung notwendig ist. Und ich möchte hier den Landesvorstand auch gerne unterstützen als Beisitzer. Zudem ist es, glaube ich, auch eine ziemliche Mammutaufgabe, die verschiedenen Bezirke auch mit daran zu beteiligen, den Wahlkampf zu koordinieren. Und ich möchte hier gerne meinen Beitrag zu leisten und habe mich deswegen jetzt hier als Kandidat sozusagen beworben und sitze im Unterausschuss Bezirke für unsere Landesfraktion und versuche da die Interessen der Bezirke zu vertreten. Und ich hoffe, dass ich in dieser Eigenschaft vielleicht auch im Landesvorstand auch den Beitrag dazu leisten kann und die Bezirke immer wieder auch hier zur Sprache bringen kann, um die Interessen der Bezirke zu vertreten. Hallo, ich bin Claudia aus Neukölln und müde. Genau, ihr wollt solche Sachen wie ich bin Pirat seit 2012 mit ein bisschen Pausen nach der Abgeordnetenhauswahl. Ich wollte das erst mal performt sehen und dann fand ich das und dann habe ich angefangen. Ich bin im Kunstgurt, eigentlich von Anfang an. Früher hieß das noch anders, inzwischen ist das das Kunstgurt, das sich mit Kunst- und Kulturpolitik beschäftigt. Ich bin Themenbeauftragte für Kunst- und Kulturpolitik zusammen mit Kerstin Kitsch und Pergi Sööp. Ich habe 2012 beim Bundestagswahlkampf eine Menge mitgeholfen und 2013 war der Europa-Wall-Out, aber nicht mehr ganz so viel. Und ja, ich bin müde. Tut mir leid, ich hätte gerne gehabt, dass der Programm Punkt Morgenstern findet, weil ich es jetzt echt nicht mehr so gut zusammenkriege. Ich würde gerne im Vorstand als Beisitzerin mitbearbeiten und konkret die Vorstandsmitglieder mit definierten Aufgabengebieten mit bestimmten Dingen zu unterstützen, die ich gut kann. Und das sind Sachen wie Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Drucksachen, alles mögliche Dinge, die man, glaube ich, im Kontext eines Wahlkampfes und auch sonst ganz gut brauchen kann. Und ich finde das sehr gut, dass Bruno Kunst und Kultur als einen der Schwerpunkte für die Abgeordnetenhauswahl 2016 genannt hat, weil ich denke auch, dass das ein Thema ist, mit dem man sehr gut Sachen zustande kriegen kann und Erfolg haben kann. Und das möchte ich alles gerne unterstützen. Danke. Okay, damit kommen wir zu den Fragen. Bitte anstellen, ich bitte auch alle Kandidierenden nach vorne. Damit an euch die Fragen gemütlich gestellt werden. Und euch bitte Fragen zu stellen. Das hätten wir das jetzt mal aufbauen. Ja, das ist jetzt auch so gut. Oh, Mensch. Das ist jetzt auch so gut. 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 Danke. So, also ich, genau. Sammelt sich und es sammelt sich auch vorne an der Rednerstange. Bitte Fragen. Ja, meine Frage ist an euch, die ihr da kandidiert, habt ihr schon irgendein, also von Lothar habe ich es ja schon gehört, habt ihr ein anderes Parteiamt schon? Habt ihr also, hattet ihr also genügend Zeit? Müsst ihr dieses Parteiamt vielleicht sogar abgeben, wenn ihr jetzt gewählt werdet? Und die nächste Frage, seid ihr angrund einer anderen Partei oder mitgrund einem politischen, oder vielleicht auch nicht so politischen Verein? Nein. Nein, zur Zeit kein weiteres Amt, keine weitere Partei, obwohl ich eigentlich versprochen hatte, bei der Partei die Partei Wettbewerb zu werden, habe ich aber bisher nicht gemacht. Und wir hatten mal versucht, eine Partei, die sonstige, zu gründen, damit wir einen eigenen Balken haben, aber haben das nicht durchgezogen. Ich hatte vorhin schon gesagt, also wie gesagt, als Bürgerdeputierter im Ausschuss für Gesundheit und Inklusion in Friedrichshain-Kreuzberg ist überschaubar. Ein bisschen mehr mache ich für meine Aktivität im Akademischen Senat an der Team Berlin. Das ist keine politische Partei, im Prinzip ist es ein Forum und sei denn im Rahmen der akademischen Selbstverwaltung ein Wort, wo wir piratische Ideen unterbringen können. Ich sehe deswegen dadurch einen großen Synergieeffekt. Es ist so, dass wenn ich etwas angehe und verspreche, es zu tun, dann habe ich die Zeit dafür und nehme mir die Zeit dafür. Und das ist hier auch definitiv der Fall. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, Partei, das ist so eine Frage für sich. Ich bin momentan noch im Landesschiedsgericht hier in Berlin. Ich bin in keiner anderen Partei. Ich bin natürlich noch in einigen anderen Institutionen oder Vereinen, die aber politisch, je nachdem, nicht so viel mit zu tun haben. VdK-Mitglied, Verdi-Mitglied. Ich bin auch im Vorstand einer Betriebsgruppe von Verdi. Und bin auch in einem Selbsthilfeverein, der für eine gewisse körperliche Einschränkung, für Menschen mit bestimmten körperlichen Einschränkungen ist. Und das war es an sich von meiner Seite. Bevor der Nisan-Motor dahinten in der Ecke der Björnk ist, liegt es nicht. Ich bin Teilarbeitung-Partei. Ich habe es nicht mehr, ich habe es nicht mehr gesagt. Ich bin, wie ich es auch schon erwähnt habe, Gebietsbeauftragter. Ich stehe in Zellendorf, halte das aber momentan zumindest für weiter vertretbar, wenn ich gewählt werde. Ich bin, ja, es sind vier Leute und ich denke mal, also vier Gebietsbeauftragten und das lässt sich handeln. Sollte es nicht mehr handelbar wäre, würde ich dann allerdings den Posten, also dann würde ich weiter für die Landesvorstand arbeiten und dann eben entsprechend auf die Gebietsbeauftragten verzichten. In der Landesvorstand würde ich in dem Fall davor gehen. Vereinsmäßig aber mit dem Währendverein Grünner. Ich bin in einer deutschen-indischen Gesellschaft, in einem weiteren indischen Kulturverein. Ich bin Mitglied bei Hardware-BSC, in einer Fußball- und einer Boxabteilung. Ich bin im Filmklub und ich bin Mitglied der Rotenhöfe, was ich also für sehr wichtig aufhalte. Und ich bin ganz brandneu seit zwei Tagen Mitglied bei Paira. Beim Parteiband habe ich das Amt des Gebietsbeauftragten in Steglitz-Zehlendorf, habe da den Finanzsektor noch dazu. Das war's. Dann Mitglied einer anderen Organisation. Ja, ich bin Mitglied der Abo Steglitz, schon mindestens 15 Jahren. Und ich bin Regierungssprecher der Volksrepublik Kleinsmann. Ja, ich bin Fraktionsvorsitzender der Piratenfraktion Pankow, bin also Bezirksverordneter. Ich habe keine weiteren Parteiämter. Ich sympathisiere, sage ich ganz offen, mit der Plattform Brandenburg, bin dort aber nicht Mitglied bisher. Ja, ich habe eben schon gesagt, dass ich Mitglied im Unterschussbezirke bin für die Landesfraktion. Ich bin Mitarbeiter von Christopher Lauer und Pavel Meier, persönlicher Mitarbeiter und betreue da das Büro. Bin, jetzt muss ich mal überlegen, in zahlreichen Wohnungsgenossenschaften-Mitglied. Mitglied im Mieterverein, Mitglied bei der Stillen Straße e.V. Verzeiht mir, dass ich jetzt nicht alle aufzählen kann, aber ich glaube, so im Groben war es das. Themenbeauftragte für Kultur, das hatte ich euch schon gesagt. Ich war noch nie in einer anderen Partei und bin Gründungsmitglied von zahlreichen Kunst- und Kulturvereinen, von denen ich mehrheitlich heute wieder weiß, ob ich da noch Mitglied bin, sie überhaupt noch existieren oder was so aus jemand geworden ist. Okay, ja, Dennis. Hallo, also der letzte Vorstand ist ja quasi implodiert, auch aufgrund von fehlender Zusammenarbeit. Warum brauchst du, lieber Beisitzer, auch Stimmrecht im Vorstand, um die Tätigkeit auszuhüben? Ja, warum? Ja, es ist ein schönes, wenn man es hat, es geht aber auch ohne, das geht ganz ehrlich zu, aber wie gesagt, es gibt manchmal so eine kleinen, bürokratischen Dickerlichkeiten. Und was dann schick, wenn man ein Vorstandsbediener ist, warum die dann etwas leichter überwinden kann, als ein normaler Basispirat. Ich finde es okay, wenn es mehr Leute sind, weil die dann auch die Verantwortung miteinander teilen. Ja, und die Arbeit, um die Wahlkampf nicht eine ganze Menge Arbeit vor uns haben. Sie sagen, die Arbeit kannst du auch mit einer Beauftragung oder freiwillig machen werden. Genau, die Verantwortung übernehmen, das ist der Punkt. Wir müssen die Verantwortung übernehmen, weil wenn du das sagst, du kandidierst, solltest du das eigentlich nicht auch machen, also auf ein Jahr, dann kannst du es nicht dazugeben. Ja, ich wurde von verschiedenen Leuten gefragt, ob ich es mache, die anscheinend das gut finden würden, wenn ich mich an den Landesvorstand zu ziehen würde. Vielleicht kann ich dem anschließen, was die Vorredner schon gesagt haben, und ich muss sagen, momentan, solange wir die SRV nicht haben, solange diesen SRV leider ausgesetzt ist, er ist der Vorstand, der einzige, praktisch, der zwischen den Vorstandswahlen ein Stimmrecht hier sozusagen hat, hier Entscheidungen fehlen kann. Ich hoffe ja, dass jetzt der VG vielleicht sogar auch noch vorgängigend funktioniert, aber zumindest, dass er dann im Januar wieder funktioniert, dass auch da will ich es ja hier mit Sicherheit drauf treten. Aber wie sagst du, das wird dann auch noch ein Argument. Ich würde mein Stimmrecht gerne dafür geltend machen, die Interessen der Bezirke zu vertreten. Ja, richtiger als das Stimmrecht an sich, halte ich die gemeinsame Diskussion. Aber wir wissen ja auch, dass gerade die Größe der Stichprobe, sage ich mal, oder die Größe der Probe für das Abbilden eines Beschlusses auf die wirkliche Meinung der Menschen relevant ist. Das heißt, es sollte möglichst groß sein, diese Gruppe nicht nur aus zwei Fähigkeiten bestellen. Also Stimmrecht, ja, hat was auf jeden Fall. Auch die Diskussion ist, wie alle meine Vorrednerinnen und Vorrednern es schon gesagt haben. Zwingend notwendig, finde ich, das Stimmrecht nicht unbedingt, aber es ist hilfreich, weil dann auch, ja, wie soll man es sagen, mehr Leute an einer Entscheidung beteiligt sind. Und das ist vielleicht nicht verkehrt in manchen Punkten. Zunächst einmal, Jan, vielleicht, möchtest du mich da korrigieren, du sitzt ja wohl nicht für die ADH-Fraktion, im Unterausschussbezirke, sondern ich hoffe doch sehr, dass du für die Bezirksformen im Unterausschussbezirke sitzt. Und ich hoffe, du kannst es ganz schnell korrigieren, ansonsten ist ja wohl dein Ansprach auf dem Weg, dass du für die Bezirke einstehen möchtest, total unfällig. Meine zweite Frage geht an Lothar. Lothar. Alliweil, wir haben uns ja kennengelernt während der Praffverhandlung gegen mich und da wollte ich doch kurz vielleicht hören, deine Sichtweise auf die Dinge und das Zustandekommen eines Urteils, welches so daneben war und so verkehrbar war, als dass es das Bundesschiedsgericht direkt und sofort kassieren und einholen musste. Und in dem Sinne wollte ich da doch mal fragen, wie du denkst, hier deine Verantwortung im Landesvorstand wahrzunehmen, der du eben zu einem miserables Urteil hier mitgetragen hast. Ich würde dann diese Fragen beantworten, die gestellt worden sind. Ich beantworte die Fragen wie folgt. Natürlich vertrete ich im Unterausschuss Bezirke als Bezirksvertreter die Bezirke, möchte jedoch klarstellen, dass ich in dieses Amt sozusagen gekommen bin durch Ernennung durch unsere Landesfraktion. Also vielleicht erklärt das das so ein bisschen. Natürlich vertrete ich die Interessen der Bezirke in diesem Ausschuss. Also ich bin nicht das Schiedsgericht, mein Lieber. Das Urteil hat das Schiedsgericht im Falle, nicht der Vorstand. Also ich weiß jetzt nicht direkt, was die Frage soll. Und wie ich dazu stehe, möchte ich hierzu nichts weiter äußern. Aber wie gesagt, das Urteil hat das Schiedsgericht im Verhältnis, der Vorstand hat damit ja nichts zu tun. Ja, aufgrund der relativ kurzen Zeitung sich mit den Kandidaten vertraut zu machen, das ist mir jetzt auch nicht so gelungen, weil Zeitgründe würde ich eigentlich ganz gerne wissen von den Einzelnen, was denn ihr Plan im Vorstand ist, weil Beisitzer ist jetzt relativ indefinite Position und sollte sich zumindest vor allem mal knapp und drüber gemacht haben, welchen Geschäftsbereich man dann irgendwie komentätig sein will und was die Idee ist, Vorstande zu wirken. Weil einfach, also bis jetzt ist es noch so einfach so, ich kathidiere, aber ich kann mir sicherlich sagen, warum wir noch ein Vorstandrechter erreichen wollen. Ich glaube, auch das habe ich vorher schon erwähnt. Wow. Mist. Ich sage es aber gerne noch mal, ich möchte mir ehrlich gesagt gerne nichts selber ausdenken, sondern ich möchte im Gespräch mit den anderen Mitgliedern im Vorstand feststellen, wo Dinge getan werden müssen und dann aus der Gruppe raus eben eine Konstellation finden, sodass diese Dinge am besten erledigt werden können. Und ich kann halt so gut Sachen, die mit Kommunikation, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Organisation und mit Menschen reden und solche Sachen. Und wenn das zusammenkommt, dann bin ich sehr zufrieden. Was mich diesmal besonders freut, ist, dass wir so ein Team gefunden haben, wo ich glaube, dass sie wunderbar zusammenarbeiten können, weil sie es auch in der Vergangenheit schon getan haben. Und ich glaube, dass sich alle wunderbar miteinander verstehen werden. Ich wurde von verschiedenen jetzt gewählten Mitgliedern gefragt, ob ich sie unterstützen kann. Ich arbeite bereits in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich möchte weiter die Wahlkampfvorbereitung und Programmentwicklung unterstützen. Vielen ist schon aufgefallen, Wahlkampf, Veranstaltungsplanung, Demos, Wahlkampfveranstaltungen, das ist so mein Schreckenpferd. Da beschäftige ich mich sehr gerne mit, gerade im Wahlkampf mit den Veranstaltungen. Und wenn wir darauf ein Auge haben. Und ansonsten, was ich auch sehr gerne übernehme, ist Vernetzung mit anderen Landesverbänden, wo ich gerne unterstützen möchte, da ich auch zum Beispiel sehr gerne zur Marina Kassel fahre, zur Vorstandsfinanzierung, wo ich zwischendurch in die Mammeltreffen der verschiedenen anderen Landesvorstände reingehöre. Und wir haben da auch sehr viel zu sagen, an Wahlkampfunterstützung, jetzt für 2016, unseren Wahlkampf, also an Helfern, finanziellen Spenden. Und da würde ich gerne unterher gehen und weiter geht es in den Wahlkampf weiter. Ja, ich habe es ja eben eigentlich schon so ein bisschen sterbenmäßig angesagt. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, halt diese Vernetzung mit den Bezirken zu machen, auch teilweise durch die Bezirke zu gehen, um die Interessensfrage da auch mir sozusagen einzufangen und sie rückzukoppeln an den Landesvorstand. Ich bin aber auch sehr offen, was Aufgaben angeht. Ich übernehme auch gerne andere Aufgaben, die halt anfallen und die ich machen kann, also sofern ich sie machen kann und sie meinen Fähigkeiten halt irgendwie, ich das mit meinen Fähigkeiten kann, übernehme ich die auch gerne. Ich schließe mal den Herrn an. Natürlich ist es die Frage, was braucht der Vorstand überhaupt? Ich kann ja nicht sagen, ich will das auch das machen, oder das ist auch das, das brauche ich gar nicht. Aber trotzdem, ich hatte ja vorhin schon gesagt, mein Themenschwerpunkt würde auf Wahlkampf liegen, wenn es gefragt ist. Und Wahlkampf heißt natürlich für mich jetzt auch eine Vernetzung mit anderen Bezirken, andere Bezirke mit einbeziehen. Ich muss eigentlich immer still erzählen, da läuft es, da haben wir mal die Zusammenarbeit zwischen den Piraten und den Beraten, da gehe ich da immer recht gut. Es gibt auch andere Bezirke, wo es eigentlich ganz gut läuft, aber wir haben viele Bezirke, auch leider hier in der Stadt, wo es eben leider nicht momentan nicht so, ja, wo nicht so viele Leute da sind. Und es ist aber wichtig, denke ich mal, dass wir im nächsten Jahr in allen Bezirken, wir direkt an die Daten antreten, dass wir in allen Bezirken präsent sind. Und da muss man einfach mit dran arbeiten und dann muss der Vorstand auch mit Präsenz rein. Das kann ich natürlich nicht alle alleine machen, das ist ganz logisch, aber zumindestens Bezirke suchen und so weiter. Und wir können ja Beauftragte bestellen, die müssen wir bestellen. Und ich denke mal, wird es auch klappen. Wie gesagt, nochmals, wir müssen den Wahlkampf wuppen nächstes Jahr, sonst können wir alle, zum nächsten Mal ein kleiner Vorstand, der hat sich auch eingetragen. Zu der Frage, eigentlich gibt es nicht der Vorstand auf seiner konzentrierenden Sitzung oder in der Folgesitzung der Geschäftsordnung, da werden die Aufgabenbereiche verteilt. Ich kann natürlich Wunschkonzert spielen, sagen, was ich gerne haben würde wollen. Ich sage mal so, ich hätte gerne in dem Bereich, wo ich sozusagen straßenfest in Schürdeberg weitermache, vielleicht ist dann auch Handelsstraßen fest, dann unter Umständen noch Infostand und ganzen Geschichten, gerade in den Bezirken, wo nicht so viele Leute, dass da auch ein bisschen Hilfe vom Vorstand dazu kommt, das ist ein riesiges Anreut. Und dann noch hinzu kommt, dann im Zuge der Wahl, gibt so bestimmte Sachen, die habe ich auch schon mal alle gemacht, gerade Großplakate, wie man sich noch daran erinnern kann, weiß ich auch ein bisschen mehr als die anderen, und dann haben Arnold und dann sowas auch hier einen Antrag, ausnahme die weiße Karte, habe ich mal vor zwei Jahren gemacht, habe meine Zoll wiedererkannt, dass ich natürlich nichts gemacht habe. Und was vorweisen kann, geht natürlich auch ohne Vorstandsamt, haben gesagt, mit ist in vielen Sachen, wurde auch gesagt, Verantwortung übernehmen, und ich übernehme sie zwar auch so, und es ist auch formal richtig, um die zu sagen. Ich würde gerne im Wahlkampf, speziell an die Hochschulen in Berlin auch recht bereiten, dass in 100.000 teilweise nicht so festgefahrene Menschen, hinsichtlich ihrer politischen Meinung, wie im Durchschnitt, viele sind eben noch dabei zu suchen, wie sie sich politisch orientieren, welche Parteien sie wählen. Mir ist aber klar, dass natürlich auf der vorstandskonstituierenden Sitzung natürlich die Aufgaben verteilt wird, ich bin jetzt auch offen dafür, was der Vorstand am nötigsten braucht. Ich kann jetzt schon sagen, dass ich natürlich durch die Arbeit mit das Wort FAS und die Nähe unserer Haushaltspolitik da gerne unterstützen werde, im Bereich Schatzmeister, auch die Parteien der Haushaltsführung, was vielleicht auch ein wichtiger Punkt ist, wie wir heute gehört haben. Ich habe ziemlich lange überlegt, ob ich hier antrete, weil ich mir auch nicht sicher war, was mich hier erratet. Und so ist es letztendlich auch. Ich bin Mensch, der sich jetzt noch nicht festgelegt hat, wird auch ziemlich schwer fallen, mich da in der Hinsicht schon offen zu positionieren. Es gibt sicherlich Dinge im Vorstand, die man nicht so gerne macht, beziehungsweise Dinge, die einem vorgeheben vielleicht mehr liegen. Ich würde es auch nicht zukommen lassen. Und was man nicht kann, kann man durchaus lernen. Der derzeitige Vorstand, das haben wir auch ohne Freisitzer gerechnet, ist eine sehr gute Zusammenstellung. Sehr gute Leute sind gewählt worden. Und ich denke mal, das kann was werden. Wie Lothar auch schon gesagt hat, die Wahlen stehen an. Wir brauchen einen stabilen Vorstand. Wir brauchen keine Leute, die einfach so wieder hinschmeißen. Das schätze ich auch momentan bei keinem so ein. Und deswegen lasse ich es auf mich zukommen. Und werde sicherlich auch meinen Weg und meinen Platz dort finden, wenn ich gewählt werde. So, habt euch alle vorgestellt? Es gibt doch keine weiteren Fragen mehr. Okay, dann entteile ich hier bei meinem Kollegen weiter ein Wort. Ja, ich habe gerade gewisse Bedenken geäußert, was die Zulässigkeit von Beisitzerwahlen anbetrifft. Da ist ja gerade hier aus dieser Ecke sind Einwände gekommen, die sich an der sprachlichen Verständlichkeit der entsprechenden Satzungsregelung mit dem Worten Mindestens im Wesentlichen aufgehängt haben. Das ist sprachlich selbstverständlich auch richtig. Das Problem ist hier nur, dass es sich um eine Satzung angeht, die gewissen juristischen Anforderungen unterliebt. Und in diesem Zusammenhang ist zu sagen, dass es aus dem Vereinsrecht, was auch von der Partei gilt, das Erfordernis gibt, dass in einer Satzung bestimmbar, die muss in gewisser Weise bestimmt sein. Und diese Satzung ist aus zwei Gründen unbestimmt. Ich habe übrigens auch Rechtsprechung gefunden, die ich dann auch noch entsprechend rezitieren kann. Es gibt aus den 80er Jahren eine Entscheidung, die gesagt hat, man kann es im Prinzip offen lassen, ob man eine Zahl hat, aber jedenfalls ist zu bestimmen, was für Vorstandsämter das sind. Das ist der erste Punkt, der in dieser Satzung fehlt. Es gibt eine weitere Entscheidung. Ich weiß, ich bin hier im Stream. Es wird aufgezeichnet. Also deswegen kann es sehr gut recherchiert werden. Ich gebe das zum Protokoll, weil die machen sowieso was gehört. Es ist eine Entscheidung des OLG Zelle vom 1.07.2010, Aktenzeichen 20W10 aus 10. Da kann ich den Schlusssatz zitieren, der lautet eine Satzung, mit der des Antragstellers dies völlig offen lässt, wie viele Mitglieder letztlich den Vorstand bilden, genügt nicht den Anforderungen des § 58 Nr. 3 BGB. Mit anderen Worten, was ich gerade gesagt habe, bleibt stehen. Es ist möglich, dass eine Versahlung bestimmt, wie viele Beisitzer gewählt werden. Das ist möglich, aber dazu brauche ich eine satzungsmäßige Ermächtigung. Dann muss in der Satzung stehen, die Versahlung kann zusätzlich zu den vorstehenden Vorstandsämtern noch eine von ihr festzulegten Zahl von Beisitzern wählen. Wenn das so drinstehen würde, dann müsste man darüber beschließen. Hier fehlt es an einer satzungsmäßigen Bestimmung und demzufolge halte ich diese Satzungsregelung für unbestimmt und damit eine Beisitzerwahl für unzulässig. Würde die Beisitzerwahl jetzt durchgeführt werden und der Vorstand so zusammentreten, könnte man über eine Unwirksamkeit der gesamten Vorstandswahlen diskutieren, aber soweit müssen wir jetzt hier im Moment nicht denken. Ich werde hier jetzt auch nicht in juristische Diskussionen einsteigen, weil die Verantwortlichkeit für die Frage, ob die Beisitzerwahl durchgeführt wird, liegt bei der Wahlleitung. Die ist gerade draußen und telefoniert. So, hier ist es im Screen. Jetzt können die Juristen sich dann drüber machen, aber das ist jetzt hier mal zu Protokoll gegeben. Können Sie uns was fragen, bitte? Ich weiß nicht, ob ich das dich frage oder mich alle frage. Ich frage den, den es weiß, der es weiß oder dies weiß. Können wir jetzt eben die Satzung fixen und dann die Wahl durchführen? Das kann ich dir gerne beantworten. Satzungsänderungsanträge sind sicherlich ein wesentliches Element einer Versammlung. Wir haben im Prinzip eine Spiegelwirklichkeit zwischen der Tagesordnung, wie sie in der Einladung ist und dem, was dann tatsächlich in der Versammlung gemacht wird. Wir haben jetzt bei uns in der Partei, aus meiner Sicht auch rechtlich zulässig, durchaus die Praxis, dass wir eine vorläufige Tagesordnung haben, die dann später noch angepasst wird. Und davon allerdings ausgenommen sind die Punkte, die wesentlich sind. Ich nehme ein extremes Beispiel, wenn ich in einer Satzung, in der vorläufigen Tagesordnung, einer Einladung nicht drinstehen habe, dass ein Vorstand zu wählen ist, dann darf ich selbstverständlich in der Versammlung den Vorstand nicht wählen. Satzungsänderungsanträge sind ebenfalls etwas Grundsätzliches. Und hier könnte man jetzt zu diskutieren anfangen. Beispielsweise beim letzten BPT gab es einen Obersatz, den ich übrigens auch selbst geschrieben habe, wo drin stand, Satzungsänderungsanträge, soweit sie die Zusammensetzung des Vorstands betrifft. Das ist ein Obersatz, da kann man durchaus drüber reden, dass später noch ein Satzungsänderungsantrag eingefügt wird, weil es grundsätzlich um diese Frage ging. Ich habe jetzt jeder Einladung einen solchen Obersatz nicht entnehmen können, und demzufolge habe ich meine Zweifel, ob das noch geht, und das können wir heute haben, ich glaube, wie viel. Klar, ich will sprechen auch gerade mit der Wahrheit. Also, wir wollen hier nur das Beste. Darf ich da eine Lösung vorschlagen, und zwar praktikabel, und zwar dahingehend. Und zwar, wir wählen jetzt die Beisitzer, verschließen die Zettel im Briefumschlag, sodass keiner sieht, was das ist, werden morgen früh die Satzung entsprechend umändert, wir haben hier keine Frist, dass die Einreichung angeht, fixen morgen die Satzung, während etwas dabei rauskommt, verbrennen wir dann die Stimmzettel von heute, aber wir erzählen sie aus. Das Denk ist, die Praktika hat jetzt eine Lösung, und tut keinem weh. Also, okay, dann stimmst du noch die Stimmen, packst du da rein, aber ich habe schon die Vollsturme gemacht. Dann geht es hier eine nach Wahl an, das ist jetzt echt eine komische Situation, und ein ziemlich schwieriger. Wenn wir auch hier eins nach Wahl an, du hast einen Geo-Antrag, dann formuliert er einen Geo-Antrag. Ich würde gerne ein Meinungsbild einholen, um abzufragen, ob wir uns nicht einigen können, dass wir jetzt die Beisitzer wählen, und zwar keine Beisitzer wählen, und damit alles Genüge getan wurde. Also, ich habe das jetzt auch noch... Habt ihr das Meinungsbild verstanden? Ich wiederhole, können wir uns einigen, keine Beisitzer, keinen von diesen Kandidaten zu wählen, und damit allen Satzungs- und Gesetzesmäßigen Bestimmungen Rechnung zu tragen. Also, ich ziehe sehr, sehr starkes Nein. Sehr, sehr starkes Nein, und das habe ich jetzt... Okay. So, ähm, Moment, du, was von dauerst du? Keiner, okay. Hinten anstellen. Was? Alex Müßmann. Hinten anstellen. Es wäre schön und sehr transparent gewesen, wenn diese Informationen ein bisschen früher zu bekommen werden, recherchieren können, danke. Und das mag grundsätzlich so sein, grundsätzlich auch hier im juristischen Sinne. Wir haben auf der anderen Seite die gelebte Praxis. Das heißt, wir haben diese Satzung, welches ein juristisches Konstrukt ist, und wir haben diese Satzung in der Vergangenheit in einer definierter Art und Weise interpretiert. Und wir planen nicht, diese Satzung diesmal anders zu interpretieren. Das heißt, es ist erstmal klar, was damit gemeint ist, eine gelebte Praxis, gelebtes Recht. Und dieses gelebte Recht können wir hier an dieser Stelle anwenden. Wenn dann jemand das Ganze anrechten will, kann er das gerne tun, und dann können wir auch gerne feststellen, ob der Recht bekommt oder nicht. Es ist so, dass die Parteien eine sehr große Freiheit haben mit dem, was sie tun. Ja, das Vereinsrecht gilt grundsätzlich in dem Sinne, dass es sich da um einen nicht eingetragenen Verein handelt, was eine Partei ja ist. Auf der anderen Seite gibt es das Parteienrecht. Aber die Parteien haben traditionell einen sehr großen Freiraum darin, wie sie sich selbst organisieren und gestalten, weil sie auch nach dem praktischen System sind, und daher über sich selbst entscheiden können und müssen. Und an der Stelle prädiere ich darauf, ob das alte grundsätzliche Prinzip, bangmachen gilt nicht, und dann kann es gerne jemand in Frage stellen, dann werden wir eine weitere Lennvormachen machen. Machen da möglicherweise dann eine Aufstellungswasser mit oder nicht, da kann man jetzt nicht das Maul drüber zerreißen. Aber an dieser Stelle zu sagen, es gibt dort Zweifel und in Zelle wurde mal, ich habe leider das Aktenzeichen auch nicht mitschreiben können, ich kann es gerne herausrecherchieren, aber da bleibt jetzt auch nicht die Zeit. Da fehlt die Beisitzerwahl auf den Glas, das ist totaler Blödsinn, das kostet massiv Zeit und es kann mir gerne angefochten werden, aber ich glaube nicht, dass das viel Erfolg wird. Danke. Du hast einen Büroantrag. Hast du einen Büroantrag? Okay, dann CT. So, drei, drei. Ah, hast du jetzt auch einen, oder willst du was sagen? Ja, okay, dann kann ich... Wir klären das gerade tatsächlich. Also wir sind das, wir wissen ja, also der Wahlleiter muss ja für die Verantwortung übernehmen, für die Wahlen, so ist das. Und das klären wir jetzt gerade. Michael, du hast auf Johann. Auf Vertagung um früh um 10 Uhr. Gibt es Gegenwählen? Gibt es formell? Okay, es gibt formell Gegenwählen. Wollt ihr, tatsächlich ist das jetzt ein Antrag, auf der Tagung der Versammlung auf morgen 10 Uhr. Karten oben lassen, bitte. Da hinten sehe ich eine weiße Karte. Ist das jetzt eine blaue oder soll das eine weiße Karte sein? So wohl, jetzt wird es schon in Zeit sind die Grünen. Ihr könnt die Karte wieder runterlegen. Nein, wir wollen jetzt weitermachen. Wir haben hier eigentlich noch mehr von 28 Stimmkarten und 15 sagten ja. Ja, wir wollen beschützen und nein, wir wollen jetzt weitermachen. So, ich darf euch kurz berichten von einem Telefonat, was ich mit Jochen geführt habe. Jochen sieht dieses Problem, allerdings sagt er auch, das ist in den letzten Jahren immer schon so gemacht worden und es hat sich bisher niemand daran gestoßen, an dieser Sache. Er kann es jetzt spontan so nicht ganz durchdenken. Er empfiehlt oder er sagt, die Versammlung soll es entscheiden, ob die Wahl jetzt unter dieser Prämisse durchgeführt werden soll. Wenn sich die Versammlung dazu entscheiden würde, dann soll die Wahl genauso durchgeführt werden, als der April Voting und jeder, der über 50 Prozent hat, der ist dann erstmal so mit dabei. Das ist also die Vorgehensweise, die Wahlleitung ist dafür verantwortlich und das gebe ich jetzt insofern weiter. Gut, also dann bräuchten wir jetzt nächstes mal ein Meinungsbild der Versammlung. Möchtet ihr die Wahl der Beisitzer so durchführen? Gut, also dann muss man nicht mehr zählen. Dann wird die Wahl jetzt durchgeführt und die Wahl weiter abhanden. Dann wollen wir zur Wahl des Beisitzes gehen. Ihr habt die Möglichkeit, eure Stimmen auf alle sieben Kandidaten zu verteilen. Das heißt, jeder, der von den Kandidaten über 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erhält, ist dann Beisitzer. Dann bitte ich die Wahlhelfer an die Urnen. So, einmal bitte hochhalten, um zu zeigen, dass sie leer sind. Vielen Dank. Den Ohren bitte schließen. Und damit eröffne ich dann den Wahlgang Nummer 6. Außerdem schließen wir den Wahlgang Nummer 6. 08. Die Wahlgang Nummer 7. Dann schließen wir den Wahlgang Nummer 8. Die Wahlgang Nummer 8. Vielen Dank. 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 So, Thank you. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.